gesperrt. Wen? Anatoly. Hä, wieso? Weil er hochkommt und mich jedes Mal umbringen will. Ich will noch leben. Bist du noch leben? Ja, ich bin noch ein paar Tage leben. Die Anschläge mit Amir ist übel. Ich habe vorhin gelesen. Ja, zwei Anschläge hat er schon überlegt. Wer? Amir. Amir. Glaubst du das? Ja, natürlich glaube ich das. Sogar der Außenminister von Deutschland hat dann darüber, der Innenminister hat darüber berichtet. Aber der hat doch nicht Amir erwähnt. Aber der hat den Fall erwähnt. Den wen? Den Fall, den Fall hat der Außenminister erwähnt, den Fall. Dass sie diese Leute geschnappt haben vom IS, dass sie einen Mordauftrag hatten und und und. Es ging um Amir. Er hat ihn zwar nicht namentlich erwähnt, aber er hat diesen Vorfall erwähnt. Ich bin nicht so naiv, sorry. Na ja, ob du naiv bist oder nicht. Oder er ist wegen seinem Wissen zum Islam. Er ist ja nicht der Einzige, der Ex-Muslim ist. Ja und? Aber Ex-Muslim umzubringen ist Halal. Mohammed hat gesagt, wer nicht betet, soll umgebracht werden und wer seine Religion verlässt, soll umgebracht werden. Na ja, der hat gesagt, seine Häuser sollen verbrannt werden. Ja und sieh mit drinnen, wenn du den Hadith richtig gelesen hättest. Du bist ein Gott, der sagt, du hast erstens ein Gott, der sagt, wer Mohammed beleidigt, muss sofort umgebracht werden. Wer Allah beleidigt, hat drei Tage Zeit, sich zu entschuldigen. Wer seine Religion verlässt, muss umgebracht werden. Wer nicht betet, also da geht es nur um Mord und Totschlag. Sag mal, wo ist das Geistige in dieser Religion? Wo ist die geistige Beziehung zu Gott? Ja, aber im Alten Testament wurden Kinder umgebracht mit Bären. Mit Bären? Ja, weil die nur zu einem Propheten gesagt haben, du Glatzkopf. Du weißt, du weißt, dass da mahnende Beispiele und Geschichten sind. Ja, unglaublich, aber sehr schön. Im Alten Testament. Ja, das steht wirklich so im Alten Testament. Ja, klar, absolut, absolut, ich finde das gut, super, super. Ich finde es schön, dass du es gelesen hast. Wichtig ist, du hast es nicht verstanden und kapiert. Das ist ein wichtiger Unterschied. Was habe ich denn falsch verstanden? Es ist ein sehr wichtiger Aspekt in diesem Sinne. Ich finde es sehr, sehr super, dass du liest, liest, liest weiter. Aber wichtig ist, probiere nicht nur die negativen Sachen. Warte, ich muss, ich muss, du lest erstmal, Crash Course in Albanisch. Nee, warte, du kannst Albanisch, oder? Ich bin sogar da geboren. Ey, ist so wahnsinnig. Wusstet ihr, dass die Albaner in der Bibel erwähnt werden? Wollte ich nochmal erwähnen. Du hast auch vorhin gesagt, wegen Illyrien, ne? Aber viele sagen, das war in Mazedonien, aber okay, gut. Kann auch. Oh, ich kann Albanisch so schwer auszusprechen. Äh, zgoju i de di viola. Was heißt das? Boah, das war auf jeden Fall nicht Albanisch. Zgoju i zgoju, warte. Zgoju i de di viola. Äh, was war das mal? Boah, das war nicht Albanisch. Zgoju i de di viola. Was heißt wach auf, Bruder, auf Albanisch? Wach auf? Wach auf. Wach auf. Zgoju. Zgoju. Zgoju, ja. Ach so, ja. Zgoju, ja. Zgoju. Hier steht Z. Zgoju. Ne, Zgoju wird nicht mit Z geschrieben. Zgoju. Ja, das ist ja gut übersetzt. Das ist, Albanisch ist nicht einfach zu übersetzen. Ne, ist wirklich schwierig Albanisch. Ja, Albanisch ist nicht einfach. Das ist einfach Römer 15, äh, 19, ne. Ja, Bruder, wenn ich Albaner wäre und ich in der Bibel erwähnt werde, einer der wenigen Völker, die überhaupt im Neuen Testament erwähnt werden, ich wäre schon sehr stolz. Oh. Ich dachte, die Albaner sind stolz. Sie würden keine Religion annehmen, das sind Sura 65 Vers 4 kleine Kinder als Halal erklärt. Ja, anscheinend gibt es die noch, die Albaner, die das... Nein. Das wäre für mich Kriterium so, das alles abzulegen. Ja, aber für ein Albaner ist es auch schwierig daran zu glauben, dass Gott ein Mensch wurde und dann nachher getötet wurde. Na ja, klar, wenn man die... Das ist ja wieder auferstanden. ...absolute, wenn man nicht die Anmacht Gottes infrage stellen würde, wäre ja doch, das auch kein Problem zu glauben, aber... Ist das allmächtig? ...degradiert der Gott an ihr begrenzt Gottesmacht und das ist natürlich, kommt dabei raus, ne. Aber mach weiter, so ist gut, ich höre dir nur zu und du machst es gut. Ist das für dich allmächtig, wenn niemand steht? Er ist ja nicht gestorben, er ist ja wieder auferstanden. Und er ist wegen deiner Sünden gestorben. Also er war drei Tage... Kein Mensch, der den perfekten Gott besteht. Er war drei Tage im Totenreich. Da hatten die Zeit im Totenreich, sich die Menschen zu Jesus Christus zu bekehren. Sogar an die Menschen hat Gott gedacht. Und dein Gott sagt, ich möchte die Hölle mit Menschen und Dschins füllen. Mein Gott sagt, warte, mein Gott sagt, er schickt seinen eingeborenen Sohn alle Menschen zu retten. Dein Gott sagt im Koran, ich schicke die Dschins, um die Ungläubigen zu peinigen. Ja normal, das ist ja auch logisch, ne. Ja, das ist ja logisch. Ja, was soll man denn sonst, ein Auto und Fahrrad peinigen? Oder was soll man sonst in der Hölle? Ja, irgendwo muss doch irgendwie Sinn haben. Also in der Hölle wären nicht irgendwie Pflanzen oder so. Nein, nein, nicht die Ungläubigen. Auf diese Welt, hier, heute, zu mir. Jetzt. Schickt Allah die Dschins, um die Ungläubigen zu peinigen. Nicht in der Hölle, hier. In der Hölle kann ich sie noch verstehen, aber jetzt, hier. Ja, wieso? Ja, gute Frage, ne. Was soll denn sonst Gott mit Ungläubigen machen? Ihnen die freie Wahl lassen, vielleicht bekehren sie sich ja noch. Weißt du, was die Auslegung unserer Bibel ist? Unglaublich. Weißt du, die Auslegung unserer Bibel an Kirchenvätern, ne, mein Kirchenväter, ich weiß nicht, welche Auslegung lese über Ungläubige und wie man mit ihnen umgehen soll. Man sagt, man soll mit ihr, man soll sie aufklären und man soll ihnen ein Leben lang bis zum Tod Zeit geben, um zu Gott zurückzukehren. Also du hast laut uns dein Leben lang Zeit, um zu uns zurückzukehren. Ein Leben lang. Und dein Gott sagt, du bist in drei Tagen tot. Das heißt, wenn ich, guck mal, wenn ich jetzt den Islam verlasse und meine schlechte Zeit habe und wirklich Zweifel habe und vielleicht in fünf Jahren wieder zurückkomme, aber die Zeit habe ich ja im Islam gar nicht. Sondern wer seine Religion verlässt, den tötet. Ja, stimmt. Das steht so. Apostaten, ne? Ja. Wenn sie lecker sind, dann darfst du nur mal reinbeißen. Nein. Das haben wir doch zusammen gesehen. Ja, ich weiß, das haben wir gesehen, aber das ist nicht Sahih, ne? Äh, du weißt, das ist, äh, das ist ein Rechtsurteil, eine Fatwa. Da geht es nicht um Sahih. Wenn es ein Ichimah unter den Gelehrten gibt und dann gibt es diese Fatwa und dann ist sie halt da. Da geht es nicht um Sahih. Da werden Sahih-Hadisse benutzt, um eine Fatwa herauszugeben. Mhm. Ne? Außer daif wird alles benutzt bei Rechtsurteilen. Ja, das stimmt. Daif darf man nicht. Nur Sahih. Ja, aber die Sache ist, dass man einen Menschen essen darf, äh, findest du ja gar nicht im Koran erstmal. Äh, du findest nur bei... Du findest viele Sachen, guck mal, viele Sachen in eurer Religion findest du nicht im Koran. Das sollte kein Maßstab für dich sein. Doch, das heißt ja nach Koran und Sunna. Okay, du... Ja, und die Sunna ist halt, dass du Menschen essen darfst. Nein, nicht die Sunna, dass du Menschen essen darfst, sondern es geht ja darum, dass das, äh, Khaled ibn Walid gemacht hat. Ja, aber wir haben jetzt die Fatwa und das Rechtsurteil und die Allah sagt, die das erlaubt. Es ist die Sache, ob man jetzt seine Taten, die als Fehler angesehen wurden, auch als, äh, sozusagen, auch als Sahih annehmen. Das ist jetzt die Frage. Wie gesagt, die Gelehrten haben... Der konnte sogar, der konnte sogar nicht mal eine Suche, nicht ganz auswendig. Guck mal, die Gelehrten haben das jetzt rausgegeben. Sie wissen es doch, ob sie Fehler machen oder nicht. Also, die höchste Universität des Islams lehrt es. Ja, ob sie das jetzt lehren oder nicht, spielt für mich jetzt erstmal keine Rolle. Ja, aber weißt du, wann diese Verse rauskommen, wenn der Islam absolute Macht hat? Guck mal... Wenn der Islam absolute Macht hat, dann werden sie mit... Guck mal, wir lernen ja nicht nur, wir lernen ja nicht nur von, äh, Schafi, wir lernen auch von den Imam Merlik, auch von Hambal und Abu Hanifa und, äh... Du weißt, dass zwischen den Rechtsschulen kaum Unterschiede gibt. Ja, aber Imam Merlik hat eine schöne Aussage getätigt. Er hat gesagt, wenn ich was aussage und ihr findet einen Fehler mit Beweisen, dann könnt ihr auch meine Aussage wegschmeißen. Okay, und warum hat keiner, äh, äh, die, die Al-Hazar Universität widerlegt? Ich meine, die Sache ist ja uralt. Nun ja, äh, ich, ich hab mich ja nicht damit beschäftigt. Vielleicht hat das wirklich nur einer gesagt und alle anderen haben das abgelehnt. Das ist auch so eine Sache, ne? Ja, vielleicht können wir hier nichts anfangen, aber gut, probieren wir uns jetzt. Ich mich damit nicht beschäftigt habe. Ulban, kannst du Carlo hochnehmen? Ja, Bruder, ich hab das leider, Carlo, entschuldige, ich hab das nicht gesehen. Aber ich hab dich ja gefragt, zum Beispiel, Christen, rein theoretisch, dürfen die auch alles essen. Die dürfen sogar auch Hunden essen, oder? Guck mal, nein, dürfen wir nicht und wir dürfen auch keine, dreh nicht, dreh nicht. Wir dürfen keine Menschen essen. Nein. Warum? Guten Abend, Carlo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Also, darf ich dich mal was fragen? Bitte. Oh, Carlo. Hi. Der, 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 Arabisch kann, weil er Araber ist. Ja. Darf ich dich mal was fragen? Bitte sei ehrlich, sei ehrlich. Da machen wir mal reden. Drei Muslimen, ein Zimmer und ein Kaffer. Wenn ihr kein Essen habt und ihr werdet verhungert, was macht ihr mit diesem Kaffer? Mit ihnen Dauer machen. Bis ich sterbe. Dauer oder? Ich werde mit ihnen Dauer machen. Nicht grillen. Nein, weil ich werde so lange Dauer machen, bis ich sterbe, ja. Wirklich? Ja, natürlich. Nein. Aber du weißt, aber du darfst, du darfst, wenn ihr Hunger habt, ne, und da ist ein Muschrik da, ihr könnt ihm essen. Nein. Weißt du das? Doch. Doch, doch. Nein. Oder ich habe ihm das gerade alles gezeigt, er sagt immer noch nicht. Ehrlich, ehrlich. 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 Ich kann nicht schwören, weil ich kein Ungläubiger, aber ehrlich, das ist, das ist wahr. Das ist wahr, weil du das sagst, oder wie? Nein. Die geworfen Gelehrter sagen das. Ich hab dir doch was nicht, Bruder. Bruder Carlo, ich habe mir das gerade gezeigt an der Fasbo, dass man absolut nicht essen darf. Ich habe es ja vorhin auch gesagt. Ich habe es doch vorhin gesagt. Solange ich mich nicht damit beschäftigt habe und solange ich weiß, dass wenn eine Aussage getätigt wird und es passt nicht mit Zunder und alles Mögliche, dann kann ich das auch wegschmeißen. Ganz ehrlich. Das hat sogar immer ehrlich gesagt, das weißt du, oder? Ja. Ja. Es ist gut, dass du das so empfindest. Aber Fakt steht da. Ja. Kannst du, kennst du, kennst du den Muschrik oder Kafer? Ist in der Nahrung gehabt. Du weißt, aber du weißt doch, dass zum Beispiel Menschen machen manchmal Dinge, die einfach schon... Ja, ja, super. Ja, komm, Tiger, solange es nicht... Es steht in euren Büchern, jetzt kommen wir hier nicht mit gewissen Ausreden. Menschen machen das, Menschen machen das, Menschen machen das. Nein, ich wollte eigentlich was sagen. Du weißt doch, kennst du das... Ja, komm, hör auf. Probier dich, Jimmy. Kennst du das mit diesem Flugzeugunglück in so einem Berg, wo Schnee war, da haben die sich auch fast alle gegenseitig aufgefressen? Nein. Ja, die waren Ungläubigen. Wie? Die waren nun alle Ungläubigen, oder? Ne, da waren auch Christen dabei. Wo weißt du das? Weil das... Das stimmt. Er hat recht. Er hat recht. Da gab es mal einen Flugzeugunfall, da sind sie auf einen Berg voller Eis und Schnee gelandet, ne, abgestürzt. Und man hat, um nicht zu sterben, einige Tote, einige Tote, einige Tote gegessen, um zu überleben. Das stimmt, die Geschichte gibt es. Aber wir reden hier von Toten und wir reden hier von einem Notfall. Wir reden nicht von den anderen. Aber es ist ganz kalt und ist sie. Warte schnell, warte schnell. Ich kenne die Geschichte. Das ist der Flug über den anderen, der schief ging. Aber ich kenne die Geschichte. Aber Rizk, warte mal, eine Sekunde. Alle ruhig, alle ruhig. Wir reden hier von einer Religion. Wir reden hier von einer Religion, wo das Halal erklärt wird. Wir reden nicht von einem Notfall von Menschen, die Fehler... Deine Religion sagt das ja auch. Das hat gar nichts mit der Sache zu tun. Also guck mal... Oh, bitte. Rizk, zeig mir aus dem Koran, wo es dir verboten ist, Menschen zu essen. Wie bitte? Zeig mir aus dem Koran, wo steht, dass es verboten ist, dass du keine Menschen essen darfst. Im Koran steht... Alles, alles... Nein, nein. Rizk, bitte. Bevor du redest, steht nicht. Zeig mal. Warte, warte. Lass uns mal bitte ein Vers zeigen, wo steht, dass es verboten ist, Menschen zu essen. Im Koran steht und esst nur von den guten Taten, die Halal sind. Also ich wüsste nicht, dass es gut ist. Ja, Menschen sind ja Halal. Nein. Menschen sind nicht Halal. Das ist eindeutig nicht so. Aber ich hab dir grad gezeigt, dass es Halal ist. Ein Mensch ist kein Wiederkäuer. So, erst mal das. Fische auch nicht. Fische auch nicht. Zum Beispiel diese Aussage, die Schafi gesagt hat, die würde gut passen mit... Wo sagt noch mal Jesus? Er dürfte essen, aber nicht. Also hätte er das mit der Bibel gemacht, wallah, das wäre auf jeden Fall Sahih. Glaub mir. Und esse das, was ihr wollt, nur das, was ausgesagt wird, ist schlimm. Du darfst alles essen, nur kein Schwein. Genau, richtig. Ja. Du darfst alles essen. Und was ein Wiederkäuer ist, ne? Wiederkäuer dürfen wir auch essen. Du darfst auch alle Tiere vom Meer essen. Ja, auch das. Auch die giftigen. Nein, dann ist das wiederum wegen Gift und so. Das ist gefährlich, ne? Doch. Nein, nein, du kannst die verbrennen, der Gift wird um... Ja, wenn das Gift natürlich weg ist, dann okay. Dann darfst du das essen. Ja. Aber nicht mit Gift, ne? Ja. Jetzt stelle ich dir eine andere Frage. Heide. Mein arabischer Künstler. Ein Muslim. Mein versteckter Christ. Warte, nein, nein, wirklich. Nein, nein, ehrlich. Ehrlich, ehrlich. Ehrlich, ehrlich. Guck mal. Warte, warte. Wallahi, wallahi. Aber dann, ich würde... Guck mal. Holz, Holz, mach mich groß. Wirklich. Mach groß. Ich sitze hier auf dem Couch. Bitte. Warte mal, Bruder. Bruder, darf ich erstmal kurz was aus der Bibel erwähnen, wo explizit Menschen vielleicht verboten wird? Was soll er denn? Für den Koran nicht? Und... Heide. Mach mich groß erstmal, bitte. Ja, warte. Er hat erstmal alle Kreuze weggenommen. Nein, 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 ich war... Guck mal, ich sitze... Mann, bist du behindert? Hast du einen Christ, der Koran, Surat Al-Baqarah an der Wand hat? Ich sitze auf dem Couch, ehrlich. Aber guck mal, du hast sowas und dann redest du schlecht über Islam. Er redet nicht schlecht, er zitiert deine Quellen. Was? Nein, meine Frau glaubt an Islam. Also ich glaub nicht, aber ich sitze dir auch nicht da drauf. Ich sag dir nur, was da steht. Hast du mich einmal gesehen, dass ich geschimpft habe oder so? Sei ehrlich. Ich hab mir angefangen, aber tu nicht deine Füße auf den Tisch, das ist nicht gut. Ja, nee. Wenigstens Respekt, weil ich glaub, du isst da, oder? Wieso? Mann, ich bin in mein eigenes Haus. Aber du isst doch da. Das... Ja, nein, das ist doch... Das ist doch kein Essdicht, Mann. Aber du isst da nicht? Nein, Mann. Du stellst da nicht manchmal so irgendwelche Leckereien oder so? Doch nicht ohne Teller. Ja, ist doch egal, oder? Ich lauf barfuß, ich lauf barfuß zu Hause, Mann. Das ist nicht schlimm. Das ist okay. Das ist ja kein Problem. Aber du isst ja... Leute, 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 geht's um Religion. Leute, geht's um Religion. Ja, Mann. Mal aufzulabern, der Badrich. Kannst du mal vorlesen, Leute? Warte, du hast mich nicht... Warte, guck mal. Wenn... Wenn... Wenn ein Muslim... Aha. Seine Frau stirbt. Stirbt? Und während... Ja. Während sie tot ist. Und geht noch mit I, S, E, X machen. Die ist tot. Aha. Darf man das? Das ist auch Halal. Also, wenn die Frau stirbt, ob der Mann noch mit... Nein, nein, die ist tot. Die ist schon tot. Mhm. Ja. Ist das Haram oder Halal? Ja, das ist so eine schwierige Sache. Hm. Wie ist tot, Mann? Du kannst nicht sagen, ist das Halal oder Haram? Also, Halal... Warum steht Haram? Du kannst nicht sagen, Halal, aber... Du kannst sagen, ob das nur Haram ist oder nicht. Noch ist Halal. Ja, äh... Hallo, es ist nicht eine einfache Frage für Moslems. Alles gut, Mann. Alles gut, Mann. Das ist Halal. Alles gut, alles gut, alles gut. Was würdest du mit diesem Mann machen? Nein, nein, ich finde das sehr gut. Nein, nein, ich finde es sehr gut, dass du überlegst. Das ist schon mal ein guter Anfang. Sehr gut. Ja, äh... Man überlegt doch, ob man eine Leiche nehmen kann. Ich sag's ja so, wenn dieser Mann... Unglaublich. Aber was würdest du machen, wenn dieser Mann seine Frau so sehr liebt? Was würdest du machen? Doch, doch, nie so was mit... Die doch, doch, nie so. Ja, aber es gibt's halt Männer, es gibt's Menschen, die sind so. Also, es gibt's Menschen, die können nicht ohne ihre Frau. Was würdest du machen? Was würdest du machen? Was würdest du machen? Was würdest du machen? Also, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Warte, ganz ehrlich. Egal, wie ich meine Frau lebe. Egal, wie ich meine Frau lebe. Und die ist gerade tot. Doch, denke ich, ich glaube, ich werde trauern. Oh, meine Frau ist tot. Ich hole jetzt mal mein Ding aus und jag's da in diese tote Leiche rein, weil ich sie so sehr liebe. Bruder, bitte, Mann. Aber sag, überleg dir bitte, was du da sagst. Wer kriegt da einen hoch? Wer kriegt da einen hoch? Jetzt meinst du die... Was würdest du machen? Na ja. Bei euch ist es erlaubt, weißt du das? Mohammed selbst hat das erlaubt. Nein. Wo hatte das dann erlaubt? Doch, doch. Doch. Die ist seine Frau. Auf Sinne ist noch seine Frau. Carlo, kannst du zeigen? Carlo, kannst du zeigen? Ich kenn dir das Video, wo der eine große Imam, auf dem ich höre, auf Arabisch, der sagt, ja, ist Halal. Es gibt ja einen Hadith dazu. Es gibt Hadith dazu. Warte, 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 es gibt Hadith dazu und es steht irgendwo, dass es Haram ist. Gibt es einer nicht, dass es Haram ist? Das ist das und ich. Nein, nein, das ist nicht. Guck mal, Leute, in Ägypten, die Ehemänner dürfen Essex mit Leichen ihrer Frauen haben. Das von Islamisch angeführte ägyptische Parlament will ein Gesetz erlassen, dass es Männer erlaubt, Essex mit ihren toten Ehefrauen zu haben, bis zu sechs Stunden nach dem Tod. So soll der Abschiedsverkehr vollzogen werden. Dieser Abschiedsverkehr, wo du von Mohamed durch ein Hadith erlaubt. Das wäre ja ein Land für dich, für deine Einstellung. Sehr gut, Ries. Was war das? Mal gleich ein Visum beantragen. Ekelhaft. Sparta. Sparta, in Ägypten gibt es noch Leute, die machen noch das. Wenn die Frau zum Beispiel ihre Tochter heiratet. In dieser Nacht. Sie muss mit dem Mann und ihrer Tochter im Zimmer bleiben. Sie muss zusehen, dass der Blut kommt. Was? Und dann kommt sie mit weißem Tuch. Ja, ja. Kommt sie mit dem blutigen Tuch. Und sagt sie, hier. Meine Tochter, weiße Jungfrau. Was? Hallo? In Kanz al-Oma steht, erzählt von Ibn Abbas. Ich, Mohamed, ich zog mein Hemd an, sodass sie die Kleider des Himmels tragen können. Und ich schlief mit ihr in ihrem Sarg, um den Druck des Grabes zu entkommen. Für mich war sie einer der besten Kreaturen nach Abu Talib. Der Prophet bezog sich hier bei Fatima, die Mutter von Ali. Aber guck mal, wenn du schlau bist, sie war im Sarg. Genau. Und du bist kein Muslim mehr. Und wie soll das jetzt gehen? Wie kannst du jetzt mit einem Mensch Geschlechtsverkehr machen, der im Sarg ist? Alles andere wäre jetzt... Alles andere ist jetzt... Guck mal, ich zeig dir mal was. Ich zeig... Ja, 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 ja. Wir philosophieren nicht. Ich zeig dir gleich alle. Ich zeig dir auch, wo das... Guck mal. Islam. Ägypten. Sechs Stunden Abschiedskultus. Darfst du mich... Das ist es. Abschiedskultus. Okay. Ja, du, wenn die das... Wenn die meinen, das wäre halal, dann was willst du machen, ne? Aber ich kann jetzt nicht in den Hadith sehen, dass er SEX gemacht hat. Ich geb dir den Hadith. Warte. Ich bin nicht zu Hause. Ich bin im Hotel. Okay. Ich hab nicht alles gleich da. Im Dings hab ich das immer gleich fertig. Egal ob... Es kommt immer Ägypten. Also Ägypten hat irgendwie was gegen den Islam. Nein, eigentlich nicht. Doch. Nein, nein. Es ist eigentlich sehr gut fürs Lernen und so. Nein, nein. Nein, das ist das Gegenteil. Weil die waren ja... äh... Frauen. Äh... Frauen. Äh... Frauen. Und die waren... Ja, die waren ja zufrieden, was an Geschichten damals gab. Verstehst du? Ich hab dich nicht verstanden. Also... Vor 3000 Jahren hast du mal Ägypten auf die Pyramiden und so weiter gesehen. Die waren ja sehr stolze Ägypter. Als sie Islam kamen, danach sind die ja nicht weitergekommen. Stell dir vor, wären die nicht Islam. Stell dir vor, wären die nicht Islam. Ja. Ich meine, ernst. Das ist... Lass mal... Lass mal... Lass mal... Ganz ehrlich. Ja. Die werden... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber das werden sowas... Die... Die waren ja die schlauesten Menschen, Mann. Vor... Nein, das waren sie nicht, aber... Okay. Ja, bitte dich nicht, oder was? Dann würdest du mir sagen, was waren die schlauesten Menschen? So, ja, klar. Ja, ich meine, wer hat denn sonst solche Pyramiden gebaut mit Händen und Füßen? Also, wenn man eine Pyramide so gut baut, ist man schlau, oder wie jetzt? Ja, dann... Ist man eine Pyramide angeguckt? Ich sag ja nicht, dass sie dumm waren, aber... Zu der Zeit, wo sie keine... Ja, okay. Ich sag ja nicht, dass sie dumm waren. Zu der Zeit waren sie einer der höchsten Völker zu der Zeit, ja. Ja, genau wie die... Ja, ich glaube, die Pyramiden... Und... Und... Das sind genau wie die Sumara in Irak oder Aschuren. Ja, aber Pyramiden gab es ja nicht nur in Ägypten, ne? Ja, aber... In Mexiko, da gibt es auch irgendwo sogar, man sagt sogar in... Ja, vergleich doch diese Pyramiden nicht mit den Ägypten, ich bitte dich. Das sind doch nicht die gleiche, das ist nicht mal ein Drittel davon. Also, wie gesagt, alles, alles was... Ja, aber nicht so groß, nicht so groß. Ja, spielt doch keine Rolle. Ja, überleg dir, geh mal 3000 Jahre und trag mal so einen Stein so hoch. Die Leute immer noch, die finden das nicht raus, wie die das gemacht haben damals, vor 3000 Jahren. Es gibt so eine Insel, dass ein Berg, das sieht aus wie ein Elefant, das finde ich viel heftiger. Ja. Ja. Ja, aber es ist Insel, das ist äh... Gott ist äh... Gott hat das gemacht, vielleicht. Wie siehst du? Das ist ja was anderes. Mhm. Aber nicht Pyramiden. Guck mal die Steine an. Mhm. Warst du in Ägypten? Ich war in Ägypten. Alter, der Pyramiden ist noch gut. Was bist du mal? Du bist in Iraq, ne? Nein, nein, Iraker. Ach, Iraker. Geh mal nach Irak, wo... Ah, bist du Schiach? Wo... Nein, nein. Ich müsste nicht. Nein. Nein, nein, wirklich. Ich müsste nicht. Ja. Iraker sind doch eigentlich zu 90% schwer. Also guck mal in diesen Hadith... Nein, Mann. Gott benutzt. Wörtlich sich mit dir hinlegen. Es wird oft mit der Bedeutung hinlegen, um SCX zu haben verwendet. Also im Arabischen steht das Wort für SCX hinlegen und schlafen. Nein. Es wird verstanden, dass Mohammed sagt, dass sie, weil er mit ihr geschlafen hat, für ihn wie eine Ehefrau geworden ist und daher als Mutter der Gläubigen betrachtet wird. Dies wird angeblich verhindert, dass sie im Grab gequält wird. Da muss sie mit glauben, dass Menschen, die auf den Tag des jüngsten Gerichts waren, im Grab gequält werden. Es ist eine Erklärung von deinem Gelehrten. Es ist ein Schar, also eine Erklärung zu diesem Hadith. Also den Druck zu reduzieren bedeutet, dass die Qual nicht so groß sein wird, weil sie eine Mutter der Gläubigen ist. Nachdem Mohammed mit ihr geschlafen hat und die Verbindung vollzogen hat, in Kanz am Umal der Schatz der Taten von Ali bin Hossam herausgegeben, Beirut 1989, Band 13, Seite 609, 610, Hadith Nummer 37609, 37611, sagt er an Mohammed, bin der Vater mein Unfall, bla bla, da wird das hier nochmal alles erklärt. Also laut deiner Erklärung, den Schar zu diesem Hadith, wird dieses Wort benutzt, um hinlegen, um Sex zu haben. So. Okay. Die in meiner Telegram-Gruppe sind, die haben das jetzt, ich habe das jetzt in die Telegram-Gruppe geschickt. Okay, aber jetzt, jetzt mal ehrlich. Er legt sich hin. Wie soll er denn jetzt mit ihr Sex haben, wenn er sich hinlegt? Ja, wie, du weißt nicht, dass in Pakistan, guck mal, guck mal, guck mal, du weißt, dass in Pakistan die Gräber abgeschlossen werden mit Zäune und Mauer, dass sie nicht die jungen Frauen da ausgraben und mit ihren Bum-Bum haben. Nein, es liegt daran, dass die... Bruder, du hast mir das... Weil die angebetet werden. Okay, ich zeig. So schön. Also für Sex gibt's Paarung, Beischlaf, über sie kommen. Und... Guck mal, ich habe mir gerade eine Erklärung zum Hadith durchgelesen. Ja, aber für Sex... Kannst du sagen, was du willst. Für Sex gibt's Geschlechtsverkehr, über sie kommen, ähm, dann gibt es, was gibt's noch... Also wenn, wenn was über sie kommt, äh, Paarung, Beischlaf, Geschlechtsverkehr... Das sind so eigentlich so, wo man sagen kann, das ist Sex. Bruder, hast du schon mal überlegt, so als, 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 als professionelle Ausreden Ding, gibst du einen Job, wo man nur Ausreden findet? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal hier, guck mal hier, parents in Pakistan lockt Daughter's grave? Read to know the truth. Wenn ihre Töchter sterben, sie müssen ihre Gräber abschließen, weil sie rausgegraben werden, und laut Sunna hat man dann mit ihrem Beischlaf, ne? Ja. Rizk, jetzt musst du Mashallah sagen, so wie sich das gehört, ne? Für eine anständige Monster. Ja, ich seh's. Äh, ich hab kein Sex. Äh, ich hab kein Sex. Was sind jetzt Sex? Na, bei solchen Sachen, ne? Die Kurs, äh. Ich such dir die Stelle raus. Du was mit Ex-Muslim, aufhör, okay? Ja, warte, warte, warte. He named Harris Sultan, ein Ex-Muslim-Atheist, ein Ex-Muslim-Atheist, der Aktivist ist, und halt solche Sachen in seinem Buch kritisiert. Hier geht's um sein Buch, das wird hier erwähnt. Nicht, nicht, nicht. Ja, da sag schon alles. Also, du brauchst mir gar nichts zeigen, da sag schon alles. Ja, aber warum? Bruder, was ist Necrophilie? Warte mal, was ist Necrophilie? Äh, ja. Was ist Necrophilie? Ja. Ja, aber das hat der ja so gemeint, ne? Mashallah. Nein, nein, nein. Das passiert in Pakistan wirklich. Das passiert in Pakistan wirklich. Rizk, ganz ehrlich, es gibt viele Videos auch. auch auf Arabisch, dass man darf. Ehrlich. Ja, gut, wie gesagt. Ich lücke dich nicht an oder sonst was, aber ich finde das abartig, ne? Aber, dass man das darf überhaupt. Nein, die Sache ist so. Ja, guck mal, wenn ich das bei Dings eingebe, ne? Parents in Pakistan, Locked Door. Grave. Guck mal, wie viel dazu kommt. Warum sie das machen. Guck mal, wie viel dazu kommt. Einfach mal lesen. Lesen. Und dann lesen, warum die das machen. Woher kommt das? Und dann kommt man, dann geht man die Spur so zurück. Nicht Imam fragen, selber suchen. Und dann, ah, das ist Zona des Propheten. Ah, da kommt man auf Kanzerl um mal. Und dann lesen, lesen. Und dann denkt, du musst ja kein Christ werden. Aber du kannst dir diesen Satanismus ja mal lassen, ne? Ja. Das ist die Frage. Guck mal, das, was ich dir erzähle. Warte, warte. Das, was ich dir erzähle, das ist arabische Kanäle, die Interviews machen. Verstehst du? Nun, die Sache ist so. Ey, vergiss nicht Mashallah. Schaust du, was ich hier aufhabe. Die Sache ist so. Bruder, geh mal weiter zurück, geh mal weiter zurück. Aber die Sache ist auch so. Oh, im Islam ist es aber Haram, Gräber, Ossugram. Naja, hier zeigt es etwas anders. Ja, das. Beruhig dich mal hier. Ja, aber gut. Finde ich schön. Nein, nein, sehr gut. Aber das sind ja fremde Frauen. Ja, das spielt ja hier keine Rolle in dieser Hinsicht. Du musst nur Mashallah sagen und sagen, wow, ich liebe meinen Propheten. Danke, Mohamed, für diese Schöpfung. Ja, aber was darf man denn einfach so mit deiner Fremde sagen? Die islamischen Gelehrten erlauben Leichenschändung. Mashallah risk. Du musst immer Mashallah sagen, wenn ich das sage. Ja, guck mal, die können erlauben, was die wollen. Jetzt ist die Frage nur, ist das wirklich Halal mit fremden Frauen? Das sagt dein Mohamed. Was du denkst, ist irre. Okay, also Mohamed hat gesagt, ihr dürft mit alle fremden Frauen... Na, warte mal. Als Mohamed gesagt hat, wer hat heute kein SCX gehabt, der soll mit dir in den Grab reinsteigen, waren sie auch nicht verheiratet. Der hat gesagt, der SCX im Grab macht dann, also ist es dann deine Halalfrau. Also ich hab's doch vorhin in der Erklärung dir gelesen, dass sobald du im Grab... Ja genau, sag mal, ich kenn die Nadine. Ich kenn die Nadine. Ich kenn die Nadine. Ich weiß auch worum es geht. Nein, nein, ich hab die Erklärung, die Schar dazu hab ich doch gelesen. Guck mal. Das war aber nicht das... Guck mal. Das wird ein Junge, ein kleiner Junge... Guck mal, Eben Abbas als Vater... Nein, aber er sagt doch, dass der Beischlaf im Grab sie automatisch zu deiner Ehefrau macht. Das hat doch... Guck mal, das Problem ist, es gibt für alles eine Antwort. Also Mohamed hat schon für alles eine Antwort gesucht. Er sagt doch Beischlaf im Grab, damit der Moslem sich nicht Gedanken macht, wo ist es meine Ehefrau. Nein, der Beischlaf, der sorgt dafür, dass es deine Ehefrau ist. Nein, 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 nein. Ich weiß, worum das da geht. Okay, ich lese nochmal. Ich kenn das. Ich lese nochmal. Oh, hier haben wir sogar ein paar wunderbare Verse aus den wunderbaren Büchern von RISC. Herr RISC, geh mal hier rauf. Sogar mit Quellenangabe. Da kannst du wieder Marschaller sagen, ne? Aber... Aber rein Ticker. Ulvan, du kannst mich klein machen. Bruder, kannst du diesen Link in die Telegram-Gruppe rein machen? Na klar, Bruder. Alles kannst du hin. Ich würd's gern selber nach. Ich hab jetzt in die Telegram-Gruppe die Erklärung zu diesen Hadiths. Ja. Im Trauerzug des Propheten, ich sah wie sie Augen und Tränen vergossen. Er sagt, gibt es unter euch der, der keinen Nachtgeschlechtsverkehr hatte? Da kam ein kleiner, ja. Nein, nein, nein. Abu Tal antwortete, bejahend. Und so sagt ihm, also mit dem Grab zu nennen. Also ich kenn einen Hadith, das ist genauso, was du gesagt hast. Und das war ein Junge, ein kleiner. Nein, steht nichts von einem kleinen Jungen. Aber das ist sicher nicht. Ich kenn das aber, den Hadith. Chris, was soll ich zu dir sagen? Du musst ja kein Christ werden, aber... Irgendwo hört auch jeder Spaß auf, so. Ja, du, ich hab Respekt trotzdem von diesen Menschen, die ihre Frau lieben. Ich misch mich gar nicht ein, was Menschen machen mit ihren Frauen. Ja, wir reden ja nicht gerade, was du denkst oder was du musst. Es geht nicht um Menschen, es geht um ein Gott. Es interessiert nicht um ein Gott, der einfach alles erlaubt, außer Schweinefleisch. Ja, Olban, Olban. Guck mal, mein Respekt an euch allen. Mich interessiert nicht, was ihr mit eurer Frau macht. Mich interessiert nicht, was eure Väter mit eurer Frau macht. Weil letztendlich jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Erstens. Zweitens. Wenn es einen Mann gibt, der seine Frau so sehr liebt, was würdest du dann machen? Letztendlich kannst du nichts dagegen machen. Weil er liebt seine Frau so... Es geht nicht um den Menschen immer noch. Es geht nicht um den Menschen. Es geht um den Gott, der das als Halal erklärt. Ja, bleib mal schön bei deiner Religion, der als Halal macht. Ausweichen mir. Ja, aber meinst du, Gott hat Gefühle, oder wie meinst du? Hat er Gefühle? Hat er Schmerzen? Hat er solche Schwächen? Ja, wenn ich mir jetzt deine Hadith rein, da steht, Gott schämt sich, Gott wendet seinen Blick. Wieso geht das Symbolien nicht weg? Wie bitte? Nee, ich hab kein Problem mit meinem Bildschirm. Wir haben unser Bestes versucht. Ja, Rizek. Alles gut, Mann. Du hast es gefallen. Ich kann noch hinzugehen, dass zum Beispiel Gottes auch... Aber es muss mit Lot. Ja, absolut. Aber wir haben das Beste versucht. Und ja, er will das nun mal. Es gefällt ihm nun mal. Rizek, Lot ist für uns ein mahnendes Beispiel. Lot ist für uns kein Prophet. Es ist ein mahnendes Beispiel in der Bibel. Lot ist aber für euch ein Prophet. Also du müsst den Gedanken machen. Lot interessiere ich mich überhaupt nicht. Nein, Lot ist für uns kein Prophet. Aber wurde er eigentlich kritisiert? Er ist ein mahnendes Beispiel. Ja, davor wurde Sodom und Gomorra komplett platt gemacht. Wegen solchen Sachen. Wegen welchen Sachen? Er hat zugelassen. Genau solche Sachen. Also hat Gott einen Fehler gemacht? Weil er hat dann ihn vergessen? Wieso hat Gott einen Fehler gemacht? Also Lot hat zugelassen. Warte mal, als Allah die Menschheit mit der Sintflut ausgelöscht hat und danach trotzdem das Sündenfuhl weitergeht, hat Allah einen Fehler gemacht? Die Menschheit? Ja, bitte. Du meinst doch nicht, also die Bibel sagt ja Menschheit, ne? Was? Die Bibel sagt, dass die ganze Welt überflutet war, ne? Ja, was sagt Allah im Koran? Soweit ich weiß. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Soweit ich weiß, ist das nicht die ganze Welt. Nee. Was sagt Allah im Koran? Soweit ich weiß, ging es da nur um diesen Volk, da was gewarnt wurde. Soweit ich weiß. Aber, Allahu Alem, vielleicht liege ich auch falsch. Ja. Sur 11, warte ich. Ja, ja. Es ist nur um dieses Volk. Nur um dieses Volk. Okay. Das wusste ich nicht. Nein, nein, nein. Nur um dieses Volk. Und Lot wollte was machen. Denn Allah hat gesagt, nein, lass mir das. Was ich aber sagen kann. Was sagst du eigentlich? Ja. Also es macht Spaß. Also ich finde eigentlich, ich weiß nicht, warum viele dich hassen. Aber eigentlich kann man ja mit dir reden, ne? Klar. Klar kann man mit mir reden. Klar. Natürlich versuchst du jetzt alles so, was du hörst und siehst, hier rein zu... Nein, 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 nein. Nicht hörst und siehst, sondern was er liest, bitte, gell? Ha? Rizk nicht hier wieder... Ja, weil er sagte ja doch im Video gehört. Er liest... Rizk, die hassen... Guck mal, die hassen mich nicht. Die hassen mich nicht. Die hassen ihre Quellen. Die Muslime hassen ihre Quellen. Die hassen mich nicht. Ich zeige halt alle unangenehmen Quellen, die es gibt. Und ich finde sie. Das hassen die. Mich hassen sie nicht. Sie hassen eigentlich das, was wir finden und dass es das gibt. Das hassen die. Mhm. Ja, wer hat denn zuvor auf TikTok darüber geredet, dass man Menschen essen darf? Dass man Necrophilie... Die meisten Themen habe ich hier auf TikTok gebracht. Mhm. Soll ich dir ein Hadith rausholen? Soll ich dir das vorlesen? Auf Arabisch, Baba. Ich kenne nicht... Solche Hadiths gibt es nicht auf Deutsch. Ich habe die auf Arabisch. Von Sahih Bukhari. Mach mich groß. Bitte. Warte. Du siehst aus wie dieser Hassan da. Hier. Apotanga. Jetzt hast du ein Foto von mir. Warte. Nein, das ist gut. Ich bin nicht so einer. Ne? Das hörst du. Weißt du? Guck mal. Ovan macht heute Nacht durch. Leute, ich bin eh im Hotel. Ich habe eh nichts zu tun. Oder bist du nicht alleine? Hallo? Hallo? Ich glaube, ich habe eine Frage. Kann man sehen? War Adam der erste Mensch? War er ein gutes Sohn? Oder? Danke. Kann man sehen? Kann man sehen? Ja, man kann sehen. Kann man drei Follower reinkommen? Kann man drei Follower reinkommen? Wann ist alles möglich? Der gibt alles. Ja, aber ein anderer Land ist er, glaube ich, ja. M, 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 ich nehme dich mal runter. Stell noch mal eine Anfrage. Ich nehme dich gleich hoch, ja? Warte mal. Ich habe den auch nicht zu verstanden. Das war das Thema immer. Guck mal. Ich habe nicht verstanden, was hat er gesagt? Soll ich dir vorlesen? Das ist schlecht, Bruder. Wo ist es? Ja. Ja, lese mal vor. Ja. Faman yel ab, ja. Faman yel ab, bis sabi. Ne? Also. Faman yel ab, derjenige, der mit dem Kind spielt. Inna ad khalahu fi. Also, hat in ihm reinkommen. Hat in ihm reingemacht. Mach mal was. Hat in ihm reingemacht. Also, muss ich dir doch nicht erklären, mein TikTok. Guck mal, wie lang dieser Text ist. Und sagst du, er hat einfach bei ihr reingemacht. Da, wo grün steht, man. 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 Da, wo grün steht. Ja? Ja. Ja. Soviel. Soviel. Aber das. Soviel. 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 Nein. Soviel. Nein. Ja, aber das geht um dieser, um dieser Buch von Bukhari. Warum schreibt man sowas? Was steht denn da jetzt alles? Ist das Sahih? Das ist Bukhari, ja. Ja, Bukhari gibt es auch. Es geht Sahih von Sahih al-Bukhari. Ja, guck mal. Faman yel ab, al-Sabi. Also, wer derjenige, der mit dem Kind spielt. Ne? Ja. An adkhalafihi. An adkhalafihi. Also, das heißt, oder? Ich mach einen Screenshot. Kannst du diese Kommentare wegmachen? Ich mach einen Screenshot. Mach mal die Kommentare weg. Ich mach einen Screenshot. Ich mach einen Screenshot. Ich will mal gucken, ob der das übersetzen kann. Wer? Wer? Adkhalafihi. Fala yatazawajuna ummahu wa yahya an gayru ma'ruf. Also, wer mit einem Kind spielt und hat ihn reingemacht, dann darf er nicht seine Mutter heiraten. Sonst ist das unerkannt. Boah, du Scheiße. Wo bleibt der Mashallah-Typ? Der muss noch Mashallah sein, ne? Das ist ja eker. Soll ich dir? Hier, ich mach dir noch ein anderes Screenshot. Warte. Ne, Scheiße. Ich kann es versuchen. Scheiße. Hier. Scherach. Scherach. Guck mal. Scherach. Hadith. Raqam. Die Nummer. 5105. Ne. Der Buch heißt. Al Nisa. Nikah und Nisa. Also. Die Frauenrechte. Die Frauenrechte. Ja, kenn ich. Hier steht da oben. Mach dir auch Screenshot. Aber das müssen doch eigentlich bei... dieses 100 Punkt Komma und so alles auch geben, ne? Ich glaube, solche Bücher gibt es nicht. Solche Bücher werden verschlossen. Nein. Ich glaube, solche Bücher... Hey, überleg dir, weil die so einfach... Aber, aber ich stell dir vor, warte, stell dir vor, meine Tochter ist ein Zehnjähriger und dann holt dieser Buch und liest sowas. Denkst du... Marcel, was steht da? Was hast du gesagt? Wenn dieser Buch bei mir zu Hause... Was steht in diesem Text? Kannst du alles erklären, was da steht? Alles. Ich kann dir alles erklären, aber das geht nur um das hier. Um das hier. Verstehst du? Warum steht das? Warum steht das? Wer mit Kindern spielt und aus Versehen, aus Versehen, hat er in ihm reingemacht. Dann darfst du seine Mutter nicht heiraten. Verstehe ich nicht. Wenn du mit Kindern spielst, dann darfst du mit seiner Mutter nicht machen. Was ist das in Deutsch? Ja. Nee, heiraten. Nicht machen. Heiraten. Heiraten. Quatsch ist die richtige Aussage. Sehr gut. Ich hab das nicht verstanden jetzt. Kann das einer anders erklären? So, Leute. Ich glaub, wir beenden das ja. Ja, ja. Es hat keinen Sinn. Ja. Hast du das denn verstanden, was das meinte? Ja. Na, wenn du aus Versehen in das Kind ejakulierst, darfst du die Mutter nicht heiraten. Ja. Also, ein Vater, der mit seinem Vater... Nein, nicht Vater. Ein Kind. Irgendein Kind. Okay, irgendein Kind. Ein Fremder. Ja? Ja. Mit wem gespielt? Wenn du als Erwachsener Mann mit irgendeinem fremden Kind spielst und dann aus Versehen in ihr ejakulierst, darfst du nicht die Mutter des Kindes heiraten. Jetzt musst du noch schön Mashallah sagen, so wie es sich gehört für einen guten Mausländer. Vergesst nicht, Mashallah zu sagen. Du hast ein Foto von beiden, da steht welche Gitarre von Bukhari oder steht da? Ich konnte alles lesen, aber es geht nur um diese paar Wörter. Wie kann man sowas in so einem Buch schreiben? Das ist erstmal ein Hadif, ne? Ne, das ist nicht ein Nadif, das ist ja eine Auslegung. Das ist Sahih Bukhari. Das war ja eine Auslegung, ne? Sadiq, das ist Sahih Bukhari. Ja, ja, aber eine Auslegung, ne? Nein. Eine Auslegung, ein Schach ist eine Auslegung, Schach. Kitab al Nikah. Ja, aber das ist eine Schach, oder wie das heißt? Oh, ich kann das nicht wirklich aussprechen. Kitab al Nikah, das heißt Geschlechtsverkehr. Also, da gibt es extra Buch für Geschlechtsverkehr. Ein Schach war das, oder wie heißt das? Ich kann das nicht gut aussprechen. Nein, das... Guck mal, Guck mal, Bukhari, Muslim. Sie haben zum Beispiel, Muslim hat Buch der Kleidung geschrieben. Sie haben zu verschiedenen Themen verschiedene Bücher geschrieben. Das meinte er. Aber hat das jetzt Mohamed gesagt, oder was? Hat das Mohamed gesagt? Ja, sie werden doch die Überlieferungskette haben und sie werden dann Bezug haben. Hallo, hat das Mohamed gesagt? Das ist Gesetz. Das ist der Gesetz, sage ich dir. Das ist auch ein Gesetz, was ich meine. Okay, okay, alles gut. Chris, Chris, ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke für das nette Gespräch, ne? Ja, danke auch, ne? Wahnsinn. Ja, du bist immer gerne herz... Ja, alles gut. Alles gut, lass mir das. Lass mir das. Ich will dir auch mal nix mal paar christliche Fragen stellen. Ja, kannst du gerne... Entschuldigung, ich habe dich zu schnell runtergenommen. Bitte entschuldige. Du kannst mir gerne christliche Fragen stellen das nächste Mal. Du bist herzlich eingeladen. Ich habe dich nur, aus Versehen, zu schnell runtergenommen. Alles gut. Ich wollte jetzt keine Streit um die Uhrzeit. M, du hast eine Frage. Ja, ich habe eine Frage im Christentum. Was für ein Adam, der erste Mensch? Ist er ein gutes Sohn oder ein Schweizer? Nein, er ist einfach... Nein, nein. Er ist Mensch. Er ist einfach nur ein Mensch. Wie wir alle. Ja. Ja. Ach du, okay. Ja, das war die Frage. Danke. Ja, okay. Alles gut. Aber, äh, ist das nicht... Bei Christen ist er nicht Prophet? Nein, er ist kein Prophet. Das macht keinen Sinn. Guck mal, bei den Muslimen ist er Prophet. Aber von wem war er denn Prophet? Er war der erste Mensch. Das ist das hier. Nein, ich sag mal, das ist der Prophet von seinen Kindern. Guck mal, weil seine Kinder sich gegenseitig umgebracht haben wegen einem... Ja, da war es aber ein sehr schlechter Prophet. Ja, deswegen ich glaube... Das war ein sehr schlechter Prophet. Karlo, Adam ist die erste Schöpfung Gottes. Das heißt, der Mensch einfach. Der erste Mensch. Susi. Ja, Gottes Segen. Ja, aber warum ist er bei uns so Propheten? Weil für Allah sind alles Propheten. Ihr habt ein bisschen mehr Propheten als wir, Bruder. Und das ist ein großes... Ihr habt 124.000 Propheten, Karlo. Ja, ich komme selber aus einer Stadt in Irak. Und da alleine in dieser Stadt gibt es vielleicht 5 Propheten, 5, 6 Propheten. Jonas, Schied, Jarjiz, Ibrahim, keine Ahnung. Da gibt es viele da. Und weißt du, wenn du den Namen aller 124.000 Propheten auswendig lernst, werden die alle Sünden vergeben. Ja, aber das Problem ist, gibt es einen Propheten zum Beispiel in Mosul, Nebi Schied und Nebi Jarjiz zum Beispiel. Auch Prophet Nebi Jarjiz. Er heißt das Prophet Jarjiz. Und die finde ich gar keine Geschichte über ihm. Keine Geschichte. Nicht im Koran, nicht im Hadith, nichts. Das macht keinen Sinn. Ein Prophet ist, der nicht prophezeit hat und direkt mit Gott gesprochen hat und nur seine kleine Familie hatte, wo alle mit Gott gesprochen haben. Was hat Adam prophezeit? Ah, Mann. Urban? Ja? Ich habe eine Frage, deswegen bin ich hochgekommen. Erstmal Dankeschön für deine Aufklärungsarbeit und ich liebe deine Streams. Dankeschön. Danke, dass du dir die Mühe machst. Urban, du hattest mal erwähnt in einem Stream, dass ein griechischer Philosoph schon damals vor dem Koran, also geschrieben hatte, dass… Die Embryologie geschrieben hast, Hippokrates, Galenos, tausend Jahre vor Mohammed. War der derjenige, der gesagt hat, dass Frauen auch Spermien haben? Es geht nämlich da drum. Ja, ja. Ja, genau. Wie hieß er, damit ich mir was ausschreibe? Sie haben das Problem falsch. Äh, willst du in meiner Telegram-Gruppe? Nein, leider nicht. Nein, dann schreib mir privat, in meiner Telegram-Gruppe habe ich eine Arbeit darüber geschrieben, mit allen Quellen von Hippokrates und Galenos, wo welches Buch sie was geschrieben haben, was der Koran mit welchen Fehlern kopiert hat. Ja, das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, schreib mir privat, ich schick dir das, dann hast du das gleich alles. Mach ich, Urban. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Gottes Segen euch allen. Ja, nichts zu danken, Gottes Segen. Ich lausche dann noch ein bisschen und ja, bis dahin, ihr Lieben. Kein Problem. In einer halben Stunde mache ich ASMR, da könnt ihr einschlafen. Gerne. Ja. Okay, Leute. Pssst. 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 Nummer 60, 48. Ihr dürft kleine Babys auseinandernehmen. Pssst. Menschen essen. Menschen essen. Pssst. 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 wo ich das das erste mal gelesen habe ich habe wo ich das das erste mal gelesen habe ist wo ich das erste mal gelesen habe dass man abtrünnige essen darf ich habe mich tot gelacht ich konnte nicht mehr meine frau wollte schon diesen hier von von wie heißen die erfunde dass sie mit der zwangsjacke kommen und ich in ihren haus abholen die wollte sie rufen ich lache und sagt man darf menschen essen die dachte ich bin durchgedreht die dachte mir geht es nicht mehr gut bis sie bis ich ihr erklärt habe dass ich wirklich gerade gelesen habe dass man erlaubt abtrünnige zu essen wo ich mir denke wer hat sich das ausgedacht also das wurde das ist eine danke ich habe ich bekomme nachricht wenn ich bekomme nachricht und ich schreibe mir dein 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 fleisch ist halal zu sie danke vielen dank nachbarn diese abtrünnige leute ihr dürft kein schwein essen ihr dürft kein schwein wird aber euren dicken nachbarn aber was ist was ist wenn der nachbarn auch schweinefleisch gegessen hat ja das ist eine frau carlo carlo weiß was aber das riesenproblem ist weil in diesen hat in diesem buch von der von ihm nach ihm mal schaffe in der nach ihm mal schaffe steht dass du das prophetenfleisch nicht essen darfst und du weißt dass nach dem tod von mohammed die ziege den koran abrogiert hat somit sind ziegen somit sind ziegen auch propheten und warum essen die ziegenfleisch aber immerhin haben die sich gedanken gemacht das fleisch von propheten zu verbieten falls mohammed doch die religion verlassen hätte dass die nicht gegessen ja ich will sparte sparte aber gerade ich will gerne wissen welches sieger war das und was ich dann in dieser versen oder welches oder war das das war ein erster stelle eines erwachsens und der steinigungsvers zehn mal aber da ist dann für zehn mal anstelle nicht punkt mal ja dann ist man abrogiert ja ich weiß von zehn auf fünf mal ein gott der sagt deine frau soll die brust fremden männern geben damit du dein kopftuch ablegen kannst über war alles genau das problem das problem welcher frau da war ein ja weißt du in dieser zeit die war nicht mal richtige frau und siehst du die waren aber weißt du was carlo darauf gibt es noch eine antwort im islam kam selbst eine jungfrau milch geben das ist eine islamische bombe sie haben auf alles eine antwort sie haben auf alles eine antwort ich habe das in meiner arbeit geschrieben über ich habe ich schreibe immer solche pdf für für christen ich schreibe die immer und da habe ich hier geschrieben und falls muss sie mir behaupten ich konnte keine milch geben ich habe diesen hadith darunter geschrieben dass bei ihnen steht da selbst eine jungfrau milch geben kann und du weißt bei 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 ich will jetzt nicht auf die andere religion gehen als gibt ja noch eine gruppe im islam die sagt dass männer auch gestellt haben ja das selbst selbst männer mensch gegeben haben zu not marshal aber also sagen ein becher die sagen im becher haben die gegeben welche die kommen die man sagen besser gesagt der andere sagt ja wenn im becher wäre dann sind wir auch alle sind der sind der siegensohne und kuhsohne die trinken auch ja ja da kam ein imam hat sich geschämt er sagt nein das ist nicht 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 mund an den dings sondern im becher ist aber der andere team sagt ja dann bin ich auch ein ein sohn der kuh oder ziege trinke ich auch aus dem becher milch kaufe ich auch ein und trinke ich bin ich auch siegensohne oder was gott es ist mohammed false prophet ich habe die arbeiten geschrieben ich schreibe so pdfs für christen zu fertige debatten und sowas ich schreibe das ich islam ist die wahrheit bruder weil gott nicht sterben kann ja das stimmt gott kann nicht ja karlow du bist muftat ne du musst aufpassen ich glaube wir alle drei müssen hier aufpassen wir werden nachbarn als moslem haben meine pdfs gibt es in meiner telegram gruppe leute wer rein möchte muss mir privat schreiben die gibt es nur in meiner telegram gruppe ihr unterstützt mich in meiner gruppe und dafür kriegt ihr alle meine sachen kostenlos aber wie gesagt karlow du hast mein tiefstes respekt dass du dich wirklich davon hier dass du den islam dem respekt hast ja weil ein imam mich bezeichnet als als hs oder oder meine kinder hs sind was soll ich ihm sagen nur weil ich dann nur weil ein hadith steht mein talak salat von kafir also wer nicht betet ist ein kafir also ist mein war mein heirat heirat bei ihm bei imam unerkannt und dadurch ist unerkannt meine kinder sind auch kurz gesagt hs sohne du bleibst doch nicht bei dieser religion ich bitte dich also ich überlege nur die ganze zeit wenig wie essen soll ob ich aus karlow salat machen soll aus sparta kebab das ist also warum wir bleiben deinem frauen islam das ist ihre entscheidung ist wenn sie sich doch nicht dazu ich bin doch kein muslim dass sie sie ist dazu springe dass sie ist ihre entscheidung und sie hat die steht auch hinter mir dass ich dass ich das gemacht habe und was sie glaubt also sie ist auch nicht die betet ja nicht und so aber muslim sagt sie ja verstehst du wenn sie dahinter steht ich kenne die doch nicht sagen nein du musst das islam verlassen oder so solange es meine kinder nicht zum islam kommen so lange dass sie nicht koran lesen oder fängt sie an dass sie ist um zum keine ahnung wo ich jetzt steckt oder so da werde ich ein problem damit haben und da wird auch gar kein fahrt das ist ja das was sie an sie was an wie sie glaubt was sie glaubt dass es ihr das ist ich habe kein problem damit das ist auch sehr sehr gut eine gesunde einstellung bruder das ist die freie wille und bei mir ist es dasselbe meine frau ist immer noch muslimer diesbezüglich und ich bin christ und meine kinder werden christlich erzogen in diesem sinne das habe ich ihr auch so gesagt aber ich zwingen das dürfen wir ja man sieht man also man sieht auch nicht dass sie dass meine frau auch das islam richtig ernst nimmt sonst wäre sie nicht mal einen tag mit mir zusammengeblieben es ist wirklich so und ganz ehrlich manchmal gehe ich live und hört sie mir richtig zu und sie kommt auch sie hört zu wenn ich auf arbeit bin und sie sagt ja und sie manchmal sie manchmal solche sachen die ich nicht auskenne die die sagt mir nein ist nicht so ist so sie weiß dass mehr so ist wirklich so und das ist ja es ist nicht einfach das leben für einen der sich gegen das leben also ich bin wie gesagt ich habe die kamera gezeigt dass ich hier eine wand zur und ich kann auch lesen ich kann immer lesen und da verstehe ich auch immer mehr nicht dass ich sofort nehme wegnehmen und müde schmeißen das ist respektlosigkeit weil man immer noch was meine ganze ganze familie sind muslims und man soll aus dem islam treten aber doch nicht gegen seine familie sein nein da bin ich ganz andere meinung meine familie die wissen genau ich glaube an nichts mehr nehmen die haben auch kein problem damit ganz ehrlich nur onkels paar onkels haben die problem damit die schicken mir jeden tag videos und sagt man ich schicke dann schicke ich ihm auch ein videos da sagt ja ok ich gebe auf Carlo hier auf tik tok ist ein ehemaliger afghane glaube ich war ein afghaner der hat den islam verlassen und seine seine eigene familie hat äh säureanschlag auf ihn gemacht und sein gesicht jetzt verbrannt ich habe ihn nie auf tik tok kennengelernt ja denkst du denkst du wäre ich wäre ich jetzt ich bin iraker und denkst du wäre ich in irak konnte ich so so freiwillig darüber reden ja niemals wenn sie diese todesstrafe wegnehmen weißt du millionen würden sofort den islam verlassen wenn sie diese todesstrafen diese ja die todesstrafe gibt es ja nicht nein ja die todesstrafe gibt es ja nicht weil kein land offiziell nicht aber die familien machen das ja genau die familien die familien die aus dem die aus der moschee raus kommen die richtig richtig extrem extrem dran sind verstehst du von dir hatte ich zum beispiel angst verstehst du aber vom gesetz da sagt nicht machen wir so besser dafür wir haben ja auch noch juden christen zum beispiel wenn man so glaubt da haben wir jesiden nein aber sie aber du sie selber was ist es mit ihm mit ihr sie denn gemacht haben deswegen die sind ja die glauben ja auch nicht an gott und die sind ja kein christen und juden und die haben die auseinander genommen und das finde ich und seitdem bin ich auch ganz aus dem islam getreten weil das ist mein volk fugo erstmal gottes segen an dich schön für deine entscheidung und möge dich gott beschützen dass seine familie nicht nackentherapie gemacht ja bruder was die islam mit den jesiden gemacht ist halt genau das was mohammed gemacht hat das ist nichts anderes ja so sagen der is hat nichts mit dem islam zu tun der is ist der wahre islam ja ja in vollen zügen guck mal sparta guck mal ich ich arbeite in ein haus jetzt seit ein jahr bin ich da der vater die frau die mutter und er der sind oberärzte oberärzte also nicht normal als oberarzt und ich habe ihm gesagt pass mal auf die sind auf afghanistan und die beten alles sagt du bist arzt du musst doch normalerweise wissenschaftlich du musst das ganze koran widerlegen weil das stimmt nicht alles was was da zum beispiel nicht gesagt ja aber wir sind so damit aufgewachsen ja ja und er findet und das ist das schlimmste da findet jetzt der taliban zum beispiel der taliban jetzt in afghanistan findet er toll gesagt nein amerikaner haben bewegt er findet das toll überlegt der solcher menschen da ist oberarzt und er ist hier geboren fast das meinte ich bin der müsste doch wissen dass die embryologie im koran ich hoffe dass es euch und ich habe eine arbeit darüber geschrieben leute falls es jemand möchte dies in meiner telegram gruppe über die falsche embryologie im koran und wo die das vorher kopiert haben von wehens kopiert haben wer das vorher geschrieben hat mit fehler hippokrates galen und ich habe das alles schon geschrieben falls jemand haben möchte mir privat schreiben guck mal jemand hat geschrieben also ist hier sie denn dein volk ich bin kurde und kurden wir haben christen wir haben hier sie denn und das ist mein volk ob die sie müssen nicht muslim sein um mein volk zu sein ich bin ich bin keine siede aber vor islam entweder wäre ich jetzt aramäer oder jeside das fakt ist das so und jesiden sind mein volk und ist auch so und wäre auf jeden fall ist stolzer stolzer als muslim sein ganz ehrlich ob ich jeside wäre oder oder aramäer weil fakt ist das so da war ich ja nicht muslim vor meinen vorwahren sehr gut nein wie gesagt ich ziehe meinen hut ab du bist ein guter kern bist sehr menschlich sehr korrekt und das ist toll habt ihr das mitgekriegt dass die ex muslimer alle unheimlich sympathisch sind egal wer ihr wenn ich jetzt als ex muslim kennengelernt habe die waren alle ihr seid alle so unheimlich sympathisch ich bin ja in der ex muslimer zum beispiel fahrrad sie ist auf alle ja das ist ja babu amir sparta carlo achmad ex muss egal wenn du nimmst der ex muslim ist die sind alle das ist praktisch die sind ja aber warum 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 ich gehe doch nicht ohne wissen ich trete doch nicht aus dem islam raus ohne wissen verstehst du habe ich gelesen ich habe ich habe ich habe gelesen dann fand ich das nicht gut und das fand ich nicht gut zum beispiel die sagen ja also mutter mutter der muslime ja und dann wenn ich lese sie hatten männer gestellt ich bitte dich doch nicht so behindert dass ich noch daran glaube ja intelligente menschen hat das mit dem wir das mit dem abtrünnige essen den rest für mein lebens gegeben dass einfach eine religiöse ich damit beschäftigt dass man jemand abtrünnige essen kann vor allem wie nicht dass sie sie essen kann sondern wie wie die kochen soll es wie du die schneiden sie machen so weißt so machen das beste das beste wenn die muslime zu mir kommen sagen ach jetzt hast du das islam verlassen ja jetzt findest du gut jetzt kennst du deine geschwister deine mutter hat ich habe du behindert ich komme nicht mal klar dass mein profit mit ein neunjähriger geheiratet und du denkst ich werde jetzt meine mutter oder meine schwester erwarten wie behindert sein ja aber warte warte ja aber guck mal ich habe gesagt gut sei dank gab es dieser vers dass sie eure mutter und geschwister und eure tante nicht heiraten sonst hatte die auch geheiratet ja ich habe gesagt wo wir wie die denken alleine das ist das gedanken alleine ja jetzt hast du keine religion jetzt glaubst du nicht an gott jetzt kannst du deine mutter aber alter das ist meine mutter man tut behindert solche menschen verstehst du solche fragen zu stellen alleine du weißt dass du sagst auch gott ich war eine von dem sogar das mit den abtrünnigen essen steht in dem werk von imam al shafi und man in welchem hotel bist du das wird jemand gefressen ich bin ja kein abtrünniger ihr seid ja ich überlege schon ne karlow wie schwer bist du oder wir lachen darüber wir müssen wir lachen darüber aber es kann ja ich würde mich gerne menschendienst das wirklich passiert ja eigentlich zu weinen das ist echt traurig aber das will man machen gut klären wir auf gut klären wir die leute auf erspart hat was immer noch nicht gemacht oder herz ich gebe dir die quelle ich hatte eingefallen du hast immer noch nicht gemacht sparte sparte ein glas wein mit steckfleisch für jesus jungs was wollte jetzt von mir ich bin so müde für solche geschichten zu dir gesagt sparte du sollst so wie darth wader nein ich rede nicht wie darth wader alle kommen damit rede man wie darth wader ja das geil man mit deiner stimme weißt du muss sagen ich bin dein vater mit deiner stimme perfekt nein 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 ich habe mich immer mit dem so liebe brüder ich verabschiede mich von euch gottes segen danke vielmals es war toll gute noch zusammen er hatte angst deswegen wegen meiner frage er wollte nicht als salat in kamelurin und kamelurin weißt du diese kamelurin geschichte ich komme immer noch nicht klar hätte ich meine eigene urin getrunken anstatt für über einen kamelurin überleg dir mit milch stell dir vor mit milch noch und bisschen eis und den mixer ja hast du einen perfekten cocktail urin cocktail und zwei dattel da drin wenn man so etwas süß haben will dann hast du einen richtig guten Abend mit deiner frau scheiße ja und dann am ende gehst du oben mit dattel getrunken und der kamelurin und dann sie will nicht dann musst du die vermeiden und 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 dann am ende schlägerei kommt so weit ich kann mir meine kamera nicht gerade anmachen wenn ich dann zurückgehe auf kamera kommt das warte ich will das zeigen aber ich muss die kamera mir anziehen hallo bist du immer noch agnostiker ja ok zumindest liest du haben jetzt auf all seinen kanälen gesperrt wer wurde gesperrt ok man ich kann die ja amir wurde auf all seinen kanälen gesperrt ich weiß nicht wie lange krass ich muss ich kann die kamera nicht anmachen leute ich habe das mit dem abtrünnigen heute sehr oft gezeigt ja wir gehen runter wir gehen runter wird und dann kommen wir wieder auch vielleicht ganz gut ich könnte auch was mit dem bildschirm zu tun es hat was mit dem bildschirm zu tun oder vielleicht so wegen stream warte ne 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 warte ich mach dich mal groß ach so ok ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's oh nein nicht dieser typ da ist drin ja dieser chris prince der schreibt kommentare sinnlose kommentare aber kommt nie hoch wirst gleich ihn kennenlernen ich hab ihn überall geblockt wo ich moderator war wer wer ist das in dieser chris prince der schreibt nur scheiße wirst ihn kennenlernen wenn er noch drin ist dann wirst du sehen was er schreibt karlow sie liest du zumindest bibel bruder nein sie sagt nicht aber ich bin ja oft bei euch sie das ist nach der lehre von imam al-shafi das ist für den kommt zur wahrheit typen jetzt zeige ich euch die steckstelle wo da steht ja dann siehst du es gibt das auf dem hadith mit halid ibn walid es gibt dazu noch die aussagen von der al-hazar universität dazu gibt es ein video auf youtube hier könnt euch gerne angucken sehr schön danke dir bruder herz ich kann dir ich kann dir auch video schicken über einen imam der darüber redet der ist übersetzt auch auf deutsch glaube ich hier ich hab ein video von einem imam ja und der ist stolz darüber und stolz sagt er das ja ja hier guck mal guck mal mit lachen guck mal hier guck mal hier kommt so weit schau das video an ich hab dir das video geschickt äh ja hier brauen wir g Visier Thanks kommt zu weit ich habe dir das video geschickt schaut das video an da wird jede seite jede nummer angezeigt im video also ich kann dir das nicht vorkauen bisschen musst du auch selber was machen zu hause essen wird ihm auch vorgekaut der mann hier der reporter der das hier im ägyptischen fernsehen angesprochen hat die hat fünf jahre gefängnis bekommen ja 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 mit tomatenpasta und bisschen salz und pfeffer und kamelurin geheim zutat des kamelurin kamelurin ist ein glas dazu wie im wein das ist ja nicht das ist so nachtig ja aber da muss auch so im fleisch die machen auch weine im fleisch so darin also rummixen das passt ja dann ist der mit dem land bild hallo du bist dieser vampir und ich bin der knoblauch wir drei das ist das ist nichts ich habe solche videos und gott kommt so weit es gibt keine quelle dazu wo man seine mutter heiraten darf das gibt es nicht es gibt solche videos hallo ja wieso folgst du mir nicht folge ich dir nicht nein du sagst mir immer bruder aber folgst mir nicht ja ich habe so viele bruder ich weiß nicht ich habe dich gefolgt aber du folgst mir auch nicht ich habe dich auch gefolgt aber ich bin dein lieblingsbruder kein problem ok leute ist kann man mein hintergrundbild sehen oder soll ich das bisschen größer machen ich habe ihn jetzt erst gesehen allerdings oberen du musst wieder bis in dauer für die sheet machen weil mir ist gerade aufgefallen viele schieten sagen dass so liegen ihre brüder wären aber du und ich wissen ja das ist ja nicht stimmt du musst in diese dauer wieder mal machen sie aufklären wirst du schon hätte noch mal wurde ich verstehe ich ganz schlecht wirst du schon hätte ich habe meine schulde wurde also ich bin der ist aber ich tendiere zum christendom zu kommentieren aber das gut ja nee bruder aber das ding ist die schieten sind ja unsere einigermaßen unsere brüder also wenn es um die schlacht gegen die sonniten tiktok sportlich weil bruder die sonniten sind wirklich eine pestizide das muss ich euch sagen die sind eine pestizide das stimmt also die schiiten sind unsere ähnlich sind uns christens sehr ähnlich naja bis jetzt sind alle schiiten korrekt gewesen ja also ja auch ist ja ordentlich geredet normal mit dir geredet wie menschen ja die menschen deswegen werden die schiiten beleidigen und der schiitischen aber würde ich auch nicht beleidigen weil das ding ist oder die schieten sind auch von wie soll ich sagen also von dem grundbau schon her dem christentum sehr sehr ähnlich auch deren theologie lehnt sich an und an bei den sonniten würde ich das niemals behaupten weil die sonniten kommen mir wirklich nach einem heilentum rüber nach walhalla er hat recht der hände und holt sich auf nee das sage ich jetzt nicht weil ich werde uns wieder gesperrt sei was hast du mal geht geht jetzt mitgekriegt was wir alles jetzt gezeigt haben in letzter zeit bruder also in der letzten halben stunde hier leider nicht bruder dass du abtrünnige essen darfst online oder nicht das schon wieder was tust du wieder soll ich küsse oder ich mache mal nur bei karlow ist abtrünniger ich überlege wie ich ihn essen kann oder ich hab dir eine gute idee mir fehlt mir fehlt mir fehlt ein bein da ist bei big donna da sind ja zu fies und hennepis du kannst du kannst infizieren das ist auch gut eine gute idee du kannst besser berauschen und dann kannst du essen dann spürt er keinen schmerz oder du könntest ihn allerdings aufspießen wie schabbar und aus dem döner machen ja am besten noch käse drauf und gutes appetit aber das nie verstehen warum schwein haram ist und mensch aber wo das ist nicht mal ich weiß mensch war nicht wein ist nicht aber warte ich wein ist nicht haben mich wein ist bei muslimen das weißt du was das ist heilig heilig deswegen ja ja also als ich muslim war habe ich ein schwein habe ich ein schwein auf straße gesehen und der meint hat mich angeguckt der meinte bruder ist aber karlow zu zeiten von mohammed und bis heute gab es nie schwein in saudi arabien warum wurde die als haram erklärt das haben sie von den juden abgeschrieben also von vielen jüdischen gelehrten ja das weiß ich ja weil es macht ja keinen sinn weil es gab dort keine schweine die schweine haben ja so oder weniger mit so botanien gelebt ja das sind aber nicht da wo mohammed war in der wüste ja das wundert mich auch manchmal das hat mich auch immer so gewundert so ich frage mich hey wir wissen ja selber dass das von den juden ja kopiert haben und vom alten testament aber das hat für mich nie sinn gemacht oder das ist so ein ding du gehst im kurankos und das habe ich mal den horcher gefragt also ja es gab schweine damals in meckern medina ist so ja aber es gibt keine aufzeichnung von schweinen vielleicht die die importiert wurden ja aber grundsätzlich haben da keine schweine gelebt haben sie nicht vielleicht will ich weine aber nie eine handelsstadt historisch gesehen ich habe nur eine sache zu sagen während hier rum diskutiert und hass verbreitet und hetzt kommen ich habe ja schon mal gesagt na geht so haben wir predige da bevor du zu uns kommt haben mit kummer ist aber die eigene sicherheit ansonsten habe ich nicht so ein heuchler dicker junge ich habe voll diesen typen auf den schatten zu machen also ich habe ich hatte ich sage ich bin dabei aber oder was wollen wir in arabischen wüste eigentlich also was man da machen sollen auf kamelen reiten auf perser machen und dann die nackentherapie geben oder das das lohnt sich doch nicht wer hat ihm runter genommen er ist unnötig ich habe ihn schon mal selbst gegangen ich habe bin ich runter genommen es selbst gehen aber wisst ihr wenn die muslimia fragt warum sollte ich deine religion wählen als kanal meine konfession die meisten sagen ja die religion ist voll schön all islam ist schön also die haben keine anderen argumente die versuchen das mal so schön zu reden oder es dramatisieren aber selber irgendeinen beweis zu ziehen können sie nicht höchstens diese beweise mit jahr mehrere vermischen sich nicht aber wurde das ist ein wunder der griechen gewesen das war nie ein wunder der muslime gewesen das wurde er später in den koran inkludiert viele wunderwunder später inkludiert und viele wunder sind sogar takia ich weiß diese ganzen zahlenwunder stimmt nicht weil es gibt auf youtube jemanden der rechnet die man nach und zählt auch nach und da kommt immer auf zu dem schluss dass es nicht stimmt und diese ganzen medizinischen sachen ich habe eine arbeit darüber selber ich habe eine arbeit darüber auf meine telegram gruppe über 1000 jahre vorher wurde die improologie von hippocates und galenus geschrieben das ding ist oder da hast du recht selber ich kenne doch den philosophen führer aus alexandria wisst ihr was über wissen was über nix über wen wo die araber über allgemein arabischen links oder nabezianer die damals in arabien gelebt haben das von alle stein anbieter haben die gesagt das war ein stein anbieter selbst das wurde auch sogar bestätigt und das auch das ding ist ich verstehe bis heute nicht alles was wir gerade in der kerbe machen in der kerbe oder beim power oder wenn wir da hat machen das ist einfach alles heiden tun das ist einfach alles heiden das muss zu tun der wusstest du dass es zu zeiten von mohammed einen anderen propheten gab ich weiß oder alle mehrere also in der zeit des propheten ist es gab sehr viele propheten da angebische propheten sind mal so abtrünnige die sich als propheten bezeichnet haben also im allgemeinen arabischen halblinie der erfolgreichste unternehmer muss der immer sie haben den namen muslima von ihm deswegen macht der name muslim als gott abit geben ja gar keinen sinn weil das wort gott kommt ja nicht vor muss der lima hat eigenen koran gehabt und er war mit seinen eigenen geschriebenen versen erfolgreich aber in der zeit wo mohammed mecca keine keine anhänger hatte hatte muslima bereits 100.000 anhänger das steht auch bei ibn kafir in seinem buch über den koran 100.000 anhänger hat er mit seinen eigenen geschriebenen versen und die suche 19 haben sie von muslima genommen in den koran komplett die suche 19 und dieser muslima war von mohammed da und hat auch behauptet von gabriel offenbarung zu bekommen zu haben in einer höhle und da wurde von gabriel ist muslima wie bitte wurde auch von ihm gechockt hat er wurde so einem alles weiß ich nicht dass das gibt es leider nicht und das interessante muslima ist der hat den gott al rahman gepredigt weil du sagst die stein anbeter aber es gab auch muslime die damals den gott rachmann angenommen der barmherzige dieser gott der barmherzige ist kann ich dir mal zeigen wenn ich zu hause wenn ich bin ne wurde ich mein vieler hat sogar von der dritten jahrhundert glaube ich das hat er dann erst dann gepredigt dass die araber stein anbeter sind deswegen das aber auch man kann mir später ein muslima war direkt zur zeit von mohammed da ja das ist ein anderer das ist eine andere periode wurde die andere periode also filon und okay ich stand bei nur perioden wurde zeitperioden okay 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 ich wollte jetzt nur erwähnen ich kann das dann dazu zeigen dass dieser gott al rahman den muslima gepredigt war dreieinig war er bestand aus dem gott rachmann den gesalbten und sein heiligen geist und diese kompletten anhänger von muslima wurden umgebracht von khalid im walid und zwangskonvertiert nach dem tod von mohammed das habe ich auch gelesen einfach nur krank oder dabei erfolgreicher zum mohammed also ich bin euch ehrlich arachmann ich also arachmann sage ich also ich weiß dass muslima auch lesen konnte und schreiben konnte oder nicht er konnte auch lesen und schreiben ja ja also dann denke ich schon dass er hat ihn geheiratet noch was hat er geiratet da gab es noch eine prophetin und sie haben dann beide geheiratet muslima und die andere prophetin oder wo bist du gerade ich bin im hotel nein ich bin im hotel genau dieser muslima und andere prophetin geheiratet und die haben dann zusammengearbeitet ich sage mal ehrlich wären die jetzt wenn sie jetzt erfolgreich gewesen hätten wir das ganze problem jetzt machen wir nicht gehabt weil ich kann mir schon vorstellen dass die meisten der anhänger dann später zum christentum übergetreten wären ja es wäre dasselbe gewesen ist dasselbe gewesen vielleicht weniger brutal dazu also die islamische expansion war deutlich brutaler so sehr wahrscheinlich die war deutlich brutaler 380 millionen menschen hat die islamische expansion insgesamt das leben gekostet das hat kein erster weltkrieg kein zweiter und keine atombombe geschafft somit ist eigentlich der koran die die größte massenvernichtungswaffe die wir auf der erde haben ist der koran ich wollte das ach so warum ich zum beispiel nie an den islam glauben würde ist wenn ich mir diese habe angucke nämlich als mohammed gestorben ist weil wir werden ja nie wissen wer der englische mohammed war weiter die religion wurde korrumpiert danach als mohammed gestorben ist haben sich diese habe alle gegenseitig umgebracht sie haben sein seine tochter umgebracht sie schwanger war sie haben seine enkelkinder umgebracht sie haben sein schwiegersohn umgebracht kann mir irgendjemand erklären wer den mut hatte die familie von dem propheten gottes umzubringen der zu 100 prozent wusste er ist prophet er kommt in die hölle das heißt man hat überhaupt geglaubt dass sein prophet ist das ding ist auch die familie waren ja auch früher auch keine muslim mehr gewesen sie haben sogar gegen mohammed agiert und als der mohammed mecca wieder eroberte dann haben sie ein bisschen nix bekommen bisschen schiss bekommen dann mussten sie ja konvenzieren und dann haben sie da karriere gemacht und halt dann kam jazid lanatullah der zugleich auch mecca zerstören wollte und niemand weinkrug gestorben ist und sie ihn sagen zu ihr sie feiern ihn oder deswegen ich bin ja kein muslim aber ich habe hass auf die sunniten weil sie den menschen feiern der die enkel enkel von seinem propheten umgebracht habe ich bin christ ich kenne mich da nicht mal gut aus ich habe diese ganzen argumente weil ich hier haben sie seit 200 jahren ich höre ich hier haben sie da hatte ja noch schwarze haare also so lange höre ich mir schon auf youtube an jetzt auch aus der profit oder aber aus der profit ja kenne ich ja das ding ist der typ kam aus der sufi sekte und ich habe mal mit ihm geschrieben sogar er selbst meint wir machen wir macht der sunniten tun oder allgemein was zu achten noch mal gehört keinen sinn weil sie auch gegen die familie des propheten agiert haben und auch die wahre botschaft des korans korruptiert haben richtig danke dass du das sagt ich hatte wir werden nie wissen was der koran eigentlich war und wer mohammed war werden wir nicht nur haben gestorben ist hat abu bakker 500 hat die bücher verbrannt 500 ja warum warum gibt es da war der ganz schnell da war der aber ganz schnell mit dem verbrennen ja warum gibt es diese schuite und sunniten ja nur wegen des sahabas und der ersten fitner es gab es ja die schlacht um das kanal dann sind ja das entscheidende also schia heißt mehr oder weniger anhänger von ali es gab es der muawiyah ibn sufyan das war ein bürgerkrieg gewesen halten raschid und khalifat wer der nächste khalif sein sollte also alle wurden der vierte khalif aber dann wurde natürlich ja umgebracht von den muljim logisch ist der das war ein anhänger von muawiyah gewesen dann wurde muawiyah khalif und somit haben sie auch noch ding ist die umayyan-dynastie halt estabiliert und weißt was die umayyan gemacht haben bruder ich weiß jedes jahr den utman koran sie haben den utman koran umgeschrieben und das wird auch viele einige auch schockieren das ist wohl auch historisch sogar belegt in damaskus an freitagsgebeten hat man damals wenn man die moschee reingegangen bis haben sie so teppche gab wo die namen der 80 betraut stand und die haben darauf getreten dazu noch dazu inkludiert oder das würde ich das wird euch umbauen sie haben mitten im gebet die 80 welt und ali verflucht also ihr proben hier die spreche den entsprechenden koran hier er kann ich das heute kann das ist das kann ich bestätigen wir haben einiges gemacht oder wir haben einiges gemacht ich spreche ich meine ich meine 17 jahren gerade sagt man 17 jahren warte und da sind diese erste zehn leute die sind in paradies gebucht also der ticket ist gebucht in paradies die landen im paradies und diese zehn leute das stimmt nicht abu bakar ist in der hölle laut sunnitischen hadifen weil muhammad hat gesagt wer im streit auseinander geht von seinem bruder nach drei tagen nicht und sich nicht entschuldigt und sich nicht vertragen er kommt in die hölle abu bakar ist im streit so mit fatima auseinander gegangen er kam drei oder vier monate erst später und es gibt da als man hat die was man als man auch ja hier auch ja auch mal auch hatte dass alle auch zum beispiel umgebracht da sind alle diese zehn leute die in paradies landung sowieso so oder vorher habe ich schon was lustiges erzählen wir haben ja so ein asis vielleicht oberfläche den jane das ding ist du kannst ja du kannst nicht wagen muss das machen aber wenn du dich einmal über omar lustig macht der bruder dreht ab der bruder dreht ab ich weiß also wirklich das war aber beim meisten ist wirklich bei er ist eigentlich kommen sagt der koran ist noch welches sondern abita und hier ist besser vor allem war das bester freund von diesen hadith sagt abita wird 4418 ja kenne ich bruder ich habe das das ding ist so an das haben so aus der lande gewinnen dieser der genot er wird wieder musik anmachen siehst du siehst du ja jungs solche schon mal den wahren gott der sufis aus der türkei zeigen er ist ein stimmel klingt auch ja sie ist ne weißt du das meine stimme wurde meine stimme das ist viel maskuliner als die von asis das ist was hast du bei sunan abita wird 4418 gedacht weil es auch mal sagt der koran ist verfälscht wurde ich dachte mir erst mal so bruder omar ebenzina der jepp wieder zu viel dachte ich mir erst mal das dachte ich mir als erstes und zweitens dachte ich mir nur so was kann ich ja von einer person erwarten die sich von kleinen von einem kleinen jungen sein blümmel am boden reiben lässt weißt du warum weißt du warum er den steinigungsvers wieder unbedingt im koran haben wollte das habe da soweit bin ich noch nicht nur sorry er wollte eiche steinigen lassen hatte angst dass er nach dem tod omar steinigen lassen wird weiche sinner begangen hat und omar es wusste deswegen das mit der ziege erfunden damit der steinigungsvers aus dem koran kommt und omar ist zum propheten gegangen ja genau saribas ist das hier ein transformer oder was optimist prime was am lustigsten meinem leben war ich habe mit einer bestimmten mit einem bestimmten mädchen über den koran diskutierten und ich habe eine ganz einfache bei eine ganz basic frage gestellt von welchem erzengel wurde der koran überhaupt offenbart und die meinte eiskalt in meinem gesicht iblis ali wassalem und das meinte sie noch mit stolz und stolzen lächeln ich habe sie so angeguckt ich dachte mir so wurde ich geb auf wurde ich geb auf das kann man nicht mehr machen oder das kann ich nicht mehr machen wo das mal leid das kann ich mir das kann ich mir nicht mehr geben oder so nicht also die sind einfach mal ich habe drei tage ihr wisst ihr wisst ihr wisst die hadith sind die authentische als koran müsst ihr das ja natürlich weil der mut die 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 zeit er wurde durch ein hadith von umr al-khatab abogiert ja ist viel authentisch man kann man kann man kann man kann an hadith man kann an hadith mehr glauben als ein koran weil es gibt kein beleg authentisch dass das diese so oder dieser vers eine vers oder eine ein wort vom koran das ist vom jibrail kommt gibt es kein gibt es kein belegt dafür nichts nichts und können keine ich habe ein muslim kein muslim kann auf die welt das beweisen dass es das vom gott kommt keine karlow karlow ich habe haben die ich habe haben die und liebe und haben die und klima tv habe ich zu einer debatte herausgefordert ich habe gesagt ich stelle eine frage ob jibrail ein lügner ist ich habe sogar noch die frage vorher gestellt also gesagt welche frage stelle ob jibrail ein lügner ist und sie dürfen mir zehn fragen über das christentum stellen sie haben die debatte nicht angenommen tschüss ich habe offiziell immer live wo klima kleber also kalima tv ist also ein deutscher komitee offiziell wo die bei mir drinne waren ich habe also er war bei mir ich habe geschrieben wenn du ein mann bist hol haben die eine frage ob jibrail ein lügner ist und ihr dürft sie haben ich habe gesagt schreibt mir und sie ich habe mir bis heute nicht geschrieben in dieser debatte sie können nicht mal beweisen und jibrail ein lügner ist oder nicht weil ich habe stellen wo jibrail offen lügt kannst du uns die hat ihn sein kann ich zeigen aber möchte ich nicht okay wegen der warte warum soll ich ihnen das zeigen nene und zeigen meinte ich ja wenn ich das sehe ich kann mich das im privaten zeigen aber ich würde es nicht hier öffentlich zeigen ja privat ich wollte man seit jibrail jibrail ist ein lügner laut sunnitischer hadith ist jibrail sogar ein lügner ja und das harte kommt noch jetzt noch mal vor drei tage war eine satanistin bei uns in den stream gewesen und sie war auch wirklich eine satanistin auf jeden fall ich habe eine frage gestellt zu ihr ich habe auch die frage gestellt und zwar also wer ist denn für euch der gott so ne also schaitan also iblis aus feuer oder der erzengel luzifer der jetzt satan ist ne woran glaubt ihr denn und dann sagt sie eiskalt ja der zweite variante also der erzengel luzifer also der jetzt satan ist und kein iblis oder schaitan der aus feuer ist sogar das sogar die satanisten sagen iblis schaitan gibt es nicht sondern wir nehmen hier diesen erzengel keine kummer sie sagen doch sie sagen doch sie sind aus christentum und judentum ist der islam entstanden mir immer ein christ oder juden der in jeans geglaubt sowas gibt es bei uns nicht der die haben zu viel kasper geguckt hier dieser casper dieser kleiner geist und viele gelehrte aus als russland zu russland ist tische gelehrte in hijaz ansehen lassen da kommen auch die djins ja auch der burak das pferd burak das ich weiß oder was ist das eigentlich ein ding was ist für eine inbredding am herzlichen das ist das pferd und maultier mit einem menschen und lockigen aber das stammt aber auch aus der persischen mythologie also von uns zu russland ist nichts mit dem islam und also nichts mit dem judentum oder einmal aber allgemein mit abramitentum zu tun gehen doch das gibt es gibt oder sowas in barbillionen muslimen barbillionen 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 also das ist so oder parlor das ist gerade was man in barbillionen gibt es oder die rad haben wir haben geschichte das ist das ding ist mesopotamien wurde gefickt als er ist angekommen ist die ganze literaturgeschichte das stimmt ja wurde der islam und kultur kultur zu zerstören es kam als rebellion gegen autorität ja so ist es wenn du allein schon an sie ist was in armenien belegt der 7 7 7 7 7 7 7 weltwunder eine davon ist in ihrer kam es ist haben die auch verstorben sind bei nur sechs uhr legt die islam aber das ist der islam ist menschen im irak gibt es auch schieten wisst ihr uns aber soll war ein bekannter kommandeur und der hat er war auch einer der beweggründe warum der ist überhaupt im irak nicht mehr existiert das war schon krass schieten sind halt bei so etwas herzens menschen weil sie eine menschliche noch besitzen ich werde nicht schieten beleidigen wo ich mache niemals unterschieden sie haben auch den dds bekämpften ja aber die regierung also die regierung kann also die regierung kann ich kenne ich die beleidigen der sind alle das ist eine kufa regierung die haben nichts mehr mit dem ist und dem schieten kommt zu tun oder aber schieten sind doch auch muslims oder nicht ich würde ja klar dass muslims aber wurde die sind mit uns also mit christen sind sie eher mehr auf einer theologischen bahn als dem mit den sunniten weil sunniten lehnen wie das ober noch schön uns ausführlich erklärt hat wo er diesen meilen weit entfernt davon diese meilen weit entfernt von jesus meilen weit entfernt von musa also moses sie haben keinen bezug zu denen eigentlich das wusste ich nicht danke ich grüße mein herz das ding ist die schäden zum beispiel nicht als beispiel die schäden zum beispiel haben die steinigung aber weißt du wer bei den schäden steinigen darf ein unschuldiger ohne sünde woher haben die das sie haben zwar die steinigung aber niemand kann steinigen also ich sag mal so bei schäden ich komme ja selber aus irak als schäden wenn du imams verfolgst die sind noch schlimmer als die sunniten glaub mir aber menschen da die sind richtig also richtig gut aber imams was die aus alle machen wie wie die alle beträgen oder geht gar nicht wirklich geht gar nicht oder ali ist jesus verstehst du sie haben hier sind alle total ab oder ali ist einer der zwölf oder einer der 40 imame des erdoganismus vergisst das nicht ich meine ich habe ich habe vor ein paar tagen ich habe vor ein paar tagen gehört ein imam da meinte ja alle waren krieg und da kämpft gerade und dann kam zeit vom gebet dann ist der gebet zum beten gegangen und dann der schwert hat weiter gekämpft das schwert allein hat weiter kann komodier sowas an zum beispiel gesagt wie das schwert alleine gekämpft also derjenige der gegen die schwert kämpft gegen den künft der gegen die schwert oder wie das ist und so was musst du dir anhören und dann noch die die tausend leute die da sitzen glauben so was auch noch und das finde ich um betriebe er dann ist ein profeter h nein er dort ist gott und zugleich ein profil also wer er du gar nicht beleidigt muss hier raus leute da gibt es kein betreut oder gräte iran hat aber übertrieben oder das ding ist ich habe es auch noch schlimmer übertrieben ich bin bei muslimen reingegangen und ich muss als salamu alaikum wie geht es und so ich möchte gerne er sein machen die freundlich schon so richtig kommentiert habe ich gesagt ich komme rein solche spannenden er sein predigen den ich schon den bei den gemacht habe so schließen er sein machen er war nicht erdogan ekber erdogan ekber erdogan ekber erdogan ekber bruder wir sind bruder ich glaube ja manche türken das ding ist das ist wirklich so dass manche türken wirklich glauben dass also ein profet ist das habe ich schon ein paar mal öfters oder was ich kann schon in der mythologie des adornismus ist er nicht der dachjall oder ist denn die stinke verschienen ja verschienen ist guck mal es gibt eine überlieferung aus muslim da haben sie die unterwäsche von mohammed gewaschen und das wasser an die kranken verteilt und verschiebt ist diese unterwäsche sag ich dass du auch dies gelesen hast nein oder ja klar da steht im buch der kleidung das ist hat die 16 21 glaubt das ist seite 78 oder er hat die 16 oder ist es ist eigentlich schon mal vom dach zu packen doch schon nicht hast du diese hat diese gelesen wurde ich habe ich habe auch den koran zu hause die deutsche version die arabische türkische ich habe auch eine persische version ist halt ein einführungsstrichen ein schiitischer koran sagen wir mal so und ja du bist du bist mehr muslim als muslims er wurde erobern ist ein schicht oder urban ist ein schicht oder schicht ober zu fahren kein muslim hat dieser büschte ich habe auf tik tok hat zumindest ist keiner im koran zu hause wenn du sagst lies im koran nach die sagen ich habe gerade kein neben mir das ist immer so ich fragst du pia vogel wo steht das im koran also ich habe mit pia vogel versucht zu diskutieren ich habe sogar live anfragen geschickt mit dem ich nicht diskutieren ich habe mir sogar geschrieben so hat er mich aber blockiert der spastel das macht aber jeden das macht mir wirklich das hat der oberen du hast du was soll man mit dem diskutieren hat er das abgelehnt schon wieder oder was die lehnt bei allen ab ich habe sogar jetzt einmal gesagt oberen grüß dich der will diskutieren ja so nö das mache ich nicht nee da will ich nicht ich hoffe da zu viele schläge in seiner box serie kassiert oder junge wie kann man kurze frage wie kann man nur so schlau sein einfach in einer moschee gehen und spontan zum islam kommentieren das ist wahr das war seine geschichte bruder es gibt so frei um eine marokkanerin zu heiraten und einfach so kinder zu zeugen die nicht mal den heiligen geist besitzen aber guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal guck der ist man seine fresse warte bitte leute guck dir dann seine fresse an zum beispiel aber wenn er wenn er zum moschee geht und sagte ich will zum islam sie werden alle aufstellen sagen bruder willkommen bruder bruder das ist wirklich das ding ist oder ich bin sehr gut mit meinem pastor in der schule ich bin sehr sehr gut mit dem bestand pastor jungs merkt euch das aber merkt euch also es war evangelisch aber bruder der typ hat ein enormes wissen und wenn ich mit dem diskutiere über die philippe oder allgemein über die ganzen sachen das macht so spaß aber wisst ihr was am meisten mit dem spaß macht wenn wir die ganzen musik aus meiner klasse widerlegen das ist geil das ding ist der bruder kennt sich wie dieser sam sehr gut mit der allgemein mit jeder strömung aus und er weiß auch ganz genau wie er mit den leuten auch diskutieren soll soll ich wir haben einen jungen jungen meiner klasse der chef hat den inhalt von zwei sekunden auseinandergenommen wir haben jemanden der senefi also darüber will ich nicht mal sagen wie schnell die auseinandergenommen hat und dann haben wir noch natürlich ein ahmadiah aus pakistan oder den hatte direkt auseinandergenommen also bitte den islam kann man so leicht widerlegen und das ding ist auch die wie wir es gerade auch erwähnt haben die ganzen wunder sind takia oder von umar im sinne übernommen worden die werden sie werden davor bezahlt wurde diese wenn ich den menschen da angezeigt haben oder die wenden nicht nur ja aber bei uns bei uns in islam zum beispiel keine imam hier also da ist mehr art ist als ich wollte da war dabei ist genau wobei er redet ihr wisst nicht wirklich ob man eine wenn eine w wenn eine dich an die worte nicht eigentlich ein nimmt denn dann weiß ob genau das alter ist also da ist gar kein muslim da wird nur bezahlt dafür das ding ist oder ich fühle das was gesagt dass in meiner stadt haben wir auch so ein schicht gab schicht sage ich jetzt anführungsstrichen er hatte mal und sachen so gepredigt ja mir geht keine sina blablabla ihr wisst schon worüber ich hinaus möchte in die hammer unserer nähe in meiner nähe man alten schule dings gab also ein pavillon auf deutsch jetzt auf türkisch pavillon ein juf hatten wir gehabt und ich habe ihn aber zweimal da erwischt alter wo ich noch in der sieben war schon zweimal erwischt alter ich glaube dass der zunde nachgegangen wo mohammed etwas mit einem lieben mann hatte ja damit man nicht nach der nachdenkt was er tut zum beispiel wir haben solche leute auch bei uns warum weil du kannst du nicht über ihm aussagen du kannst nicht über ihm aussagen und das ist bei uns ist tabu als muslim ist tabu dass du über einen imam sagst ja da hat mich misshandelt oder sonstwas tabu kann man nicht sagen das ist der unterschied verstehst du was ich meine zum beispiel die meisten die meisten wenn ich jetzt auf tiktok sportlich auf männer stehe dann gehe ich werde ich als imam da sein dann kann ich das selber ausnutzen ist wirklich so ob du glaubst oder nicht ob du glaubst oder nicht ich habe das erlebt ich rede nicht unwissen oder ich habe das erlebt selber und überlegt ihr ihr wisst schon dass viele tarikas also sufis eine vorliebe für kleine jungs am titel sportlich ja so was er war schießt nicht kässt du die wie meinst du kennt ihr die kennt ihr die baza bachis kennen wir ja was von ihnen gehört ja diese jungs die da geschminkt in moschent hat somit in afghanistan in afghanistan ist ja auch groß jetzt das ist das casting in humane das ist das kaste ich mag das gar nicht ich weiß dir ihr kennt doch alle rumi ne ja die aber die schmecken die schmecken sich und dem so wie er kann es dann er wartet die kommen die machen sich genau wie diese bezeichnet sind ein paradies die kinder verschiehst du es gibt es ja deswegen machen die das gleiche der obermacht ja nicht nagen kriegst du im paradies junge knaben aber ja ich hab grad urbane einfach umar genannt wieso gewesen wenn jetzt die schlachter ist das nicht so wenn ein märtyrer nach john da kommen bekommen wir jungen frauen also in der journal wieder aus ist aber diese jungen frauen wenn wir von johanna hervorgehoben oder nicht richtig oder wie krank ja du kannst als frau leben wie du willst du hast immer noch die chance als wurde lehn in den himmel zu kommen da muss eine von 72 jungfrauen ab und zu mal ran und in sahih muslim 2767 d wenn ein muslim schwere sünden hat dann wird anstelle von ihm ein judo der christ in die hölle gehen jungs es lohnt sich doch wohl muslim zu sein was ist das denn die christen bezahlen für dich aber bruder weißt du was wenn alle menschen auf der welt konvertieren wer soll dann für die muslima bezahlen guck mal ich bin alles echt muslim die sagen mir verlasst du das alles was hast du denn in jenna du willst in die höhle landen und das was ein paradies bekommst das ist das da drauf so sagt ja will ich nicht gesagt bist du ein bisschen wie bist du noch mal normal gesagt ja noch mal die glauben dass auch jungs tik tok fest da dran ja die die glauben dran fest er kennt doch alle die die moscheen köln würde sie nicht als eine orthodoxe kirche viel besser aussehen ja ich bin ja nicht eine eigene meinung also ich hätte schon bock das soll auf der kirche um zu restaurieren weil bruder ich gehe da rein die labern nur über erdogan also ich denke jetzt wirklich dass erdogan für die gott ist wie die marokkaner die türken dort und meiner meinung sind die türken und marokkaner ein verfluchtes volk ich bin euch ehrlich also ich mag ich sage euch ehrlich ich mag ich mag die türkei einfach gar nicht bruder ich hasse die türkei wurde was sie alles das ding ist oder die haben wir das überhaupt das pan sunnitentum dann mal so pan sunnism so anführungsstrichen gesagt sie haben das halt in anatolien ausgeführt haben unzählige armenia pontos griechen schäfis kurden schia alle wies also halt tiktor sportlich haben in der nackentherapie gegeben und haben auch leute zwangsassimiliert also bitte du kannst einfach dieses land ist auf flügen und auf dings aufgebaut wäre es noch mal auf assimilation aufgebaut allgemein dass sie auf lügen aufgebaut ist stimmt ich habe mich schon mit einem türkischen kompetenten unterhalten und er hat gesagt er hat in der schule in der türkei gelernt dass die türkei noch nie eine schlacht verloren hat die türken ihre ist kennen ich kenne die geschichte auch jedes land hat eine schlacht verloren es gibt sowas nicht aber intro 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 triebe ist manchmal die türkische mythologie ist alles zu meiner welcher sagen muss ich habe vielen türken deswegen sogar das herz gebrochen aber als dass das die türken mit thuran was zu tun haben das ist eine utopie das ist abgeschrieben worden von den persen das ist eine das glaube ich ein berghof für daussee gewesen das mit thuran das hat nichts mit dem türkentum zu tun der das pan turanismus wurde von einem juden ins leben gerufen aus ungarn und selbst die osmanen haben sich nicht mal mit den safarinen als brüder abgestempelt sie haben die safarinen verachtet sie haben sogar die drei sondern wo aserbaidschan unabhängig wurde die türken wollen eigentlich das erste mal in aserbaidschan nicht mal helfen weil sie schiiten waren richtig richtig ich kenne doch die aussage von dem damaligen türkischen präsident der sagt warum soll ich den helfen das entschieden du hast es gerade auf den punkt gebracht das ding ist wenn du türken versucht das versucht das klar zu machen die streiten das direkt ab und die wissen selber nicht mal dass die aserbaidschan aus aserbaidschan also nicht die iranischen aserbaidschan aus iran soll ich meine aserbaidschaner aus als das ehemalige albania also hat das kaspischen meer da oben die meisten von denen sind nicht mal ansatzweise mit den aserbaidschaner verwandt das sind alles tataren gewesen die damals in der sowjetzeit dann angesiedelt wurden um die armenie darf richtig sehr gut richtig das hast du gut gesagt da gibt es so einen zeitung artikel aus london in zeit des ersten weltkrieges da haben sie die tataren geholt zum kämpfen und dann haben sie die einfach zu aserbaidschanern gemacht ich habe einen kollegen oder sogar er selber sogar bestätigt jetzt teils aserbaidschaner und teils tatare der meinte selber das ist nicht unsere heimat hier die wahren aserbaidschaner leben ja halt im südaserbaidschan anführungsstrichen das sind ja turkmenen aber diese turkmenen sind mehrheitlich paniranisten gewesen sie waren niemals pan turkisten sie hatten niemals mit dem türkentum was überhaupt zu tun gehabt und die armenier die da 7000 jahren karabach leben haben sie dort vertreten das ist so geschichte wird von siegern geschrieben was willst du machen das ist immer so und das problem ist ja viele meiner türkischen kollegen ich habe das ding ist seitdem ich langsam anfange die denen die wahrheit zu predigen sagen zu mir bruder du hast dich total verändert du bist ein schlechter mensch oder ich bin kann das ding ist sie denken ernsthaft wenn du nur gegen ihre traumwelt schießt bist du ein schlechter mensch wir versuchen in den diener zu hängen wach doch einfach mal aus selber bist du oder nein bruder ich meine das sieht man glaube ich auch mein namen ich bin georgia bruder und bruder wie georgia ich bin ehrlich man das ding ist er und zwar selber georgia aber bruder wie georgia haben 70.000 zelt schuppen auf flasche sitzen lassen durch starbete der bauer also bitte die türken sollen jetzt nicht mehr von dings erzählen ja wir haben mit timo lenkt und so blablabla die haben gar nichts geschafft oder die türken haben höchstens für das osmanische reiche gekriegt und das war sozusagen deren höhepunkt ihrer geschichte die göttürken waren gar nichts das waren alles nur nomadenreiche und das waren halt nur barbaren gewesen die seltschuken waren einigermaßen intellektuell da kamen die osmanen die osmanen waren meiner meinung nach nicht mal türken das haben wir sogar auch bewiesen und dann kam halt kehrmann atatürk und enver pascha und die ganzen jungtürken aus der ecke die dann mit dem mit einer panturkistischen islamistischen idee kamen aber es leider nicht mal geschafft haben das ansatzweise durchzuführen wo sie es nur geschafft haben war vielleicht noch in der anatolien aber sonst haben sie nirgends wo das predigen können das ist einfach in anatolien gelegen diese krankheit pestizide bleibt in anatolien und irgendwann wird diese pestizide auch beseitigt werden und das in ferner zukunft ich hoffe dass die griechen armenia irgendwann anatolien wieder beanspruchen können und die türken dort endlich vertrieben werden tik tok sportlich oder was vertreiben sie sind genetisch entweder griech oder armenia oder kurde oder aramäer da hast du auch recht es gibt es nur türkischen dings historiker der meinte selber nur 9 millionen da 10 millionen von 80 millionen der türkischen population sind wahre turkmen aus jakuzien und mongolei das ist das ist crazy die meisten von den videos kann auch erwähnt das in aramea hethiter weil die türken haben ja mehr oder weniger eine hethiter dna und was waren die hethiter die waren armenia das wird auch auch dings nachgewiesen ich weiß ich weiß ob das oxford university war oder habe das auch ein dings kolumbia university war irgendwo dass er bestätigt dass die hethiter und armenia waren also ihr merkt schon oder das ding ist auch ich habe mal menschen kollegen und ich habe einen türkischen kollegen wenn du sie nebeneinander halten würdest du siehst keinen unterschied du siehst aber gar keinen unterschied aber wer würde von den ballern ist noch schlimmer da sind ja da sind ja die armenia zum beispiel aber mehr zum beispiel in türkei kurden die sind ja noch noch die noch da leben richtig so müssen die waren ureinwohner genau aber die türken findest du nicht mal ein breit von türkei tut dann kurze frage du bist du bist so ein bisschen so panos man ist so neos male weißt du das eigentlich dass die osmanen damals die türken sogar verachtet haben also die auch ich bin ich bin code ich bin code aus mardin also mein vater kommt aus mardin gebürtige ein iraker zum beispiel aber was ich sollte man ja das so lange was schon so lange kommen und ich habe türkische pass irakische pass ist deutsch gut sein ich gehe nach der sünder von omar eben sinner und wie gesagt zum beispiel aus mardin da ich herkomme zum beispiel wir haben da in kirchen die 2000 jahre alt sind das ist so ich meine oder mal den ist eine sehr sehr alte stadt das ist eine sehr sehr antike stadt ist hat so viel geschichte und ich würde so so gerne mal den reisen also allgemeine mediat dass die ältesten kirchen und wirklich da will ich so gerne hin weil ich selber das sehe mich ja für die orthodoxe kirche für die kaldeische kirche und ich würde so gerne weil immer jetzt gehen wir gehen wir jetzt zum media die muslime da zum beispiel die sind mehr muslime als die araber selbst das ist das ist ein stabiles volk ich hatte ja so ein lehrer gab der kann ich küsse und herz wir haben doch verschiedene völker in türkei bruder trotzdem man die osman gegen die türken das heißt selber und sie haben sogar das persische sogar er bevorzugt und selber haben das haben wir auf manche sultan das verachtet türke genannt zu werden ja ich gehe nicht durch geschichte gott sei dank ich bin jetzt aus dem islam ausgetreten das ist das einzige was ich noch was ich gucke wenn ich gucke zum beispiel die kurdische muslime was mit aramäe gemacht haben da bin ich ja die haben die jahre wurde seiner es war allerdings elite einheit im osmatischen reich im spiel osmanisch reich und mit dem zweiten und sie wissen auch für die massenermordung armenia verantwortlich tik tok sport auch jahre genau und und da gibt es immer noch manche die kommen zum beispiel tik tok und sagen ja wir sind stolz darauf dass wir das gemacht haben in diesem liefen nicht abartig weil die wissen gott sie recht haben das ding ist wirklich ich hab wir hatten mal so ein kollegen gab ich nehme ich mal kollegisch in der von und kleinen spaß er meinte dieses video was ihr wisst doch dieses video der gibt was er gemacht wurde ihr wisst schon was ich meine ja ja das wäre berechtigt dass er das dass er das da gemacht hätten junge das war eine normale bauarbeiter die einfach dann dieser 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 hochzeit nein dieser dieser hochseite christliche hochzeit in irak 1300 leute sind die gehörte verbrannt in hochzeit ein einer auch extremist muslim kamen hatte die verbrannt war da war das war nicht mal ein jahr her zum danken so was los was da passiert auch nichts die die kinder gehen sowieso ein paradies als sklaven da ist und sagt ach so ja okay das ist so denken die überlegt ihr so ein gedanken überlegt ihr wie man wie man so denkt sie sind verbrannt in hoch in einer hochzeit und dann kommt ein muslim sagt ja die kinder werden sowieso ein paradies landen als uns zu glauben bei uns zu glauben werden ja okay denkt man soweit oder bist du orthodox bist du was bist du eigentlich bist du katholische von mir ich was wissen ich bin muslim was bist du da du glaubst nicht mehr in islam oder bis zum christ um übergetreten oder nicht nein 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 gar nicht ich bin ich glaube an islam nicht mehr also was okay also ich glaube noch an gott und das war also du bist du bist oder das habe ich auch für eine zeit gehabt was das die ist muss ich bin euch ehrlich lebt euer leben lasst uns einfach versuchen in dieser welt einfach zusammenzuleben weil es ist einfach nur die schade und so dass ich habe zu starten ich sag mal so es ist ja ich bin als ex muslim ich sag ja nicht ganz muslims und so ach gott die niemals nicht mal die ist aber aber wenn es 20 prozent die zum beispiel ich sage ich sag mal so wenn 20 prozent die richtig nach hoher angehen und dann kommt die scharia dann werden in dieser 80 prozent dazu kommen das ist das problem weil wir haben keine hallo war ja bist du eigentlich ja bist du eigentlich 42 42 oder das ding ist ab 30 wird niemand mehr freiwillig aus dem islam austreten weil jeder sagt okay das ist mein leben ich gehe jetzt danach das machen sehr sehr viele und es gibt sehr sehr wenige das das hat ja guck mal dass das ist das immer ab 30 habe ich geheiratet mit 37 habe ich gesagt okay ich fange an jetzt habe ich mein kinder habe ich eine tolle frau kinder habe ich mein geschäfte und so ist ja 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 gott hat mir gegeben jetzt gehen wir beten und bedanken gott ich habe gesagt bedanke allah ich habe gesagt ja okay dann bin ich zur moschee gegangen und da habe ich mir angehört was die da haben sagt ohne ich habe gesagt egal dann gehe ich in andere moschee du weißt ja wenn du kurdische moschee was anderes labern die und dann türkische und dann arabisch ich kann alle drei sprache also alle drei sprache kann ich dir genauso wie mein deutsch zum beispiel wenn du wenn du moschee gehst oh gott und dann am ende habe ich gesagt pass mal auf ich habe einen imam gefragt ich habe ja als ich geheiratet war gar nicht muslim auch also ich habe getrunken und gefeiert und nicht gebetet da meinte er sein dein haarrad ist ungültig aber okay jedes mal wenn ich eine muss ich sehe muss ich immer ein alter bitte oder nein ich jetzt nicht jetzt hier nicht jetzt hier oder wäre ich bin jetzt gerne ernste themen der kommt mir damit muss ich aber jungen zum beispiel selber eine muslimische freundin also ich komme sehr gut mit der aus aber halt der vater hast mich das ist noch mal genau das ist genau das ist der vater das ist immer der vater zum beispiel guck mal ich sage ja als ich geheiratet habe und dann habe ich mein kind bekommen so wird niemals wird meine tochter ein eine ohne gläubiger nach hause bringen und jetzt das gegenteil ich sag wenn du einen muslimen bringst das ist wirklich so ich glaube nicht gesperrt oder nein ich schlafe nicht höre ich zu und da ist weg sind waren und sie kommen er hat waren und ich kann nicht mehr hier hoch holen alles gut okay du kannst schlafen ich gehe mich auch schon mehr ich höre mir schon wieder abend da gibt es eine männer also immer mehr schuite und da kommt man solche fakten kann keiner gegen ihn treten ohne scheiß du glaubst gar nicht karlow werden das ende des islams erleben der islam wird das internet nicht überleben dank tiktok ne das internet und tiktok früher muss man musste man das buch kaufen und 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 jetzt kannst du einfach auf klick kannst du das download machen und das war so hast du das make germany great again der islam das internet wird siegen möge das internet aller recht leiten die sagen doch immer der islam wird siegen ich werde jetzt ab jetzt sagen möge das internet wird siegen islam wird siegen wann haben die gesiegt seit 75 jahren hinter hinter israel her gott hinter uns und bett unter uns und gott hinter uns und nichts beschissen wo ja guck dir mal den zustand der muslimischen länder ja guck mal guck mal guck mal guck mal gehen wir erst nach immer rat dubai jetzt ist ja dran so die arabien der neue präsident da ist auch koraniter geworden da wird warte ab in zehn jahren da wird genauso wie dubai sein weil dann da hat die ganze salaristen einfach eine knast sind die knast und das ist wirklich so und warte ab wenn wenn so die arabien sowas macht dann ist das der anfang wirklich der ist koraniter der neue präsident ja also da sagt was und was und was hat diese da erzählt für mich nicht und der ist der ist der glaube angeeilt da kam ein interview von ihm der sagt ich habe mit einer mit einem imam geredet und der sagt Al Mahdi kommt Al Mahdi kommt Al Mahdi kommt der sagt was soll ich mit solchen leute mich unterhalten weg mit ihm die sind alle nass jetzt wirklich deswegen haben die danach haben die messi und cristiano ronaldo geladen und dann jetzt fängt da an und dann jetzt Alkohol hat angefangen überlegt ja und das ist ein mecker was man vor zehn jahren gar nicht mal dran geglaubt hat kaffee pause wer hat den bock auf den islam wirklich jetzt wer will doch wie in der steinzeit leben kein mensch naja kommt darauf an die präsentieren also vor zwölf jahre war das auch so dass ein ehemaliger kollege von mir mir auch hier islam präsentieren wollte in dem sinne einfach alles gut geredet schön geredet mich in moschee eingeladen habe ich mir angeguckt wie die gebetet haben und ja dann hat über die anderen religion schlecht geredet haben die gesagt ja zum beispiel was die gesagt haben ja bei dem christentum sind die beten sie an ein gott an bei hinduismus miss wenn ich an guck mal die juden sind teufels so haben die gesagt ja meine ehemaligen kollegen und haben ganze zeit immer schön geredet das war vor zwölf jahre gewesen wo ich in der ausbildung war krass ja das damals schon doch das nie so mitgekriegt in deutschland oder das ist wirklich so ob du glaubst oder nicht es war so genau so ist das bei mir abgelaufen aber ich wollte überhaupt nicht am anfang wusste ich nicht mal um was es ging ich dachte so ja wir treffen uns so wie früher so einfach chillen dies das was zusammen unternehmen als freunde aber dass er so einen gedanken hatte dass er mich zum islam bringen wollte wusste ich überhaupt nicht gottes segen joni kopf segen gottes segen oder wann wo man weiß was ich gerade gesehen ich war gerade bei hand im live fest und da ist es so schon mal er sagt selber wenn mich leute weil ich ich kann mit dem anständig reden was aber wir wenn wir wenn wir beide seiten egal wer weiß ich mich gerade in der bibel sage ich dir ganz ehrlich und die bibel macht mich weicher und weicher und weicher immer weicher weil unser herr das einfach so will verstehst du aber es geht nicht darum auch wir die debatten führen dann sagen wir so wird das eine dann sollen wir von anfang an sagen soll das eine dreckige debatte werden dann können die leute das machen wenn wir aber sagen eine normale debatte und jemand beleidigt den anderen dann ist das keine debatte mehr weil dann geht dann weiß ich mein dann geht man auf angriff aber weiß dass man sollte auch erklären können dass aber dass man auch normal ist die daten machen kann verstehst du die leute denken nur debatte ist debatte natürlich er haben die hat bruder urban quellen wie der verdreht verdreht das den muslimen den den magen das weiß ich aber man muss auch irgendwo weißt du so normale debatten führen können wo man sagen kann ja sagt mir du dass deine religion die richtige ist und viele leute viele leute machen halt nur noch den beleidigen nehmen beispiel von jemandem die bild herab und machen solche sachen das ist auch nicht okay von beiden seiten nicht okay meine meinung verstehst du bruder urban ja aber die weißt du dass ich aber haben diese größte takia boy du kannst du nicht einfach mit dem reden das ist der größte lügen auf tiktok ja bruder schau mal zu mir zu mir kommt wenn ich mit ihm rede oder logia mit ihm redet dann ist er ganz anders weil er weil er kann ja weil ihr weil ihr keine unangenehmen fragen stellt wenn ihr wenn er sich um wenn ihr euch beispiel mit irgendwelchen sachen und ihr sagt nein haben die das ist eine lüge mach mal sag mal sprich doch mal was unangenehmes da kommt der dämon schon raus das man so schlecht dasteht wie bitte ich meinte die schneiden auch zu das video wo man schlecht dasteht in dem sinne dass sie so schneiden dass man so wie ein idiot dasteht ne tek tok sportlich deswegen also die nehmen einfach die wahrheit raus und danach korrumpieren sie die videos halt ja ich habe gerade im live auch zu einem gesagt dass er ein heuchler ist weil er von mir ein bild genommen hat habe ich gesagt wenn er das persönlich bei mir machen würde würde das nicht tun dann habe ich gesagt weil ich bin immer noch albaner merkte das was er was ich bin im blut und vor mir wirst du das nicht machen können wer war das denn so ein heuchler in meinen augen es ist ein heuchler wie heißt er aber mittlerweile mittlerweile merke ich dass die leute schon so viele debatten geführt haben ja und die von selber dann also wenn die wenn die leute anwerben zum debatten dann müssen wir einfach nur stand auf bleiben und ein urban bruder dabei haben und solche sachen dabei haben weil die wollen natürlich auch leute züchten verstehst du ihre eigenen leute züchten verstehst du stark machen et cetera natürlich so eine auf den kampfgeist genau ein auf big boss machen und das ist und das wird es auch immer sein das wird es auch immer sein junico ich habe zwei drei vier debatten mit haben die gehabt es bringt nichts es ist vorbei mit diesem menschen erkennt die wahrheit er kennt beide seiten er wird bezahlt er wird alles leugnen es macht keinen spaß auch normale debatten er hat zu mir gesagt eben kaffee ist ein amerikaner gewesen war am lügen ich bin kam mir amerikaner das ja nur damit er vor 700 zuschauer und damals ist man auf den deutsche so viele auch nicht zugeben wollte dass es im islam kinder ehe gibt junico außerdem müssen wir die debatte hier in unserem stream machen nicht bei der bei deren weil du hast selber gesehen die stummen ganze zeit lassen nicht mal ausreden und kommen mit 20 fragen hintereinander in einer debatte bist wie viel versteht und bei haben die gar nichts über der übersetzer braucht einen übersetzer nein nein sei nicht rassistisch das ist was wirklich wie viele verstehst du da wenn alle leute dazwischen fast gar nichts ist so nebenbei haben die verstehe ich wirklich nichts nein aber im allgemeinen auch bei uns wenn wir dann immer reinreden es geht darum wenn man eine ordentliche debatte was ist die wahrheit ordentlich den leuten zu sagen hey pass auf das ist die wahrheit und überzeugt mich von deinen argumenten aus und von deinem kopf ich weiß die bibel ist wahrhaftig das weiß ich natürlich und die bibel kann man nicht angreifen egal wie man sie will man kann mit talmud kommen man kann mit dem kommen die bibel ist einfach wahrhaftig ich lese immer weiter in die bibel rein wir haben nichts mit dem talmud zu tun du weißt was ich mein bruder und deswegen sage ich ja aber wenn es darauf ankommt wenn es darauf ankommt kennen wir gerne so wenn wir sagen okay willst du die debatte so führen weil dann komme ich auch mit meinen sachen raus dann kann man anfangen die debatten zu finden aber wenn es einem normalen wenn es ein normaler stream sein soll was ist die wahrheit ja dann und jeder spricht anständig warum sollte man warum sollte man auf sachen hingehen wo ein bruder urban zum beispiel kann er auch sagen schau mal es ist ja prophezeit worden im koran dass es so ist beweist mich zum beispiel mit der surah und der surah was das heißen soll verstehst du man kann auch normale debatten führen aber wenn es ins dreckige raus können wir auch gern so anfangen dann hole ich halt die sachen raus mit baby essen kinder essen weiß ich mal aber man sollte auch normale debatten führen können ohne irgendwie zu beleidigen oder der andere beleidigt den der beleidigt den der holt sich ein video von dem raus der andere macht ein video von dem raus was das ist alles kindisch zeigt mir zeigt die leute zeigt den leuten war die wahren früchte zeigt den leuten die wahren früchte was ist die wahrheit meine meinung entweder die bibel macht mich schon ein bisschen weiter sage ich dir ganz ehrlich ist es aber man muss auch normale debatten führen können mit muslimen verstehst du und das mal und und das zeigt man nur wenn man wenn die gegenseite auch korrekt ist wenn beide korrekt sind sagen hey pass auf wir wollen keine solche solche sachen machen führen wir normale debatten wo was bewiesen wird und die unikur du hast bei jeden punkt recht ich sag es ja ich habe nicht gesagt dass du falsch liegst aber das ding ist es kommt auf die person an mit wem du debattierst allein schon urban war in unser stream gewesen kam so ein veritas und die schreibt nicht mal hallo sagt sie sie schreibt jeden an wir waren fast taug gewesen und das ist nicht mal übertrieben gesagt was 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 urban weißt du noch warum bist du noch in hamburg ja ich bin noch aber dies auch besessen die so besessen die war richtig krank anstatt ein jeans waren bei ihr 100 legion ist mein name denn wir sind viele wie lange bleibst du dort oder ich bin noch bis morgen hier ich bin gerade im hotel deswegen bin ich so lange wach aber ich bin ich hoffe jetzt dass so nachts von dem vampire kommen was machst du denn in hamburg urban aber beruflich bruder und beruflich krass cool habe ich habe ich früher immer gehabt habe ich mir habe ich in europaweit gearbeitet und war da im hotel da im hotel irgendwann hat mich da habe ich aufs geld geschissen das hat mich voll kaputt gemacht immer da da du hast nie so zu hause gehabt ich war immer beim kunden dann bei großkunden oder so unterwegs es ist immer dahin fliegen da da das das anzeichen das machen dies machen und da bist du wenig bei der familie weißt das ist ich weiß nicht ob oberbahnbruder familie hat und ich habe das ich das ständig gemacht ich war nur noch in hotels dies dass das auch anstrengend ist auch anstrengend wenn man eigene familie hat es ist anstrengend weil du willst ja auch aus ist ein freund von mir hat zum beispiel so eine domain gegründet der 600 million auf konto der hat ja krass du kannst das google internet x da wo ich herkomme hat er gegründet gehabt mit dem deutschen freund von uns auch und die haben das jetzt an 1 und 1 verkauft für 1,2 milliarden hat sich gelohnt auf jeden fall also jeder 600 million gemacht hat sich sehr gelohnt hat sich sehr gelohnt für die zwei jahre auf jeden fall aber das war auch zu guter zeit das war 19 das war doch 1995 was da ist genau da angefangen richtig mit den domains hochzugeben die hatten ja google der vertrag wir haben aber trotzdem ist auch anstrengend er musste jeden tag irgendwo hinfliegen da wie ist das nach amerika fliegen gottes segen christoph dein herz komm hoch gottes segen claudio bruder herz ich küsse dein herz dafür für 600 million würden die sogar mit alboralp fliegen oh heftige gardine bruder schlafen gottes segen claudio ich musste noch auf wc gerade direkt eine einladung jetzt bist du mit uns hallo gottes segen bruder hey küsse auf dein herz wie geht's denn dann wieder claudio müde müde ich muss das bild ein bisschen höher machen so was die gäste leute hast du menschen leute leute ich kann nicht so laut reden weil ich bin auch bei kohlen eine rauchen oder ja deshalb e-zigarette ist am besten das schaut aus und danach haben die probleme jetzt richtig er sind das zwiebeln oder was oder was ist das nee das sind knoblauch oder wir haben vorhin den spaß gemacht ich habe ich bin für muslime wie knoblauch für vampire deswegen mache ich diese bilder die ganze zeit habe ich nicht mehr diesmal habe ich nur das was im kopf ist und mein handy aber dass dieser tesla nicht nicht erwischt wird also entweder kriegt der polizeisch oder keine ahnung aber er ist auch witzig dieser test waren ja genau den meine ich das land ja der ist schon witzig sagte ganz ehrlich ist es aber ich an seiner stelle wieder aufpassen es gibt extremisten was die das aber wie der rede also also er wollte er jemanden mal bekehren hast du das mitbekommen komm mal ja ich dachte das wäre junus gewesen von dieser ja 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 nein aber der wollte da war einer muslim und er hat gesagt ich bin der neue propheten ich bin der neue prophet von islam und er hat wirklich im ernst gefragt bist du wirklich der neue also da war halt so unwissend dann hat er gesagt ja ich bin der neue prophet und ihr werdet alle jetzt mich anbieten müssen hatte gesagt und dann hat er gesagt spricht die schade aus und dann hat er die schade ausgesprochen dieser gast ja und dann jetzt sagt du jetzt fügst du noch hinzu und dann muss der noch tesla an hinzufügen hat er und dann hat er quasi dass der dafür ich sagte es gibt ja extremisten die werden die werden dann irgendwann erwischen ich sagste ja ich denke ja polizeischutz glaube ich auch weil wir lachen er musste einfach in die schade dieser test land musste einfach in die schade noch sein arm hinzufügen als letzter prophet michael meint auch test lachen mit geschirrtuch am kopf gestern gestern noch mit moslem telefoniert ganze ganze bibelstellen durchgegangen dann fragte mich ernsthaft ob ja ob die aussage von paulus wirklich so glaubwürdig ist dann habe ich dem gesagt dein ernst bei der wieso ich habe paulus ist mit den zeitzeugen gewandert hat mit denen gesprochen also praktisch mit denen zusammengelebt also aus erster quelle aus zeitzeugen berichten und du willst mir erzählen das 700 jahre später moment in eine höhle kommt über paulus über jesus spricht der gar nicht dabei gewesen ist auf eine sprache die jesus nie gesprochen hat und der soll glaubwürdiger sein als der mit den zeitzeugen gewandelt ist höchst du überhaupt zu wie dumm das gerade ist was du gerade sagst verstehst ja was ich meine als dieser ziege der hier koran gegessen hat legenden dieser aussage ja wir sehen ja selbst dass wir zwei ziehen haben eine gute und eine schlechte eine ist die ferse und die andere findet die fersen die der bibel ganz gut danken dir das sollten du hast gesehen oder bei diesen testlagen deswegen hast du auch kommen da ist der ist geil aber das ist genau so wie bei ich habe ja ja aber du musst auch bei ulmen gehen der ist der ist noch geiler der lachen und der schaut süß aus wenn er so ein bad hat mit seine dicken das beste wenn die muslimus zu ihm kommen sagt die frage nehmen sagt man die schade sagt lalalalalala der testler der testler hat ja eine zeit voll schlimm über albaner geredet und dann hat er in albanien urlaub gemacht und ein freund von mir ein freund von mir hat ihn dort gesehen am strand und du bist doch der testler wie war das noch mal überall bahn und er hat richtig angst gekriegt und hatte albana zu ihm gesagt spaß spaß es ist alles gut ich mache noch spaß aber bitte sagt mich dass ich der testler bin aber so spaß wird er nicht bei muslimen haben glaubt nicht die werden also wenn wir wissen ich glaube nicht dass die wirst du lassen also ich bin oft live nee ich beleidige auch und so aber sowas zu machen das muss man so wirklich ein die eier haben dazu wirklich also ich hab die eier nicht und dann noch mit kamera auch noch das ist dass man sein gesicht zeigt das ist noch schlimmer oder der ist schön dick sie werden ihn auf es da werden viele schnissen rauskommt aber der wund in österreich und in österreich leben viele tschetschenen haben auch sehr starke temperament ich sage ja die werden wenn sie mehr wissen die lassen die lassen ihn nicht los die werden ihn sportlich aber das beste das beste das beste an ihm ist dass dieser tuch auf seinen kopf so ein küchen tuch verschießt ja warte das machen die scherz doch nicht anders aber ich habe sie gehört er wird schnell mit tesla weg wahrscheinlich hatte wer hat er von tesla eine einem tesla bekommen damit wir schnell wegfahren kann aber dafür muss der tesla an ihm schreiben als als werbung für tesla das schreckt mich wieder hin ja wohl der voll genau wie du kannst du dich mit uns loyalität und so ich glaube ich habe gute nacht bruder ist es gut gerade sehen gute nacht das ist ein wahnsinn ne ich sehe schon ihr seid heute auch fitner hinaus oder ja das hast du alles hinter uns wir haben das alles hinter uns das war fast verpasst ich mache kein fitner mehr echt wenn jemand dann wenn jemand da mein jesus christus so beleidigt das ist krass das geht mir richtig ins herz rein normal ob vor allem dieser rosinen kopf der beleidigt richtig krass dieser abu kasim oder wie der heißt abu kasim oder so was weiß ich mal wie die alle heißen ganz ehrlich deswegen gehe ich ja oft oft zum beispiel live die leute die es zum beispiel ex muslim sind denn wenn eine raus hoch kommt dann können niemanden angreifen deswegen uns kann er sowieso nicht angreifen das soll er sagen wahnsinn ehrlich seitdem ich die bibel lese ich werde immer weicher immer weicher das ist der wahnsinn und ich meine wenn du die bibel in aber bruder wir brauchen wir brauchen noch kreuzritter so weit musst du nicht werden halte dich doch ein bisschen fest urbane hier ist einer ne leute ich gehe immer purer angriff ich habe mit einem letztens telefoniert ich glaube das war vier fünf stunden mit einem albaner aus der schweiz ne und er ist auch christ und er hat zu mir gesagt wir haben so über jesus und den jüngsten tag gesprochen ne dann sagt er zu mir ja zweiter nach nachdem 2000 jahre was haben wir für zeit 2024 wann ist jesus gestorben er hat mir als solche krassen sachen gesagt wo ich gedacht war krass wenn das zutreffen könnte dann ist es dauert es nicht mehr lange dann dauert es wirklich nicht mehr lange wann ist das denn also es gibt es auf arabisch wartet es gibt es auf arabisch ne ein wort centel elfein lael fein also die zweitausende wird nicht danach geben und weiß ich nicht auf diese arabisch meint er meint er für die christinnen oder vor genau das hat er auch gesagt genau das hat er gesagt nachdem noch genau 2000 danach nicht mehr ja genau ja also wie viele Jahre noch bleiben und das ist nach also nach jesus christus wo er im kreuz hingehen so nach drei tagen wieder aufgestanden ist nach dem 2000 jahre ja ok wie lange haben wir noch ja da muss man muss man muss man gucken wie viel wie lange hat er jesus gelebt genau also offizieller zeit wissen wir nicht ne wir haben jetzt 2024 richtig ja ja mit wann ist die welche alt ja jesus war 33 wenn ich nicht jetzt falsch liege ja also nach noch neun jahren sag ich mal und ja das hat mir neun jahre nein 33 ja ich weiß also keine ahnung also der typ erklärt es aber auch krass ne also wirklich so krass da wo ich mir gedacht habe wow 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 wenn das zutreffen könnte also wenn das zutrekt was so prophezeit wurde dann haben wir echt nicht mehr lange ja aber warum erzählt mir eine eine muslime das nicht ist ich habe gesagt ja ok sind wir haben 2000 aber das gehört das größte denn was und deine religion was in islamische religion wir haben noch 1400 noch was also müssen wir noch 600 jahre warten bruder carlo das ist schon auf die bibel das ist es ja aber es fehlen doch sehr viele prophezeiungen noch oder nicht ja für uns christen fehlen auf jeden fall wir müssen uns keine gedanken machen weil der tritt ok ich habe schon panik bekommen ja ich habe meine familie ich habe mich enthalte mich bei sowas ja ich enthalte mich auch aber ich sag mal so warum 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 bekommt man panik wenn man an jesus glaubt verstehe ich nicht na ich bin nicht in panik von mir aus kann es heute losgehen mir ist das wurscht deswegen ja sage ich ja wenn du fest an dass du glaubst warum solltest du panik oder sonst oder sonst oder angst bekommen ich weiß was ich mir denke ich weiß was ich mir denke wie es gibt doch jetzt die debatten und so weißt du wie ich so mal in mir denke ich schau mal lange kann es endlich mehr dauern weil schau mal es kommt raus es werden sich viele noch bekehren die ihre seele retten können aber danach ist schluss danach ist schluss oder ihr habt den muslim gehört der zu allem ja und amen gesagt hat menschen essen kinder ehe ihre herzen sind verstopft wie beim pharao du kannst zeigen was du das höchste das erlebe ich jeden tag da kommen viele leute bei mir live wenn ich das erzähle die sind weich an weil ich rede mit ruhiger art mit denen und beleidige nicht und so weiter es gibt leute die glauben das nicht und es gibt es heute die sagen ja okay ich muss nachlesen ich habe da gerne ist man nach und dann macht ihr gedanken darüber wir denken darüber und das war's ich sag ja bruder mit so normalen mit so normalen reden erreichst du viel mehr erreichst du einfach viel mehr weil es gibt leute auch muslime und so die korrekt sind und die denken sich dann die denken sich dann hey schau mal das kann doch nicht drin sein wie kann sowas in einem buch drinstehen und und im kurs gibt es gibt leute es gibt leute auch ganz ehrlich menschen essen kinder essen ja es gibt leute auch die kommen die wissen genau wie ich beleidige wie ich prophet beleidige manchmal wenn jemand meine mutter meine schwester geschwister zum beispiel beleidigt ich beleidige ihm zurück aber nicht ihm selbst sondern sein prophet und sein gott verstehst du und ich bin ich bin gottloser sage ich bin gottloser was beleidigst du meine mutter zum beispiel und dort kommen trotzdem mit ruhiger art mit mir reden und so weiter beleidige mich nicht dann beleidige ich auch nicht zurück aber schau mal bruder ist wirklich so ist so bruder hast vollkommen recht nein hat er nicht eigentlich hatte eigentlich nicht auch wenn ich vermeide doch doch warte 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 hier kommen wir hier wenn ich mein bruder aber doch eigentlich nicht recht aber ich bin jetzt ich bin jetzt gottloser zum beispiel ich glaube nicht an islam mehr verstehst du dann ist das heilige was jetzt heiliger von mir sind meine geschwister meine mutter du beleidigst jetzt die die am meisten liebe jetzt wie soll ich dich beleidigen für dich ist das für dich ist das wenn ich deine mutter beleidige für dich ist das egal weil du liebst sowieso prophet mehr als dein dein alle deine mutter und dein vater so meinst du ja 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 nein aber ich meine wenn du so mit jesus lebst darfst du normalerweise auch nicht mehr beleidigen ja aber die beleidigen aber jesus auch also die sagen der profete profite und dann holen die aus und aus dem bibel raus und sagen guck mal dein jesus guck mal dein jesus und das finde ich auch ich finde das das hat das in islam zu tun das hat gar nicht mit islam zu tun wenn du muslim bist und sagst du glaubst du glaubst eine profete ist zum beispiel warum beleidigst du die christen dann bist du bist du bist automatisch aus dem islam getreten sobald du bist du aus dem islam getreten ja ist so urbarn urbarn sifu komm hoch bruder bruder sifu komm hoch ja sifu komm hoch urbarn kannst du da du sowieso nichts zu tun hast wollte ich mal fragen ob du hier über endzeit reden könntest also was alles passieren wird bruder schwieriges thema ich kenne mich da nicht aus oh ok dieser festin dieser festin dieser festin ist sein tier bruder und noch ein noch ein albaner der mit dem schreibe ich privat der ist brutal was was so geschichten angeht und was so endzeit du kannst den stundenlang zuhören wirklich und er redet mit so einer guten auffassung ja wahnsinn das ist echt wahnsinn das ist für mich wirklich der hat ein gottessegen bekommen wie er das praktiziert und so ein wahnsinn ein wahnsinn also ganz ehrlich ich war auf mir als muslim ja gerade wenn du den zuhörst ohne spaß ohne spaß gerade wenn du den zuhörst und mit ihm redest da geht ein thema auf da geht ja ja glaube ich glaube ich guck mal wenn man wenn man wenn man zum beispiel ich war ja ex muslim ich war ich war fest drin also gläubig ne wo man auch in der zeit mir erzählt haben ey ganz ehrlich ich ich hab panik bekommen vom angst her verstehst du vom angst wie man das erzählt und das ist das ist wirklich so sobald man gläubig ist und ich weiß wenn ich jetzt sage ich okay ich nehme das christentum an und dann erzählt mir sowas normal werde ich werde ich angst bekommen das ist ganz normal weil ich komme aus aus die gleiche fast gleiche geschichte und dann ich war ja selber muslim ne und seitdem ich die bibel lese ne habe ich schlechtes gewissen wirklich schlechtes gewissen ich hab schlechtes gewissen weil weil ich das gelesen habe in der bibel wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt mache äh äh in meinem leben dann habe ich ein schlechtes gewissen weil ich das gelesen habe weil er dann irgendwann sagen könnte du hast es gelesen du warst im heiligen geist und du hast es gemacht verstehst du was soll ich denn sagen vor allem dieser fest er redet nicht um heißen drei er kommt so sachlich punkt zu punkt punkt zu punkt sage ich dir ganz ehrlich und wenn ich das dann gelesen habe und dann äh am nächsten tag dann einfach weitermacht dann und ich kein schlechtes gewissen habe habe ich das buch nicht ernst genommen oder habe ich den glauben nicht ernst verstehst du ja aber aber ganz ehrlich ganz ehrlich guck mal äh ich ja nicht so ich verstehe mich ja 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 verstehe mich nicht falsch aber guck mal lebe dein leben und hör dir sowas nicht jemand du wirst davon davon so bei träumen sogar wirklich und das ist hauptsache du bist du glaubst an jesus verstehst du du musst aber ich meine was wurde was haben sie mit jesus gemacht wir haben den geschlagen wir haben ihn gefoltert wir haben ihn ans kreuz genagelt verstehst du und deshalb das hat er uns ja alles gegeben das war ja so und dann und dann stell dir mal vor und wir wir machen das nur mit wörtern aber lass dich mal so foltern lass dich mal so äh dein kreuz tragen dass du es hin trägst und auf dem kreuz bist du genagelt verstehst du was ich meine ich hab ich hab vor paar tage da gibt es da gibt es ein neuer film da gibt es ein neuer film der ist ein paar jahre älter zum beispiel maria magdalena habe ich mir angeguckt und ganz ehrlich das war gott was er überlebt wenn also ich bin ja auch nicht glaube ich wenn er das wirklich war wie er das erlebt hat verstehst du ich meine das ist wirklich so ich hab gesagt das ist ja ich hab mir dann viele filme aber auf arabische seite guck ich mir ein und dann kommt 50 jahre später einer der der film gemacht hat er meinte nein das hälfte vom film ist das alles gelogen ich sag weil danach habe ich gelesen da gibt es nicht dieser film dieser film was die geschichten da ein film ist gibt es nicht in islam ich hab gesagt ich hab's nicht ich hab gesagt wenn ich Milliardär wäre würde ich mir den Bruderfest für gute nacht geschichte kennst du das wenn du dann immer so medical detective anschaust oder so weißt du früher immer diese geschichten der hat eine so eine beruhigende stimme das ist der Wahnsinn soll ich bisschen Endzeit lesen ja Bruder Urban 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 nur ich erzähl dir eine Geschichte guck mal da gibt's eine Serie über Khaled und du weißt die Geschichte von Khaled was er gemacht hat zum Beispiel bisschen Beis ja und da kam der derjenige der hat gesagt okay ich hab diese Serie gemacht die haben mir das Buch gegeben in der Hand und wollte ich aus diesem Buch eine Serie machen dann habe ich mir das angelesen ich hab gesagt ich kann kein Buch darüber also ich kann kein Serie über dieses Buch machen so viele Sachen die kann man nicht zeigen da sagt das ist aber was hier steht alles ja wirklich überleg dir Vergewaltigung Kindermord alles ja ja und das genau das genau das sagt wie soll ich eine Serie ne das das jemanden einen Kopf kocht und isst wie soll ich ja ja wie soll ich daraus eine Serie machen und dann und dann sage ich das ist der beste Freund vom Prophet ja er war rechtgeleitet von Allah ja er ließ mal so Leute jetzt macht macht alle die Augen zu ne jetzt einschlafen davor spendet mir jeder drei Löwen aber wir machen 50 ne wie ihr wollt hauptsache ich kriege meine Sechse man war von Bruder bevor du das lesen anfängst was ist jetzt mit Adam und Eva Hä wo Alphista gesagt hat oder er ist er Verschwörungstheoretiker glaubt er an Adam und Eva auch ja der Stammbaum steht in der Bibel ganz klar wie es weiter geht mit Adam und Eva Wo steht das in der Bibel? Und auch, es steht in der Bibel auch, dass die Sohne sich auch bekämpft haben wegen der Schwestern. Ja, Abel und Kain, nein, nicht wegen der Schwestern, Abel und Kain, weil der eine aus Hochmut Opfer gebracht hat und der andere aus Demut. Und Gott hat den Opfer aus Demut anerkannt, aber aus Hochmut nicht, weil Gott mag kein Hochmut. Und da hat der eine Bruder den anderen aus Eifersucht umgebracht. Umgebracht, genau. Krank. Abel und Kain. Kain wurde verflucht, die Erde wurde verflucht, sein Blut sollte nicht aufgenommen werden. Guck mal, man muss die Bibel nicht als historisches Buch nehmen. Das sind alles mahnende Beispiele für uns Menschen. Wir sollen daraus lernen. Wir sollen nicht, weißt du, wie ich meine? Das ist kein historisches Buch, das ist ein Buch für Rechtleitung. Wir sollen daraus lernen, demütig zu sein, nicht hochmütig zu sein. Ja, Amen, Bruder. Amen, Bruder. Hey, aber Urban, bitte schick mir das privat, weil er hat mir hier privat angeschrieben, hat er gesagt, du musst es verschlüsseln, du musst da ein bisschen vorschlagen. Nein, nein, er ist ein Verschwörungstheoretiker und ein bisschen speziell. Ja, ich weiß schon, ich weiß, ich habe schon gemerkt. Es ist kein geheimnis Buch, es ist ein normales Buch. Gott schickt dir kein Buch, Gott schickt kein Buch runter, was du entschlüsseln musst. Das wäre lächerlich. Du sollst es lesen und verstehen. Ja, schick mir mal das privat, bitte. Aber die sagen auch wissenschaftlich, dass aus einem Mann und einer Frau wird niemals so acht Milliarden Menschen geben. Nein, niemals. Carlo, du musst auch dazu sagen, dass die Wissenschaft bei allen Männern auf der Welt ein Gen hat, das nennt man das Adam-Gen, das kann man zurückverfolgen. Und man kann wissenschaftlich beweisen, dass alle Männer auf der Welt von einem Mann abstammen. Dann musst du das miterwähnen. Ja. Ja, und es muss einen ersten Menschen geben. Es gab nicht die ersten 100 Menschen. Ja, das ist ja klar. Das ist ja klar. Aber wie, also muss man zum Beispiel, ne? Aber wie viele Jahre, wie viele, wie viele Jahre? Carlo, Carlo, hör mir mal bitte zu. Zum Beispiel. Okay. Die Wissenschaft sagt, die Erde ist 30.000, 40.000, 100.000 Jahre alt und die Menschheit ist circa, ich glaube, 30.000 oder 40.000 Jahre alt. Lagen wir mal circa. Da gab es einen Mann, der hat ausgerechnet. Wenn ich heute lebe und meine Vorfahren für 40.000 Jahre gelebt haben, der hat dann zurückgezählt für sich selber. Ich hatte einen Oma, Opa, sie hatten einen Oma, Opa. Der hat diese Zeit zurückgerechnet und der kam raus, dass es so viele Menschen geben könnte, wie es die Erde nicht tragen kann. Also die Wissenschaft sagt auch schon komische Sachen. Also nur für einen Menschen hat er zurückgerechnet, da müssten mehr wie 8 Milliarden Menschen gelebt haben. Es wären mehrere Triladen Jahre Menschen, ja. Ja, aber zum Beispiel jetzt, okay. Aber zum Beispiel die Menschen jetzt in der jetzigen Südamerika und Amerika und so weiter. Wie kamen die Menschen da? Na, du weißt, dass die Platten früher zusammen waren. Okay, ja. Ja, ja. Und du weißt, dass die Menschen in Südamerika auch eine Sintflut kennen und wir sie kennen, obwohl es zwischen uns keine Verbindung gibt. Aber die Geschichte von der Sintflut haben beide Völker. Die Maya, die Azteken und wir, die alten Völker. Ja, ja, genau. Genau das, ja. Das ist krass. Da muss man sich mal beschäftigen, so richtig damit. Also, also wenn ich einen Muslim, wenn ich einen Muslim sage, ich ein Bruder, sagt er, sag mir nicht ein Bruder. Doch, ist ja mein Bruder, aber. Ne, oder? Guck mal, ein Christ ist ein Menschenfreund und kein Menschenfeind. Menschenfeind sind die Muslime. Sie teilen die Menschen, Ungläubigen und Gläubige. Sie dürfen Ungläubigen nicht mal Frieden wünschen. Sie sind Menschenfeinde. Wir sind Menschenfreunde. Das ist der Unterschied. Amen, Bruder. Amen, Bruder. Die Bibel 100%. Ungläubige können nicht glauben, dass wir in den letzten Tagen der Weltgeschichte leben. Die Bibel sagt in 2. Petrus 3 bis 4, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihre eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es Anfang der Schöpfung gewesen ist. Das Auftreten des Antichristen ist ein Zeichen des Endes. Die Bibel sagt in 1. Johannes 2, 18 Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sagte Jesus die Zeit des Endes woraus? Die Bibel sagt in Matthäus 24, 14 Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, dann wird das Kommen, das Ende. Menschen, die sich als Jesus ausgeben werden, versuchen, viele in den letzten Tagen zu verführen. Die Bibel sagt in Matthäus 24, 23 bis 24, Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Es werden Zeichen in der Sonne, dem Mond und den Sternen geschehen. Die Bibel sagt in Matthäus 24, 29 bis 30 Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden von Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird er erscheinen, das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, und dann werden Wehklagen aller Geschlechter auf Erden und werden sehenden Menschensohn kommen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Welcher moralischer Zustand wird die Gesellschaft der letzten Tage kennzeichnen? Die Bibel sagt in 2. Timotheus 3, 1 bis 5 Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollos mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Die Zunahme der Erkenntnis ist ein Zeichen der Endzeit. Die Bibel sagt in Daniel 12, 4 Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegel dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Von welchem weiteren Zeichen der letzten Tage spricht die Bibel? Die Bibel sagt in Lukas 21, 25, 26 Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Stern, und auf Erden wird den Völkern Banger sein, und sie werden verzagen von den Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen, verforscht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden entzwangen kommen. Die Versprechung von Frieden und Sicherheit sind ein Zeichen der Endzeit. Die Bibel sagt in 1. Thessalonika 5, 2-3 Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Wie die Wehen einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Was sollte man tun, wenn diese Dinge sich erfüllen? Die Bibel sagt in Matthäus 24, 42, 44 Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das solltet ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid ihr auch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, die er nicht meint. Amen Wer machte den Sabbat und zu welchem Zeitpunkt? Die Bibel sagt in 1. Moses 1 bis 2 Aus welchem Grund soll der Sabbat heilig gehalten werden? Die Bibel sagt in 2. Moses 20 bis 11 Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Gemäß den Worten Jesu, für wem wurde der Sabbat gemacht? Die Bibel sagt in Matthäus 2 bis 27 Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um den Sabbat willen. Was verlangt das vierte Gebot? Ich glaube, ich bin ein bisschen gesprungen. Na, passt, passt. Da sieht man Leute in Liebe mit dem Herrn. Die Bibel ist so schön. Ich sage ja ehrlich, wenn man sich weiterhin somit vertieft, dann lebt man einfach nur noch in der Liebe. Was bedeutet der Begriff Endzeit? Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass der Begriff Endzeit so nicht in der Bibel vorkommt. Die Propheten des Alten Testament sprachen von Gottes zukünftigen Heilshandel am Ende der Tage, so z.B. in Jesaja 2, 2. Und so wird es geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihnen strömen. Weitere Stellen haben wir in Jesaja 23, 20. Hesekiel, Daniel, Hosea und Micha. Ein weiterer wichtiger Begriff, der mit der zukünftigen Gerichts- und Heilshandlung Gottes verbunden wird, ist der Tag des Herrn, der insbesondere das dominierende Thema des Propheten Joels ist. Der Perspektive des Alten Testaments lag dies alles noch in ferner Zukunft, ohne dass der Tag des Herrn zeitlich konkret eingegrenzt wurde. Viele Christen verstehen heute unter der Endzeit die letzte Zeit im Sinne einer Zeitepoche, die das Ende der Welt einleiten oder als Markierung, dass das Ende kurz bevor steht. Nicht selten habe ich erlebt, dass Christen insbesondere dramatische Entwicklungen der Weltgeschichte, insbesondere Angriffe wie z.B. der Hamas, was ja in der Bibel prophezeit wird, am Ende der Zeit wird Gaza komplett ausgelöscht, ist bei uns in der Bibel prophezeit, das ist eigentlich der Wahnsinn. Wo ich das gelesen habe, das ist der Satz mit den Rückenhaaren, das war krass. Und das ist wirklich so, da steht, da wird alles, alles zerfallen einfach, kein Stein wird mehr da sein. Paulus sagt in Galater 4,4 Als dies aber wieder vor jener als Vorbild und dies geschrieben wurde zur Zeit Ermahnung für uns über dies, das Ende der Zeitalter gekommen ist. Paulus spricht hier über die lehrhafte Funktion des Alten Testaments für die Christen und er sagt, dass das Ende der Zeitalter gekommen ist. Allerdings spricht er nicht von einem apokalyptischen Ende der Welt, sondern davon, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Sondern dies ist das, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und dies wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter. Das steht übrigens in Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist ausgegossen wird. Viele sagen, wo ist der Heilige Geist? Wieso haben die Juden nicht an die Trinität geglaubt? Weil Gott noch nicht als Mensch auf die Erde gekommen ist und der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war. Wie hätten Juden an die Trinität glauben können, an den dreieinigen Gott? Und eure jungen Männer werden Erscheinung sehen, eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Petrus zitiert hier Joel 3, 1 bis 5 und deutet die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten als dessen Erfüllung. Interessant ist, dass Petrus hier die hebräischen Grundrechte etwas... So Leute, ich glaube, wir gehen jetzt schlafen. Ich küsse dein Herz, du sagst... Ey, wir haben um 3 Uhr morgens 54 Zuschauer, das ist völlig verrückt. Ja, voll. Also, Salami Aleikum, meine leeren Leute. Carlo ist eigentlich da. Nein, nein, ich bin da. Salami Aleikum? Ja, meine Tochter ist krank, deswegen. Wir wünschen dir natürlich Gesundheit. Danke. Warum da toll, Rose? Ja, sie will nicht, dass du gehst. Ich habe keinen Löwen gekriegt. Schickt ihnen einen Löwen, ihr Reichen. Schickt mir niemals einen Löwen, macht das nicht. TikTok behält alles. Nein, 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 TikTok behält alles. Jeder, der reiche, schickt mal was. Was läuft bei euch, ihr Geizigen? Herr Rose, sag dich zu bleiben. Ich kann Rose, ich will dich sprechen. Ey, aber du hast noch was vergessen. Füge noch was hinzu, ein bisschen in den Löwen drüber. Du kannst jetzt nicht einfach so gehen drüber. Du musst ja jetzt nicht vergessen. Okay, ich lese... Meine Dings, meine Kopfhörer, die sind gleich leer. Deswegen, Batterien sind leer. Aber ich lese, okay, ich lese noch was. Lesen wir über den Antichristen, über das Hamageddon, unter die sieben Posaunen. Okay, du wirst, komm. Die Mahlzeichen des Tiers, Offenbarung 13 bis 16, lesen wir Offenbarung. Offenbarung ist halt sehr schwer zu verstehen, ne? Dass sich Muslime trauen, uns die Offenbarung auszulegen, ist schon verrückt. Ja, krass. Du brauchst keine Kopfhörer. Doch, doch, ich brauche Kopfhörer, sonst kommt meine markante Männerstimme nicht so gut rüber. Was du lauers manchmal? Offenbarung des Kapitels Johannes 13 Und ich sah ein Tier, stieg aus dem Meer, mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe, und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären, und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Und der Drache hat ihm seine Gewalt übergeben, sein Thron und seine große Macht. Einer seiner Köpfe sah aus wie tödlich verwundet. Aber die tödliche Wunde wurde geheilt, und die ganze Erde sah dem Tier staunt nach. Die Menschen warfen sich vor dem Drachen nieder, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Und sie betete das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich, und wer kann dem Tier mit ihm aufnehmen? Ach so, den Kampf mit ihm aufnehmen. Und es wurde ermächtigt, mit seinen großen anmaßenden Worten und Lästerungen auszusprechen. Es wurde ihm Macht gegeben, dies 42 Monate zu tun. Das Tier öffnete sein Maul, um Gott und seinen Namen zu lästern, seine Wohnung und alle, die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm erlaubt, mit dem Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen. Es wurde ihm auch Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprache und Nationen. Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm. Alle, deren Namen nicht seit der Erschaffung der Welt eingetragen ist ins Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde. Deswegen sagt Jesus, nur er kann uns in das Buch des Lebens schreiben. Wenn einer Ohren hat, so höre er. Wer zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert getötet werden soll, wird mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftigkeit und die Glaubenstreue der Heiligen bewähren. Und ich sah ein anderes Tier, stieg aus der Erde herauf. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor dessen Auge aus. Er brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt war. Er tat große Zeichen, sogar Feuer ließ er vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde fallen. Es verwirrte die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es im Auftrag des Tieres tat. Es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu errichten, zu Ehren des Tieres, das mit dem Schwert erschlagen worden war, und doch wieder zum Leben kam. Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeiz zu verleihen, so dass er auch sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbieten. Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang es auf ihre rechten Hand oder ihre Stirn, ein Kennzeichen anzubringen. Kaufen oder verkaufen konnten nur wer das Kennzeichen trug, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, übrigens 666. Hier braucht man Kenntnis, wer Verstand hat, berechnet des Zahlenwert des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschennamen, seine Zahl ist die 666. Und ich sah das Lamm stand auf dem Berg Zion. Bei ihm waren 144.000, auf ihre Stirn trugen sie den Namen und des Namen seines Vaters. Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel her, die dem Rauschen von Wassermassen und dem Rollen eines gewaltigen Donners glich. Die Stimme, die ich hörte, war wie der Klang der Harfe. Ein Hafenspieler schlägt und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und wurde von den vier Lebenwesen und vor dem Ältesten. Aber niemand konnte das Lied singen lernen, außer 144.000, die freigekauft und von der Erde weggenommen wurden. Sie sind es, die sich nicht mit den Weibern befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Sie folgten dem Lamm, wohin es geht. Sie allein unter allen Menschen sind freigekauft, als Erstlingsgabe für Gott und das Lamm. Denn in ihrem Mund fand sich keinerlei Lüge. Sie sind ohne Makel. Das Gericht, Kapitel 14 Dann sah ich ein anderer Engel, flog hoch am Himmel. Er hatte den Bewohnern der Erde ein ewiges Evangelium zur Verkündung aller Nationen, Stämme, Sprachen, Völkern. Er rief mit lauter Stimme, fürchte Gott und erweist ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet ihn an, der den Himmel und die Erde, das Meer und das Wasserquell geschaffen hat. Ein anderer Engel, ein zweiter, folgte und rief, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die alle Völker betrunken gemacht hat, mit Zornwein und Hurerei. Ein anderer Engel, ein dritter, folgte ihm und rief mit lauter Stimme, Wer das Tier und sein Standbild anbetet und wer das Kennzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt, der muss den Wein des Zornes Gottes trinken, der unverdünnt im Becher seines Zornes gemischt ist, und wer mit Feuer und Schwefel gequält von den Augen der heiligen Engel und des Lammes. Der Rauch vor ihrer Peinigung stieg auf ihn in aller Ewigkeit. Alle, die das Tier und sein Standbild anbeteten und die seinen Namen als Kennzeichen annahmen, werden bei Tag und Nacht keine Ruhe haben. Hier musste ich die Standhaftigkeit der Heiligen bewähren, die an den Gebot Gottes und an die Treue zu Jesus festhalten. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel her rufen, schreibe selig die Toten, die im Herrn sterben. Von jetzt an, spricht der Geist, sie sollen ausruhen vor ihren Mühen, denn ihre Werke begleiten sie. Dann sah ich, wie eine weiße Wolke auf der Wolke thronte, einer, der wie ein Menschensohn aussah, er trug einen goldenen Kranz auf dem Haupt und ein scharfer Sichel in der Hand. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem aus der Wolke, sah er mit lauter Stimme, Schick deine Sichel aus und ernte, denn die Zeit zur Ernte ist gekommen, die Frucht der Erde ist reif geworden. Und der, der auf der Wolke saß, schleuderte seine Sichel über die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und einer der anderen Engel trat aus dem himmlischen Tempel und er hatte eine scharfe Sichel. Vom Altar her kam noch ein anderer Engel, der die Macht über das Feuer hatte. Der die scharfe Sichel trug, rief er mit lauter Stimme zurück, Schick deine scharfe Sichel aus und ernte die Trauung von dem Weinstück der Erde, seine Bären sind reif geworden. Dann schleuderte der Engel seine Sichel auf die Erde, erntete den Weinstück, der die Erde abwarf, und die Trauben in der großen Kälte des Zornes Gottes. Der Kälte wurde draußen vor die Stadt getreten und Blut strömte aus dem Kälte. Er stieg an bis an die Zügel der Pferde ein und 600 Stadien weit. Dann sah ich ein anderes Zeichen am Himmel, groß und wunderbar. Ich sah sieben Engel mit sieben Plagen, denn die sieben letzten, die ihnen erreicht hatten, zogen Gottes ein Ende. Dann sah ich etwas, das einem Gläsernmeer glich und mit Feuer durchsetzt war. Und die Sieger über das Tier, über sein Standbild und über die Zahl seines Namens standen auf dem Gläsernmeer und trugen die Harfen Gottes. Sie sang das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied zu Ehren des Lammes. Groß und wunderbar sind die Taten, Herr, Gott und Herrscher, über die ganze Schöpfung, gerecht und zufällig. Sind deine Wege, du König der Völker. Wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker kommen und beten dich an, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Dann sah ich es, es öffnete sich der himmlische Tempel des Zelt des Zeugnisses im Himmel. Und die sieben Engel mit den sieben Plagen traten heraus. Sie waren in reines glänzendes Leinen gekleidet und trugen um ihre Brust ein Gürtel aus Gold. Und eines der vier Lebewesen reichte, denn sieben Engel sieben goldene Schalen, sie waren gefüllt mit dem Zorn des Gottes in aller Ewigkeit lebt. Und der Tempel füllte sich mit dem Rauch der Herrlichkeit und der Macht Gottes. Niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Plagen aus der Hand der sieben Engel zu ihrem Ende gekommen waren. Dann hörte ich, wie eine laute Stimme aus dem Tempel den sieben Engeln zuriff. Geh und gieß die sieben Schalen mit dem Zorn Gottes über die Erde. Der Erste ging und goss seine Schale über das Land, da bildete sich ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Kennzeichen des Tieres trugen und sein Standbild anbeten. Der zweite Engel goss seine Schale über das Meer, da wurde es zu Blut, das aussah wie das Blut eines Toten und alle Lebewesen im Meer starben. Der dritte goss eine Schale über die Flüsse und Quellen, da wurde alles zu Blut. Und ich hörte der Engel, der Macht über das Wasser hatte, sagen, gerecht bist du, der du bist und du warst, du Heiliger, denn damit hast du dein gerechtes Urteil gefällt. Wir sagen, Gott ist gerecht. Sie haben das Blut von Heiligen und Propheten vergossen, deshalb hast du ihr Blut zu trinken gegeben, so haben sie es verdient. Und ich hörte eine Stimme vom Brandopfer alter Herr sagen, Herr Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung, wahr und gerecht sind deine Gerichtsurteile. Der vierte Engel goss seine Schale über die Sonne, da wurde ihm Macht gegeben, mit ihrem Feuer die Menschen zu verbrennen. Und die Menschen verbrannten. Und Jesus sagt ja, wer das Blut trinkt, kennst du die, Matthäus? Ja. Wer das Blut trinkt, der ist verflucht auf Ewigkeit. Amen. Amen, Bruder. Und die Menschen verbrannten in großer Hitze, dennoch verfluchten sie den Namen Gottes, der die Macht über diese Plagen hatte. Sie bekehrten sich nicht dazu, ihm die Ehre zu geben. Schaut mal, Leute, in der Offenbarung, wenn die Menschen bestraft werden und das Zeichen getragen haben, alle Gebote von Gott gebrochen haben, er gibt ihnen immer noch die Chance, ihm die Ehre zu geben. Bruder, obwohl sie brennen, haben sie noch die Chance, Gott die Ehre zu geben. Schaut mal. Und die Menschen verbrannten in großen Hitze, dennoch verfluchten sie den Namen Gottes, der die Macht über diese Plagen hat. Sie bekehren sich nicht dazu, ihm die Ehre zu geben. Sie haben immer noch die Chance, im Feuer, aber im Islam hast du nur drei Tage Zeit. Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres, da kam Finsternis über das Reich des Tieres und die Menschen zerbissen sich vor Angst und Schmerz die Zunge. Dennoch verfluchten sie den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und ihrer Geschwüre und sie ließen sie nicht ab von ihrem Treiben. Der sechste Engel goss die Schale über den großen Strom, den Euphrat, da trocknete sein Wasser aus, sodass dem König des Ostens der Weg offen stand. Dann sah ich das Maul aus dem Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister hervorkommen, die wie Frösche aussahen. Es sind Dämonengeister, die Wunderzeichen tun. Sie schwärmen aus zu dem Königen der ganzen Erde, um sie zusammenzuholen für den Krieg am großen Tag Gottes, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig, wer wach bleibt und sein Gewand anbehält, damit er nicht nackt gehen muss und man seine Blöße sieht. Die Geister führten die Könige an dem Ort zusammen, der auf hebräischen Hamageddon heißt. Und der siebte Engel goss seine Schale über die Luft, da kam ein lauter Sturm aus dem Tempel, die von den Thronen her rief. Es ist geschehen. Und es folgten Blitzestimmen und Donner. Es entstand ein gewaltiges Erdbeben, wie noch ein keines gewesen war. Seitdem es Menschen auf der Erde gibt, so gewaltig war dieses Beben. Die große Stadt brach in drei Teile auseinander und die Städte der Völker stürzten ein. Gott hatte sich an Babylon, die große erinnert, und reichte ihr den Becher mit dem Wein seines rächenden Zorn. Alle Inseln verschwanden und es gab keine Berge mehr. Und gewaltige Hagelbrocken zehn schwer stürzten vom Himmel auf die Menschen herab. Dennoch verfluchten sie den Menschen Gott, dennoch verfluchten die Menschen Gott diese Hagelplage, denn die Plage war über die Maßen groß. Das war in Moses. Ich weiß nicht, was in Moses war. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen. Ich habe mir endlich meine Follower gekauft. Das ist das erste Mal live gegen mein Leben. Sehr gut. Liest du gerade aus der Offenbarung, oder? Ja, genau. Aus der Einheitsübersetzung. Spontan. Weil mein Chat das möchte. Sie haben mir einen Löwen geschenkt. Dann kam einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen trug. Ich zeige dir das Strafgericht über die große Malle, die an vielen Gewässern sitzt. Wie bitte? Ganz kurz, wenn man das erste Mal live kommt, muss man direkt Löwen schicken. Ja, ich will Geld haben. Das gibt es egal. Alles gut, mein Lieber. Es war Spaß. Ich weiß. Urban, du kannst weit? Ich will eigentlich schlafen, Leute. Ich will eigentlich schlafen. Ich zeige euch nur mal ein Bild, Leute. Ich zeige euch mal ein Bild. Das wurde mir gerade geschickt, Leute. Das ist so witzig. Guck mal. Frauen mit einer Zeitmaschine. Ja. I am your Granddaughter, really? Und was Männer mit einer Zeitmaschine machen? I am here to save Aisha. Alter, Mann. Was tut mir kommt, Bruder? Um diese Uhrzeit? Um diese Uhrzeit. Ich konnte meine Gruppe gesehen. Ich bin der hier. Bruder, ich habe, wo ich neu auf TikTok war, habe ich nur über das Thema Aisha debattiert und mein Kanal hieß Carsten. Leute, auch genau noch mal alle den Bruder Urban folgen bitte und auf YouTube. Ganz wichtig. Wer mich hat... Ja, Rose kennt mich noch. Rose, guck mal, Rose ist... Ich kenne mich seit dem ersten Tag bei TikTok, wo ich noch mit Carsten einen Strahl-Account baut, über Kinder im Islam debattiert habe. Echt? Ja. Du bist von Anfang an dabei. Wie bitte? Ich habe da mal was gesehen, ja. Wer hat mir das geschickt? War das Lodjia, der mir das geschickt hat? Irgendwas habe ich gesehen gehabt, ja. Lord Jesus, bist du Christ? Ja, Bruder, natürlich. Was soll ich denn sonst sagen? Kann man gar nicht. Ja, man weiß nicht. Man weiß nie. Vielleicht bist du... Nein, nein, ich bin derjenige, der dich nach Bruder Ali gefragt hat, weil ich war bei ihm zu Hause. Ah, du warst bei ihm zu Hause. Ja, genau. Ich habe den gestern kennengelernt, weil der hat so eine... Wir sind ja in derselben Stadt, wir kommen beide aus Bielefeld. Und der hat gestern so eine Versammlung gemacht in einem Imbiss, also in einem Pizzarera war das. Und da sind halt Leute, so Christen gekommen, die halt so Fragen haben und so. Und ich wusste auch, dass er da sein wird. Dann bin ich auch da gegangen, wegen meinen Kollegen. Und da haben wir gestern, boah, wir waren da fünf Stunden, haben gestern über den Herrn Jesus die ganze Zeit geredet und so. Und dann, er macht immer sonntags bei sich zu Hause, macht er so eine Art Gottesdienst, weißt du? Hammer, schön. Nicht schlecht. Ja, der Bruder weiß viel, ne? Sowohl über Christentum, Islam. Du kannst ihn viel fragen. Ja, Islam weiß der enorm viel. Christen, du weiß ich nicht. Da habe ich ihn noch nie gehört. Aber ich gehe mal davon aus, weil er geht doch missionieren. Ja, genau. Aber Islam ist ja unschlagbar. Ja, er kann auch erhaben. Ja, diesen Alem. Der hat diesen Alem, ne? Der hier auf TikTok ist, der hat 20.000 Follower, das ist ein Imam. Echt? Der ist abgehauen. Der ist abgehauen. Ich habe gesehen, dass Anas abgehauen ist. Der ist rausgegangen. Der Anas sowieso. Mit Anas habe ich auch debattiert. Ja. Anas habe ich auch nicht debattiert. Ja, deine Debatte habe ich auch gesehen mit ihm. Hast du heute debattiert? Ich habe gesagt, Anas, du hast in allen Punkten gelogen. Er sagt nicht mal nein. Wann war das, Bruder? Ach, das ist schon länger, ja. Das ist auf YouTube, ist das. Okay, das schaue ich mir an. Ist auf deiner Seite, oder? Wie bitte? Ist auf deiner Seite, oder? Nee, ich werde diese Video schneiden und dann meine Seite langsam hochladen. Mach mal, mach mal. Ich werde noch mit Liebe zum Hadif habe ich auch noch zwei Debatten auf. Hast du noch offen, oder was? Habe ich schon gemacht. Also ich habe die Debatten auf mein Handy, die muss ich auch noch hochladen. Den kannst du ja gar nicht reden, ne? Guck mal, ich war letztens auf der Autobahn, ne? Am Fahren. Und da kam so ein Fake-Account bei mir rein und diesen Fake-Account haben mehrere Leute, das war mehr, ja, er war unter anderem mit drin, oder es waren noch andere mit drin. Guck mal, wie hinterhältig sie sind. Ja, das machen wir Muslime. Aber warum kommen die nicht mit dem, mit dem echten Account und debattieren mit mir? Warum so, und zwar mehrere Leute so, falls einer nicht weiß und ich habe sie halt widerlegt, ne? Und leider nicht mit dem echten Account, und weil, das ist so peinlich, man. Aber guck mal, wenn so, ich habe noch nie gesehen, also gab es bestimmt schon so, aber meistens so die christlichen Missionare, also die debattieren, sie sind auch meistens alleine, zum Beispiel Amir, so ganz selten ist er mit seinem Bruder, aber sonst auch immer alleine, du bist immer alleine. Immer alleine. So, weißt du? Ich bin sowieso im, ja. Genau, und sie Bruder sitzen zu acht und sagen, wo ist dieser O-Bahn? Warum kommt er nicht? Ich so, kommt doch zu mir. Und wenn das so ist, dass mehrere Christen drin sind, wie zum Beispiel bei Flexor oder so, dann ist ja auch immer so mäßig eins gegen eins, weißt du? Da sind ja nicht immer so wie bei denen acht Leute, die gegen einen reden, weißt du? Genau. Lass mal die auch rausreden. Hallo. Devin. Ja, also Jesus ist also Gott. Der Mächtige. Na ja, also. Bist du Muslim? Bist du Muslim? Alhamdulillah. Darf ich dir eine Frage stellen und du mir? Ja, stell mir eine Frage, aber ich sag jetzt schon, ich bin jetzt nicht so krass wissend. Also ich weiß nicht, ob ich sie dir beantworten kann. Aber, warte mal, man weiß nicht alles. Aber du beschäftigst dich mit dem Christentum, obwohl du keine Ahnung von deiner eigenen Religion hast. Hab ich gesagt, ich hab keine Ahnung? Ich hab nur gesagt, ich weiß nicht alles. Hast du einen Koran da? Ja, hab ich. Wie viele Sorgen hat dein Koran? Ähm, 114. Sehr gut. Das ist schon mal stark. Das ist schon mal viel Wissen. Darf ich jetzt meine Frage stellen? Ja. Stell mal deine Frage. Und du lässt mich auch ausreden. Ja, ich lass dich ausreden. Also, ein Gott kann ja nicht geboren werden, oder? Wo steht das? Also, es ist normal, dass kein Gott, also dass ein Gott nicht geboren werden kann. Nein, nein, wo steht das? Beweis mir, dass ein Gott nicht geboren werden kann. Also, beweis mir, dass ein Gott geboren werden kann. Aber wo steht das? Sag mir, wo steht, dass ein Gott geboren werden kann? Oder dass ein Gott ein Schöpfer haben kann, wenn ein Gott doch der Schöpfer von allem ist? Du sagst, ein Gott kann nicht geboren werden, du bist eine Beweispflicht. Ich muss doch nicht dein Argument beweisen. Also, es ist normal, dass kein Gott, dass kein Gott geboren werden kann. Devin, 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 Devin. Kann Gott alles? Ist Gott allmächtig? Gott ist allmächtig, ja. Also, Gott kann alles? Ja. Kann Gott Mensch werden? Ein Gott ist ein Gott und kein Mensch. Mensch ist eine Schöpfung. Wenn Gott allmächtig ist, kann er ein Mensch werden? Das ist eine schwierige Frage. Das ist genauso wie in der Bibel wird gefragt, wann der jüngste Tag ist. Also, Jesus wurde gefragt. Ja. Und er meinte, er weiß es nicht. Und Gott lügt nicht. Jesus weiß alles. Warte, 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 Jesus sagt nicht, ich weiß es nicht. Was meinte er denn? Du hast nicht mal den Vers gelesen, Devin. Was meinte er denn? Was meinte er denn? Jesus wird sogar zweimal gefragt in der Bibel, nicht nur einmal. Und was meinte er? Aber warte mal, warte mal, warte mal, in deinem Koran steht, dass Jesus das Wissen der Stunde ist. Also, wenn jetzt meine Bibel sagt, Jesus wusste es nicht und dein Koran sagt, er wusste es, also, wer lügt jetzt? Dein Koran oder unsere Bibel? Also, ich sage die Bibel. Also, dein Koran sagt, er weiß die Stunde. Also, willst du jetzt, willst du jetzt, willst du jetzt mit deiner Bibel? Also, ich bin, also, ich habe den, ich habe den Vers nicht gelesen, aber ich bin mir der hundertprozentigen Überzeugung, dass im Koran alles, dass im Koran nur die Wahrheit steht. Also, im Koran steht, er ist das Wissen der Stunde. Also, im Koran steht, er kennt die Stunde. Also, willst du jetzt mit meiner Bibel deinen Koran widerlegen oder willst du was? Also, was im Koran steht, also, dass er weiß, wann der Tag des jüngsten Gerichts ist. Genau. Er ist das Wissen der Stunde. Also, weiß er wann der jüngste, wann der jüngste Tag ist. Genau. Im Koran weiß er das. Und wenn er jetzt in der Bibel nicht weiß, also, aber dein Koran ist doch die Wahrheit, also, weiß er es doch, oder? Ja. Ja, also, also, warum kümmert sich dann, wenn es im Koran steht, er weiß es. Ja, weil du glaubst doch an die Bibel. Also, wenn es im Koran steht, warum glaubst du dann an die Bibel? Ja, aber du bist doch Muslim, du bist doch Muslim, dein Koran steht, er ist das Wissen der Stunde. Ja, aber im Koran steht nicht, dass er Gott ist. Also, wolltest du jetzt mit deinem Koran Jesus widerlegen? Oder mit der Bibel, wolltest du deinen Koran widerlegen? Ich verstehe nicht. Ich wollte nur wissen, ich wollte nur wissen, ob ein Gott geboren werden kann, also, ob Jesus, ein Gott ist, und geboren worden ist. Du hast doch gesagt, du hast doch gesagt, Gott kann alles, also kann auch Gott Mensch werden und Gott kann in seine Schöpfung hineingeboren werden. Aber Gott ist allmächtig, Gott kann alles. Aber Gott kann nicht, ein Gott kann nicht geschaffen werden von einem Menschen. Und ein Gott kann kein Vater haben. Wo wurde Jesus geschaffen? Kannst du mir das zeigen? Wer ist der Vater von Jesus, laut Bibel? Laut Bibel ist der Vater von Jesus Gott. Genau, danke, danke, danke. Guck mal, wir machen mal ganz einfach, ganz einfach. Wenn, wenn, wenn Löwen Kinder kriegen, was sind diese Kinder? Wie nennt man das? Ich glaube, ich glaube schon Löwen. Löwen. Ja, und wenn Menschen Kinder kriegen, was sind diese Kinder? Menschen. Wenn Gott ein Kind bekommt, was ist das Kind? ja, also, also, warte, 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 das sind deine Kinder, das sind deine Kinder. vergleichst du gerade ein Löwen oder ein Menschen mit Gott? Wenn Gott ein Kind, wenn Gott ein Kind bekommt, aber du kannst doch nicht Gott mit einem Menschen vergleichen. Ich antworte bitte, einfache Frage. Wenn Gott ein Kind bekommt, was sind diese Kinder? Das sind Menschen, oder was das halt für Lebewesen sind. wenn Menschen, warte mal, wenn, ganz ruhig, wenn Menschen Kinder kriegen, sind die Kinder Mensch. Was? Wenn Gott ein Kind bekommt, also, wenn Menschen Kinder kriegen, hast du gesagt, sind die Kinder Mensch. Und wenn Gott ein Kind bekommt, ist das Kind auch Mensch? So, kommt drauf an, was das für eine Gestalt hat. Wenn du jetzt sagst, Gott hat Jesus geboren, dann ist Jesus ein Mensch. Wenn Gott ein Tiger geboren hat, dann ist Gott ein Tiger. er hat ihn nicht geboren, sondern er hat ihn geschöpfen. Also, wir sehen jetzt, dass ein allmächtiger Gott, ein allmächtiger Schöpfer, nicht in der Lage ist, als Mensch in seine Schöpfung hineinzutreten. Hast du ein zweites Handy bei dir? Hast du ein zweites Handy bei dir? Nein. Guck mal, Sahih al-Bukhari 4919, Allah wird als Mensch auf die Erde kommen. Also, hast du gerade deinen Koran zweimal widerlegt? Steht das da? Steht das da wirklich? Oder? Ja, das steht da wirklich, ja. Und du bist dir 100% sicher? Ja, da steht, Allah wird auf die Erde kommen und sein Schienbein enthüllen. Die Menschen werden sich anbeten, auf die Schienbein niederwerfen. Das weiß ich nicht, so. Bruder, ich hab dir gesagt, bin ich wissend. Ja. Wollen wir mal zusammen? Schreib dir mal rein, steht nicht da. Okay, okay, ja, 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 dann komm, komm mal hoch. Komm auch, ich steig aus meinem Bett aus. Ich hab noch 10% Kopfhörerakku, dann steig ich mein Ende. ich hab sogar zwei Münzen bekommen. Danke an den, der mir die geschenkt hat. Ich küsse sein Herz. Okay, hol mein Kumpel hoch, ich, 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 ich hau dann zu, einfach. Er hat nicht genug Follower, er kann nicht. Kann er nicht? Ja, ich auch, Devin, eine Frage an dich. Suchst du die Wahrheit? Ich glaub an die Wahrheit. Okay, aber eine Frage. Suchst du die Wahrheit wirklich innerlich? Ich weiß, was die Wahrheit ist. Ich brauch sie nicht suchen. Ja gut, aber was, wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ja unwissend gegenüber dem Islam. So, ich versuche mein Bestes. Nein, also nicht böse gemeint, ne? Also, nicht irgendwie, dass ich dich jetzt als Feind sehe oder sonst irgendwas. Nein, wir sind alles, wir sind alles Freunde. Genau. Egal welche Religion. Genau. Wenn ich mich widerspreche, dann tut es mir leid, so, dann bin ich nicht so wissen. Verstehst du? Oh, wirklich alles gut. Nur eine Frage. Wenn er dir das jetzt zeigt, was geht dann in deinem Inneren vor? Ich weiß nicht, ich informiere mich dann im Nachhinein darüber. Okay. Ja, ist gut, ist gut. Ich werde nicht Respekt sein und sagen, es stimmt nicht, wenn er mir dann Beweise zeigt. Nein, alles gut. Aber ich glaube ja mit vollem Herzen an den Islam und man kann ein Glauben nicht einfach so. Es ist ja, es ist nicht so, es ist ja überhaupt kein Problem, ich war ja selber Sunni, ne? Es ist ja nicht so, ich bin ein geborener Moslem gewesen. Mhm. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich mich einfach so bekehrt habe und mich gegen meine Familie einfach so gestellt habe. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Nicht einfach so, weil ich Lust drauf habe. Morgen werde ich Buddhist, übermorgen werde ich das. Das gibt es nicht. Ich habe mich halt informiert nach der Wahrheit. Wenn du christliche Freunde hast, hast du keine Gemeinschaft mit Allah. Steht hoch. Nein, 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 nein. Ich meinte auch nicht. Ich meinte auch nicht. Also ich habe jetzt gesagt, wir sind alles Freunde. Ich meine halt so, wir sollen jeden respektieren. Schau mal, ich habe immer noch Araber, Kurden, die Tschönen als Freunde. Wir sind alles Mutlime. Alle. Alle. Kannst du Englisch oder soll ich für dich übersetzen? Ich kann einigermaßen gut Englisch, ja. Guck mal, I heard the prophet sing, our lord Allah will bear his shin and the believers man and the woman will prostrate themselves before him but they will remain blah, blah, blah. Hier sagt der Mohammed, dass am jüngsten Tag Allah sein Schienbein enthüllen wird und die Menschen werden sich niederbeten vor diesem Schienbein unterwerfen. Ja, aber dann steht auch irgendwo, dass Allah als Mensch kommen wird oder dass er als Allah kommt, als Gott. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Was ist ein Schienbein? Was ist ein Schienbein? Ein Schienbein? Ein Schienbein heißt, was soll ich sagen? Also hat dein Gott ein Schienbein? Ein Gott hat alles. Ich hörte den Propheten sagen, unser Herr Allah wird sein Schienbein entblößen und dann werden sich alle vor ihm niederwerfen. In einem anderen Hadith, der ist sehr lang in Sahel, Bukhari 7, 4, 3, 9, steht dann die komplette Geschichte, dass die Menschen auch diese Schienbein erkennen werden. Das heißt, wenn du ein Schienbein erkennst, erkennst du es. Also ein Schienbein ist ein Schienbein. Suche 2, Vers 31 sagt Allah, er hat alle Namen nach seiner Funktion gegeben. Also Allah selber sagt das so. Also wie wir sehen, kann dein Gott ja auch Mensch werden. Also warum hast du ein Problem, dass mein Gott Mensch geworden ist? Weil Jesus als, also korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber Jesus ist ja als Mensch, als er Gott war und Mensch zugleich, gestorben und das verstehe ich nicht. Er ist ja nicht gestorben, er ist ja auferstanden. Ist er nicht, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass er wieder auferstanden ist. Die Pharisäer, die Pharisäer. Weißt du, wer die Pharisäer war? Nein. Jesus ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Weißt du, wie er es prophezeit war im Alten Testament. Genau. Genauso wie es Jesus prophezeit hat. War Jesus aber tot oder wie war das? Wie was? War Jesus tot oder? Nein, er war drei Tage im Totenreich. Genau. Totenreich oder so. Aber, aber so. Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, dass dein Allah nicht mehr in der Lage ist, einen Sohn zu haben? Wir sind doch alles, äh, hast du einen Koran bei dir? Mach mal Surah 6, Vers 101 auf. Oh, warte. Surah 6, Vers 101. Vers 101. Vers 101. Er ist Allah, euer Herr, es ist kein Gott außer ihm, dem Schöpfer aller Dinge, du betet ihn an und er ist der Hüter aller Dinge. Und, was würdest du mir damit sagen? Surah 6, Vers 101, habe ich jetzt einen Sprung? Nein, das ist Surah 6, Vers 101. Oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hast du ja gesagt, vielleicht hast du aus der Bibel irgendwie keine Ahnung. Nein, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, Surah 6, Vers 101. Aber da steht eigentlich was anderes, habe ich jetzt einen Sprung? Oder habe ich 100? Doch, doch, warte, lies, lies, lies 101. Lies 101. Manche Koran haben Verse unterschiedlich. 101, er ist Allah, oder? er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Siehst du das? Achso, das ist Surah 100, oder, oder ist, oder habe ich das falsch gelesen? Ja, manche, manche haben Verse, die springen, manche haben springen in den Versen. Äh, manche Koranen und der Erde, wie sollte er ein Sohn sein? Wie soll er ein Kind haben, wo er doch keine Gefährten hat? Also hier sagt Allah, er kann kein Kind haben, weil er keine Gefährten hat. Wieso braucht ein allmächtiger Gott eine Gefährten, um ein Kind zu haben? Siehst du das? Mein Gott kann ein Kind haben, ohne Gefährten. Dein Allah braucht eine Gefährten. Das klingt sehr menschlich. Guck mal, im Vers 100, also dem Vers danach, steht er dann auch, das ist ja eine Frage, Schöpfer und Himmel und Erde, wie soll er einen Sohn haben, wo er keine Gefährten hat, und wo er alles erschuf und alle Dinge kennt? Er ist Allah, euer Herr. es gibt kein Gott außer ihm, den Schöpfer aller Dinge. So betet ihn an, und er ist der Hüter aller Dinge. Also da wurde er nochmal betont, dass er alles kann. Ja, aber Allah sagt, Allah sagt, wie soll... Allah sagt, du will ich ein, wie soll ich ein Kind keine Gefährten haben. Allah braucht eine Gefährtin für ein Kind. Warte mal kurz. Guck mal, du weißt ja in der deutschen Übersetzung, also, also, so, wenn du, wenn du das besser verstehst, als ich... Ich kenne die Arabischübersetzung, ich kenne Tafsir dazu, alles gut. Ich will es dir nur zeigen, damit du siehst, dass mein Gott... Kann ich kurz, kann ich kurz was sagen? Nein. Ich glaube, dass, ähm, dass das so gemeint ist, dass jemand gesagt hat, dass man aus einer, aus einer außenstehenden Person gesagt, wie soll Allah ein Kind haben, ohne Gefährtin. Und dann wird halt, ähm, im nächsten, im nächsten Vers gesagt, dass Allah keine Gefährtin braucht, um ein Kind zu gebären. Ja, aber das widerspricht mit dem Anwesenen. Äh, anwesenen. Das widerspricht in der Form von deinem Koran. Also, sprechen noch andere deinem Koran außer Allah? Nein, aber, ähm, im richtigen Koran, arabischen Koran wird es ja bestimmt dann so auch gemeint, aber du weißt ja, dass die deutschen Übersetzungen vom Koran, ja so, so, mal so, mal so, man braucht eigentlich, äh, man braucht eigentlich, man braucht eigentlich, man muss selber dafür, um wirklich die Verständnis, warte, dass Allah stellt sich, na du, was du sagst, mit dieser Übersetzung ist Quatsch, also guck mal, Allah stellt sich selber eine Frage, die er sich dann beantwortet? Nein, nein, das ist, das ist dann, also höchstwahrscheinlich von einer außenstehenden Person, die versucht, Allah zu widerlegen und er, und er meint damit, die Person so, also, also das ist so, wie soll ich das erklären? So, ich bin ein Kanake, ich bin, ich bin sehr schlecht im Erklären. Er sagt das, um Leute davon zu überzeugen, dass das kein, dass das, ähm, dass er allmächtig ist und er keine Experten braucht. Wollen wir ein Tafsil lesen? Wollen wir ein Tafsil lesen? Und da steht, es geht um Ehepartner. Kannst du machen. Tafsil al-Jalalain, kennst du, ne? Er hat seinen Sohn haben, wenn er keine Gefährtin, keinen Ehepartner hat und er alles erschaffen hat. Wieso kann er sich dann keinen Sohn erschaffen ohne Ehepartner? Weil er keinen Ehepartner braucht, weil er doch allmächtig ist. Ja, aber warum hat, warum sagt er dann ohne Ehepartner, ich brauche, du verstehst das nicht, ehrlich, wenn er allmächtig ist, kann er sich doch einen Sohn ohne Ehepartner schaffen. Ja, das kann er doch. Aber er sagt, wie soll er einen haben, wenn er keinen Ehepartner hat? Das ist dann von, das war dann eine versuchte Widerlegung und er hat dann die Dings da in der nächsten Suche widerlegt, dass er allmächtig ist. Weißt du, was du denn gerade sagst? Was? Also Allah stellt sich selber eine Frage im Koran, die er sich dann selbst widerlegt? Ist er schon zufrieden, dass er mit sich selbst berichtet oder was? Nein, ich meinte damit, dass, ähm, also nicht, dass er sich diese, boah, ich kann das nicht erklären, mein Bruder, ja, ich kann, ich kann nicht so meinen Gedanken richtig ausdrücken. Aber der Tafsir von Allah Jalalayan sagt, es geht um einen Ehepartner. Also Allah braucht einen Ehepartner? Nein. Das geht, weißt du, wonach das klingt? Wonach. Dass Menschen, dass Menschen, die den Koran geschrieben haben, übrigens waren das auch Christen, die den Koran geschrieben haben, das steht auch in deiner eigenen Überlieferung, Buchari 36, 17, ähm, dass, äh, jemand als Mensch den Koran geschrieben hat und das Konzept von Sohn Gottes aus der Bibel nicht verstanden hat und dachte, Allah braucht einen Ehepartner für einen Sohn. Das ist das Problem. Und deswegen hast du jetzt auch ein logisches Problem, das zu erklären. Deswegen schreiben die Tafsir-Gelehrten seitenweise für eine Sohre, die drei Zeilen hat und versuchen, das irgendwie zu korrigieren, dass Allah doch keine Frau braucht oder doch eine Frau braucht. Wir können ja merken, so hat sie den Kaffee lesen. Bruder, mein Kopf arbeitet gerade nicht, die Kaffee, sag ich dir herrlich. Bruder, warum kommst du dann hoch? Verstehe ich nicht. Bruder, weil, weil ich nicht wusste, dass das so ausartet. Das artet doch gar nicht aus, das steht dir ganz normale Fragen. Ja, aber ich meinte ja, dass ich mich so gut auskenne. aber ich sag dir ehrlich so, du kennst dich schon sehr gut damit aus. Hätte ich nicht gedacht. Also du kannst, du weißt schon viel vom Islam. Du hast mich beim Hamdi gesehen, oder Bruder, Devin? Was? Du hast mich doch vorhin beim Hamdi gesehen. Beim was? Beim Hamdi. Hamdi? Nee. Du hast mich aber schon öfters gesehen. Guck mal, guck mal, was Tafsidib in Kaffee schreibt. Ich sagte, dass Urban für mich ein Lehrer von mir ist. Also der Typ hat einiges auf dem Kasten. Guck mal, was Tafsidib in Kaffee schreibt. Er hat alle Dinge erschaffen, das ist allwissen, und er ist der allwissend über alle Dinge. Wie kann er eine Frau aus seiner Schöpfung haben, die seiner Majestät würdig ist? Das heißt, er würde eine Frau haben, aber er hat keine, die keine seiner Majestät würdig ist. Oder allergisch war ich über so Frauen. Weißt du, was haben die gesagt hat, und er hat nicht ganz Unrecht. Der Hamdi hat gesagt, Leute, geht nicht in Lives rein, wenn ihr kein Wissen habt. Da gibt es Leute, die widerlegen euch anders krass, und ihr kommt mit Unwissen. Und der ist gerade mit Unwissen gekommen, aber kein Problem. Aber guck mal, egal, egal, es war noch ein Kind, ich wollte, ich wollte nicht so gemein sein, aber guck mal, guck mal, was Tafsidib in Kaffee schreibt, der schreibt, Allah würde gerne eine Frau haben, aber er hat keine Frau, die seiner Majestät würdig ist. Das heißt, wenn Allah eine Frau hätte, die seiner Majestät würdig ist, hätte er einen Sohn. Guck dir das mal an. Heftig. Ibn Kaffir zu so 6 Vers 101. Die machen einfach den Gott zu einem Menschen, ne? Bruder, das ist, guck mal, das Problem ist, dass sie, als sie den Koran geschrieben haben, das Konzept von Sohn Gottes, Jesus ist ja nicht der Sohn Gottes, es ist ja der Titel der Sohn Gottes, der ewige geborene Sohn Gottes. Ja, genau. Ist der Titel. Und die Koranschreiber dachten, er wird, Gott hat so einen Sohn gezeugt, so. Ja, weil die im Fleisch nicht denken, ne? Das ist das Problem. Nicht geistlich. Das ist das Problem, warum dann die Tafsil-Gelehrten sagen, ja, er würde eine Frau haben, aber eine menschliche Frau ist seine Majestät nicht würdig, sondern er müsste sich dann eine göttliche Frau erschaffen, aber er ist ja nicht allmächtig genug, um sich eine göttliche Frau zu erschaffen, um einen Sohn zu zeugnen. Ja, das heißt, das widerspricht der Majestät Gottes. Ach, Bruder. Schade. Ja, man muss ihm so ein bisschen die Augen öffnen, dass sie sehen, Allah wird auch als Mensch auf die Erde kommen mit seinem Schienbein. Und man muss sehen, dass ihr Gott nicht, nicht das, was unser Gott kann. Oh, hier ist eine Bibel. Oh, schaut mal, ich habe eine Bibel im Hotel. Ehrlich? Ja. Ja. Heftig. Ich habe das gerade erst gesehen. Aber das ist doch kein Zufall. Was für eine Schönheit. Schönes Hotel. Sehr schönes Hotel. Das ist das Neue Testament und ich habe auf dem Baum aus dem Handy gelesen, Warte. Wenn ich die Übersetzung die denken, die kommen hoch und sagen, Jesus wusste nicht die Stunde, aber die widerlegen damit ihr Koran, weil ihr Koran sagt, Jesus ist das Wissen der Stunde. Boah, ist gerade zum Schemann und ist gerade live gegangen. die sagen. nee, 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 nee. No, nee, Vielen Dank. 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 Das denke ich mir auch manchmal, immer nachts, das sind alles Vampire. Gute Nacht. Segen. Hey Rose, bitte. Du spendest dein ganzes Geld, das nimmt alles TikTok, weißt du, das Problem, das nimmt alles TikTok. Von 10 Euro, oder? Von 10 Euro bekomme ich 3. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja. Ja. Und es? Und es ist das Fleisch der Könige, das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde 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 und derer, die drauf sitzen, als Fleisch aller freien Völker und Sklaven, die Kleinen und die Großen. Und es sah das Tier und die Könige auf die Erde und ihre Herren versammelt, Krieg zu führen, mit dem auf dem Pferd saß und mit seinem Herr. Ja. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Fuhl geworfen, der mit Schwefel brannte, und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Das tausendjährige Reich. Und ich sah einen Engel von dem Himmel herabfahren, und er hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, übrigens die alte Schlange ist Allah, ne, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben drauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte. Bis vollendet wurden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throno, und sie setzten sich darauf. Und ihnen wurde das Gericht übergeben, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnis von Jesus und des Wort Gottes willen. Und die nicht an Gebet hatten, das Tier. Übrigens, ne, ihr denkt an diese armen Leute, ne, die in Libyen, die einen Kopf kürzer gemacht wurden am Strand vom IS, ne, die Jesus nicht verleugnet haben und in den Tod gegangen sind. Kennt ihr diese Geschichte? Das ist hier beschrieben. Und ich sah Throno, und sie setzten sich drauf und wurden das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnis von Jesus und das Wort Gottes willen. Und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten. An ihre Stirn auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis sie tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein. Und mit ihnen regieren tausend Jahre. Der letzte Kampf. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis. Und er wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gok und Magok, und sie zum Kampf zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Herrlager der heiligen und geliebten Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzerrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Fuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Weltgericht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der drauf saß. Von seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurden keine Städte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das Buch des Lebens. Und die Toten wurden dem Gericht nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, an jeder nach seinen Werten. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Fuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Fuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Fuhl. Das neue Jerusalem. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie ein geschmückter Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her, die sprach, siehe da die Hüte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei allen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er wird selbst Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott abwischen alle Tränen vor ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das erste ist vergangen, und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des Lebens, von dem lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Hier sprichst du mit Jesus. Wo sagt Jesus, ich bin Gott? Genau hier. Die Feigen aber und die Ungläubigen und die Freveler und die Mörder und die Unzustiegen und die Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, und deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach, komm, ich will mit dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem aller edelsten Stein, einem Japses, klar wie ein Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore. Auf den Toren zwölf Engel und den Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten. Von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, vom Süden drei Tore, vom Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine. Und auf ihn die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Toten und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist groß wie die Breite und er maßt die Stadt mit dem Rohr. 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maßt ihre Mauer 144 Ellen nach dem Menschenmaß. Und der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Japses und die Stadt aus reihem Gold gleich reihem Glas. Und die Grundsteine der Mauer und die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Japses, der zweite ein Saphir und der dritte ein Kalzodon. Der vierte ein Saphir. Der fünfte ein Saphir. Der fünfte ein Saphir. Keine Masse der Herr. Der Herr kommt und er sprach zu mir. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott des Geistes, des Propheten, hat seine Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist der, der die Worte der Weissagung in seinem Buch bewahrt. Und ich, Johannes, ich bin es, der dies gehört hat und gesehen hat. Und als ich gehört und gesehen habe, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er spricht zu mir. Übrigens gibt es einen Unterschied zwischen die Engel und der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist Jesus und die Engel des Herrn sind die Engel. Das müsst ihr wissen. Und ich fiel nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir gezeigt hatte. Und er spricht zu mir. Und er spricht zu mir. Versiegelt nicht die Worte der Weissagung in seinem Buch. Denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald und mein Lohn ist mit mir jeden zu geben. Wer seine Werke sind. Ich bin das Alpha und das Omega, das Erste und das Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind die, ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens. Zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben. Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt. Guck mal. Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt. Wer kann Engel senden? Gott oder Gott? Ja. Wie offensichtlich muss es hier noch stehen? Ich, Jesus, habe meinen... Übrigens, er sitzt auf dem Thron Gottes in Jerusalem. Da sitzt nicht Jahwe, da sitzt Jesus. Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinde. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme. Das Wasser des Lebens umsonst. Übrigens, im Alten Testament steht, dass Jahwe das Wasser des Lebens gibt. Und hier sagt Jesus, ich gebe euch das Wasser des Lebens umsonst. Ich gebe nicht. Jahwe gibt nicht. Ich gebe ihm Auftrag von Jahwe. Ich gebe ihm... Nein, er sagt, ich gebe. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt mit den Worten des Buches, die der Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens, an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus seid mit euch allen. Amen. Das war die Offenbarung. Apostelgeschichte 2028. Übrigens, schaut mal, Leute. Apostelgeschichte 2028. Apostelgeschichte 2028. Apostelgeschichte 2028. So habt nun acht auf euch selbst, auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Wo ist der Heilige Geist in der Bibel? Zu Bischöfen, zu Weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut, Leute, hört mal, die Gott durch sein eigenes Blut erkauft hat. So habt nun acht auf euch selbst, auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu Weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das ist das, was ich, das nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht versteht. Auch aus eurer Mitte werden Männer auferstehen, die verkehrtes lernen, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid ihr wachsam und denkt dran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, an einem jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch, Gott und dem Wort seiner Gnade, Jesus Christus, der da mächtig ist, euch zu erbauen, euch das Erbe zu geben, mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Mohammed war reich. Mohammed hat Karawanen angegriffen. Mohammed hat geraubt, gemordet, hat Frauen gehabt, hat Kinder geheiratet. Und Jesus sagt, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt, denn ihr wisst selber, dass mir die Hände zum Unterhalt gedient haben, für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch allen gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss. Im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, so würden sie sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Gehirn-Nutzer, du bist kein Gehirn-Nutzer, sondern du bist ein Gehirn-Besitzer. Du musst deinen Namen ändern. Aber ich gebe dir mal einen Tipp, mach Gehirn-Loser, weil da musst du dich nicht schämen, dass du ein Gehirn hast und es nicht benutzt. Dann hast du keine, weil als Gehirn-Loser brauchst du keine Ausreden zu finden. Als Gehirn-Nutzer mit Gehirn, das du nicht benutzt, musst du nur noch Ausreden suchen. Nur mal so als Tipp. So Leute, das war's. Ich gehe schlafen. Ich habe eineinhalb Stunden. So, Bruder, darf ich kurz das Evangelium breiten? Ja, mach's. So, an alle Christen, an alle, egal wer hier drin ist. Kurze Botschaft, kurze, knapp gefasst. Jesus Christus ist Gott, der Allmächtige, der vor 2000 Jahren entschieden hat, in seine Schöpfung hineinzutreten. Und für eure Sinn zu bezahlen, weil jeder hat gesündigt. Auch ihr und jeder braucht Vergebung seiner Schuld. Ich, Urban, alle, alle Leute brauchen Vergebung ihrer Schuld. Deswegen gibt es den Herrn Jesus Christus. Und wenn ihr ihn annimmt und stirbt, dann seid, dann seid, seid ihr Kinder Gottes. Könnt ihr euch Kinder Gottes nennen. Und eure Sünden sind euch vergeben. Wenn ihr den Herrn Jesus nicht habt und ohne ihn in den Tod geht, landet ihr in der ewigen Hölle. Und da kommt ihr auch nicht mehr raus. So, ich bin fertig. Ich muss wegen was anderes lachen. Entschuldigung. Ich habe wegen was anderes lachen. Ich danke dir für die Worte. Möge Gott euch alle segnen. Urban, bester Mann. Abonniert ihn auf YouTube. Ja, können wir später machen. Ich wünsche euch Gottes Segen, Leute. Wir haben Bibel gelesen. Das sollten wir mal öfters machen. Einfach so ein bisschen Bibel lesen. Urban, verrückte Ziege. Urban und Juniko Löwen. Danke ihr alles. Einfach ein bisschen mehr Bibel lesen. Weil das alles finstern ist. Ihre ganzen Schriften sind finstern ist. Hier oben. Ne, da steht es. Debatte gegen Vampire und Müsli. Eigentlich dasselbe. Beide begehren Menschenblut und Menschenfleisch. Es kommen immer mehr Leute rein. Leute, das sind 4.25 Uhr. Hallo, hallo, hallo. 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 Ich hab mich grad voll gewonnen und das immer noch live bist. Ich wollte eigentlich schon schlafen gehen die ganze Zeit, aber ich wurde so beschenkt mit Löwen und Universum und so. Kann man sehen, wie viel du insgesamt bekommen hast in diesem Stream? Nein, das ist geil. Bruder, was ich dir sagen wollte, ich wollte dich vorher noch was fragen, aber du hast mich ja nicht hochgenommen, leider. Es gibt so eine, eine, in Buhari, glaube ich, da gibt es so einen Christen, der wurde der Moslem, dann wurde er wieder Christen und dann hat er gesagt, ich... Buhari 3617. Und das Grab hat ihn die ganze Zeit rausgeschmissen. Ja. Warte, wie schnell schreib die Nummer, was hast du gesagt? Buhari 3617. So schreibst du nicht. Buhari 3617. Stream gefragt, aber niemand... Sie wussten, was ich meine, aber die, die Nummer kannten die nicht. Du musst Doktor Orban fragen, ich hab das im Kopf. Krass, wie viele Nummern hast du dir jetzt auswendig gemerkt? Ja, das ist so, weil ich sitze, ich hab recht. Ja, das hat auch Babylon hat das halt, also... Guck mal, was ich krass finde, ich finde die arabischen Christen krass, aber... Also die haben so einen Leitfaden, die wissen so irgendwie... Die machen so auf ihrer ganz eigenen Art und Weise, hast du vielleicht auch mal mitbekommen, oder? Also so Rob Christian oder Babylon. Ja. Also, Bruder, alles, was ich verwende, alles kenne ich auswendig. Text und Nummer. Das ist schon krass. Also eigentlich bist du so die Anschlüsse Person Nummer 1, wenn man irgendwas wissen will. Weißt du, wie schwer das ist, im Internet nachzurecherchieren? Du schreibst irgendwelche Stichpunkte, da kommt einfach gar nichts raus. Das ist schwer. Das ist schwer. Ich habe mir einfach gelernt, es mir zu merken. Aber das mit Anspringen, ich will mich ja nicht loben oder so, aber... Oder Schiiten schreiben mir, bekannte Leute, die debattieren, schreiben mir, kannst du mir hier helfen, kannst du mir das finden, weißt du, wo das steht? Bruder, ich werde dich nach deiner Meinung fragen und ich hoffe, du bist aufrichtig. Und zwar wurde in dem folgenden Stream gesagt, es gibt so eine Hadith, in Buhari, wo gesagt wird, die Menschen trauern über den Tod der Tochter des Propheten. Und dann sagt der Prophet zu seinen Leuten, wer hat denn noch keinen Sex gehabt? Und dann hat irgendein Mann gesagt, ich habe noch keinen Sex gehabt. Und also in diesem Abend oder was auch immer. Und dann hat er gesagt, okay, geh mit mir in den Grab. Und dann sagen die Leute, ja, das heißt Nekrophilie. Dass der Prophet Mohammed Nekrophilie mit diesem Mann gemacht hat, mit dem Verstorbenen, Verwartenen im Grab. Aber ich persönlich fand das so weit hergeholt und spekulativ so, weißt du, was ich meine? Also nur weil er gesagt hat, wer kein Sex hatte, heißt es doch nicht automatisch, yallah, wir gehen jetzt eine Leiche vergewaltigen. Nekrophilie gibt es aber schon eindeutige Sachen. Also der Mohammed selber hat erlaubt, dass du sechs Stunden nach dem Tod deiner Frau noch mit ihr ins Bett gehen kannst. Hast du eine Nummer oder sowas? Das wäre krass. Ich habe jetzt gerade meine Seite für Nekrophilie auf dem Handy aufgemacht. Es gibt bestimmte Überlieferungen. Du musst auch gucken, was sie für arabische Wörter nehmen, weil ich habe die Erklärung dieser... Er hat abgegangen, weil er das gehört hat. Er hat so gesagt, voll der Quatsch, das mit Sex hat er nur gefragt, um zu gucken, wer gerade rein ist und wer gerade nicht rein ist. In dem Fall kann das ja sein. Aber es gibt bessere Hadithe, die du nehmen kannst. In Kanz al-Ummal, der Schatz der Arbeiter, im Kapitel die Probleme der Frauen, verfasst von Ali ibn Hussam, allgemein bekannt als Mutaki al-Hindi, er stürzt sein Buch auf die Ahadith und Sprüche, die Al-Jami Ich, Mohammed, zog ihr mein Hemd an, damit sie die Kleidung des Himmels tragen kann und ich schlafe mit ihr in ihrem Sarggrab, damit der Druck des Grabes mildern kann. Nach Abu Talib war sie für mich das beste Geschöpf Allahs. Der Prophet bezog sich auf Fatima, die Mutter Alice. Wenn du hier in die Erklärung reingehst, das Wort für geschlafen ist idtayat und bedeutet wörtlich, sich mit ihr hinlegen. Es wird oft mit der Bedeutung hinlegen, um es sechs zu haben, verwendet. Es wird verstanden, dass Mohammed sagt, dass sie, weil er mit ihr geschlafen hat, für ihn wie eine Ehefrau geworden ist und daher als Mutter der Gläubigen betrachtet wird. Dies wird angeblich verhindern, dass sie im Grab gequält wird. Da Muslime glauben, dass Menschen, die auf dem jüngsten Tag Gerichtsraten im Grab gequält werden. Denn damit meint er, die Last des Grabes von ihr nehmen. Warte mal, aber von wo? Du liest es auch gerade von irgendwo ab. Ich habe die Erklärung zu diesen Hadiths von muslimischen Gelehrten hier geholt. Das ist doch absurd. Ich meine, es kann Doppeldeuter sein, aber es kann auch sein. Das hat mir verstanden. Yassin, die ganze Religion ist absurd. Dass du jetzt irgendwas punktabsurd findest, ist absurd. Ich habe dir gezeigt, dass man Muhtadin essen kann. Also was Absurderes gibt es nicht. Da ist das hier Kindergarten. Mein Vater ist damals auch so abgegangen, das war so seine Verwandte und er hat sie einfach so menschliche Bedürfnisse und armt, weil er sie geliebt hat. Oder er hat Sex mit ihr. Ich habe dir doch gerade die Erklärung gegeben von muslimischen Gelehrten. Die Erklärung ist von der Schatz der Taten von Ali ibn Husam herausgegeben in Beirut 1989, Band 13 mit Hadif Nummer. Ich habe mir die Erklärung der muslimischen Gelehrten hier. Was ist denn gestört? Das ist doch, wenn ich so sage. Wer sowas sagt, ich meine, keine Ahnung, wer sowas sagt und sowas als normal ansieht, ist doch gestört, meiner Meinung nach. Verstehst du, was ich meine? Wer dahinter steht und sagt, ja, das war keine Unarm, das war Sex und das ist eine ganz normale religiöse Praxis. Aber guck mal, was ist sonst die Last des Grabes von ihr nehmen? Bruder, die Last, vielleicht sein, was sie unarmt und die Jalla hoffentlich geht ins Paradies. Aber guck mal, wenn jemand stirbt, wenn jemand stirbt, wird sie gewaschen, angezogen, begraben. Da ist alles vorbei. Da musst du nicht noch mal runtersteigen. Würdest du vielleicht nicht, wenn deine Mutter stirbt, sie ohne einen Arm im Grab, weil du sie so sehr liebst oder wenn es eine Frau wäre, weiß ich nicht. Alles ist alles davor. Alles davor. Man verabschiedet sich davor. Alles davor. Wenn sie schon im Grab liegt, dann steigt man nicht mehr ins Grab. Das macht kein Mensch. Das macht keinen Sinn. Guck mal, ich habe mir die Erklärung der somitischen Gelehrten gegeben, dass sie sagen, ja, da war es ihr Ex, weil sie dadurch die Mutter der Gläubigen wurde und somit nicht mehr im Grab gequält wird. Welcher hat das gesagt? Das ist die Erklärung von Mutter der Gläubigen und Schlammert und Kanzel Umar der Schatz der Taten von Ali bin Hussam Al-Din Al-Mufki Al-Hindi herausgegeben von Musasa Ar-Risala in Beirut 1989. Aber vielleicht ist das genau so was wie diese Khomeini-Geschichte. Ein vereinzelter Großgelehrter, der Sunniten sagt so was und genauso wie ein vereinzelter Ayatollah so eine Scheiße gesagt hat. Aber das war nur einer von vielen. Das mit Dings haben die auch. Das mit Schenkelverkehr haben die Sunniten auch. Das habe ich heute gezeigt. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist das ein einzelner Gelehrter, der das behauptet hat oder gibt es so ein Kollektiv der Gelehrten? Es interessiert mich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Es juckt mich nicht. Ja, aber das hat was mit Gerechtigkeitssinn zu tun. Weil man kann nicht die Meinung eines Einzelnen auf eine ganze religiöse Gemeinschaft projizieren. Wenn es ein Kollektiv wäre oder eine Bestätigung von mehreren Gelehrten, die das auch so sehen. Es ist nicht ein einziger. Es ist ein großer Gelehrter, der auch viele, viele Bücher geschrieben hat. Und er wird zumindest es besser wissen wie alle TikTok-Muslime zusammen. Er hat 1472 das geschrieben, ist in Mekka gestorben, hat Islam studiert, es war Sunnite, war Lehrer, war Professor, hat unterrichtet. Ich meine... Ja, okay, aber Bruder, wenn wir da nachgehen, können wir auch sagen, die Sunniten sagen, Omar war der zweitbeste Menschen-Schiaten, sagen, er hat die Tochter getötet. Weißt du, was ich meine? So heißt das... Ben, guck mal, ich fange nicht an, ihre Gelehrten zu korrigieren. Das interessiert mich nicht. Also wie gesagt, diese Meinung ist abartig, natürlich. Soll ich jetzt anfangen, ihre Gelehrten zu widerlegen? Das sollen die schön selber machen. Nein, also ich finde diese Meinung abartig und krank. Mein Problem ist halt mit so spekulativen, unklaren, doppeldeutigen Wortspielereien und Vermutungen. Bruder, wenn er da klare und deutlich von Jalla hat sie gebehbt, okay, tamam, Schluss. Ja, es steht doch, es wird das arabische Wort idtayat verwendet und bedeutet wörtlich, sich mit dir hinlegen. Es wird in Bedeutung mit hinlegen, um es Sex zu haben. Es steht doch im Arabischen da. Du vertraust nur schlechten Übersetzungen. Das Wort, der Begriff, wie heißt der arabische Begriff? Ich gehe zu meinem Vater und frage ihn, der arabische Begriff Sex. Ich kann das nicht aussprechen, ja. Okay, oder was ist das überhaupt für eine Nummer? Dankeschön. Also, ich habe mir ein Foto gemacht, vielen Dank. Du sagst, ich finde das irgendwann nur so erschreckend, wer so eine Meinung vertritt oder wer... Findest du das nicht? Wie bitte? Erschreckendes mit Menschen. Das mit Menschen essen habe ich auch noch nicht gesagt. Aber ist natürlich auch krank. Ja, das steht eindeutig. Das steht eindeutig. Das steht aber eindeutig. Du weißt gar nicht, wenn dein Vater abgegangen ist. Er hat gesagt, wie kann man so etwas Scheußliches behaupten? Was für... Der Prophet hätte seine eigene Tochter im Grab mit irgendeinem anderen Mann vergewaltigt und so was. Das ist... Das ist richtig ausgerastet. Bruder, das ist auch verrückt, so was. Also, ich bitte dich. Wahrscheinlich, du siehst diesen Menschen als Vorbild an, aber sagst, er hat seine Tochter vergewaltigt mit irgendeinem fremden Mann und so im Grab. Und die Tante... Bruder, scheiß dich, Bruder, das ist schon... Hallo? Ja, ich will... Wie gesagt, ich fange nicht an, ihre Gelehrten zu korrigieren. Sie selber... Guck mal... Lachen die Gelehrten, die schmeißen nicht alle gegenseitig aus der Religion. Salafia, Wahabia, Asharia, Habashia, Bruder, die ganzen Zyniken sind doch gespeiten. Wozu gibt es Rechtsschulen? Die eine Rechtsschule sagt A, die andere sagt B. Das ist ja nicht unser Problem. Weil in der Koran sagt, er ist eindeutig herabgesandt worden. Bruder, du kennst dich doch gut aus mit zynitischem Islam. Ist es nicht so, dass die eine Rechtsschule sagt, wenn du Alkohol trinkst, du darfst nicht beten oder so und irgendeine Rechtsschule sagt, man darf auch betrunken beten oder sowas in der Art. Oder irgendeine sagt, wenn du Sex hast, du musst Gebetswaschung machen und die anderen sagen, nein, du musst nicht machen. Also irgendwas... Ja, gut. Das sind ja... Das sind ja so unrichtige Sachen. Ich habe auch hier einen Vorwurf gehört, ich bin aber dem nicht nachgegangen, irgendwie ein paar Mal in Zyns habe ich gehört, die Hanifizische Rechtsschule soll erlauben, irgendwas mit Babys, Sex und Babys zu haben oder sowas. Alle erlauben das. Alle Rechtsschulen. Alle. Ich habe das Ganze da, die ganze Sammlung von allen Aussagen der Rechtsschulen. Alle erlauben Babys. Auch Schenkelverkehr mit Babys. Alle erlauben das. Alle Rechtsschulen. Da soll sich keiner mal... Oder die sagen, du darfst mit einem Baby SDX haben, wenn sie es ertragen kann. Woher willst du herausfinden, ob ein Baby es ertragen kann oder nicht? Wo ist die Grenze? Ich habe das gar nicht gewusst. Naja, gut. Lesen die bei uns in der Bibel und versuchen irgendein Vers rauszulesen, dass es krampfhaft nach Kinder klingt. Bei mir steht einfach, du darfst ein Neugeborenes verheiraten. Wenn es einen Ehevertrag gibt zwischen euch, ist das deine islamische Ehefrau mit allen Rechten und Pflichten. Ja, bitte. Wo steht das, oder? Also, das wäre auch super, wenn ich mir ein Foto mache. Fatwa Nummer 6058. Fatwa? Fatwa Nummer 6058. Aber Fatwa ist doch eine Sache. Zum Beispiel der Khomeini macht Fatwa in Iran. Ihr dürft Schweinefleisch essen. Ja, okay. Wenn er das begründen kann mit Koran und Sunna. Ja, aber Fatwa ist doch keine Überlieferung, sondern eine Meinung eines Menschen, der heutzutage lebt. Fatwa ist ein Rechtsurteil. Zu einer Frage. Ein Rechtsurteil. Ja? Und dieses Rechtsurteil, nicht jeder kann eine Fatwa rausgeben. Wenn wer Fatwa Nummer 6058 nicht findet, den kann ich nicht helfen. Wirklich jetzt. Ich habe das heute fünfmal für euch gesucht und live auf YouTube und habe euch jetzt gezeigt, wie einfach man das findet. Also manchen musst du das sicherlich vorkauen, das in deinen Mund reinmachen. Das Problem ist einfach, was ich dann sehe, guck mal, einerseits ist, sind dieses, sagen wir mal Islam, okay, Szene, Islam oder Religion. Du nimmst ihn die Fatwa nicht an und ein anderer will ein Baby haben und dann nimmt die Fatwa und sagt, cool, ich darf es. Wer schreibt überhaupt sowas? Wer hat das Recht, überhaupt sowas zu schreiben? Ja, aber es gibt es auch Menschen, die sagen, ich bin von Daesh, Isis und es ist erlaubt, irgendwelche Menschen da zu verbrennen. So heißt es wahrscheinlich. Ja, es gibt es ja auch mit Koran und Sunna. Mohammed selber hat gesagt, wer nicht betet, soll verbrannt werden. Ja, aber es gibt doch auch diese, nur Gott darf verbrennen, deswegen ist das verboten. Ja, man sieht es immer, wenn nur Gott und Mohammed verbrennen dürfen, dann weiß es nicht. Oder weiterum, es mir einfach geht, es geht mir einfach darum, es gibt doch Sachen, die wirklich, man kann diese Sachen sich einen Kopf machen, diese erwähnen und sagen, ja, okay, Gewalt, dies, das, ist das wirklich von Gott. Das ist eine andere Sache. Aber jetzt so, tamam auf krankhaft, irgendwelche gestörten Menschen, die sich dieser Religion zuschreiben, die irgendwas gesagt oder getan haben und dann so, oder diese Doppeldeutigkeiten, man nimmt nicht eindeutige Sachen, man nimmt doppeldeutige Sachen, irgendwie und dann probiert man das so, irgendwie zu so einem satanischen Cocktail zu machen, mit Leichen schlafen, mit Babys schlafen, so heißt was schon. Ich habe dir das jetzt gerade gezeigt, warum, wieso man mit Leichen schläft und dann habe ich das arabische Wort gegeben und ich habe dir die Erklärung gegeben. Ich hasse mir das gezeigt, aber ich weiß nicht, ob du gerade auch meine Argumente eingehst und mich gerade verstehst, was ich gerade sage, so heißt das, ich meine, ich habe dir gesagt, das ist ein Gelehrter, ein einziger Großgelehrter, vielleicht von Tausenden, weißt du, dann war ja meine Frage, gibt es auch andere Gelehrten, die diese Meinung irgendwie stützen oder? Das kannst du gerne prüfen, also ich habe es jetzt nicht geprüft, ob es mehrere Gelehrte gibt. Ich habe dir diese Problematik auch schon mal gesagt, wenn es heißt, irgendwie, ja, der Prophet, man hat eine Sechsjährige geheiratet, dann heißt es, oh, dieser schlimme, pädophile, dreckige Sohn, aber wenn es dann heißt, ja, da ist irgendwie ein Wunder passiert, oder etwas Gutes, wird es abgelehnt, wird gesagt, jetzt sowieso so ein Märchen. Es kann doch nicht sein, dass die Menschen probieren, sich nur das Negative rauszupicken und vor allem, wenn du morgen vor Gericht bist, wegen einer Pädophilentat, und du den Richter erzählst, ich habe eine Million gute Sachen gemacht, dann wird er sagen, ich habe es schön für dich, trotzdem hast du... Ja, aber warum glaubt ihr dann nicht, dass er auf ein Tier da geflogen ist, oder den Mond gespalten hat, und so, nur die Leute haben das gesehen, in Saudi-Arabien, weißt du, was ich meine, das verwerfen die Menschen direkt, das machen wir nicht. Aber warte mal, Eiche selber sagt, ich habe das mit dem Tier nicht gesehen. Eiche selber sagt, dein Bett ist noch warm. Ich küsste auch dein Herz, oder war... Ihr... Das Problem ist, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute so wollen das glauben, das ist so schlimm, das ist einfach. Natürlich in erster Instanz, ich habe dir selber gesagt, ich glaube, dass viele Überlieferungen erfunden worden sind, aber so wie du es mir erklärt hast, hast du mir gesagt, auch in diesem Kontext, eine Bedeutung davon kann sein, dass man mit der Frau schläft, aber eine andere Bedeutung kann doch auch sein, dass man einfach irgendwie, wie nennt man das, nochmal runter geht, oder was? Das hat nichts mit Wahrhaben zu tun, war auch, das hat wahrlich, wahrhaftig nichts mit Wahrhaben zu tun. Und ich habe doch gesagt, gewisse Sachen sehe ich selber kritisch, aber man übertreibt, so wie man sagt, ja, der Prophet lädt irgendwie eine, vergewaltigt meine Tochter, geht in mein Grab, nur weil er davor gefragt hat, wer hatte keinen Sex gehabt. Das ist eine Übertreibung in den Spekulationen einfach. Ich gehe jetzt schlafen. Was hast du nochmal gesagt, dieses Wort, was auch Sex heißen kann, wie heißt es aber in erster Instanz? Ich gehe schlafen. Wie hieß das Wort nochmal in erster Instanz? Ich weiß es nicht. Frag mich morgen, ich muss jetzt schlafen, ich bin seit 20 Stunden live. Alles klar, ja, keine Ahnung. Ich würde gerne nur der Rose eine Antwort geben und dann... Nachtworte, ich schlafe gut, komm bitte, ich bin in zwei Stunden auf Arbeiten, in eine Stunde. Rose, es geht doch einfach nur um Wahrhaftigkeit, mehr nicht.